Jetzt erstmal gucken, was ich noch... Hä, wo bin ich denn? Hä? Hä? Okay, das hab ich nicht erwartet. Wo bin ich denn? Ich hab gedacht, ich bin am Flughafen. Okay. Das hab ich jetzt so... nicht erwartet. Hä? Äh, aber ist das... Ist richtig, man hat kein Handy am Anfang oder was? Ist das richtig? Scheiße. Das heißt, ich muss erst zum... Irgendwo hin mir... Aber gut, jetzt bin ich ja mitten in der Stadt. Das ist ja dann ganz okay. Wo bin ich denn hier? Äh, nee. Wo ist die Karte? Escape. Ah, mitten in der Hood hier. So. Wie viel Kohle hab ich? Wie viel... Wie viel Geld hab ich? Sehe ich das nicht im Handy, Alter? Ich gehe kaputt. Scheiße. Ich bin so verloren, Alter. Äh, hallo? Shadow 22 Heavy trekt die Kappe im 17. Monat, ich bin zurück. Dankeschön für 17 Monate. Ah, wir schaffen das schon. Ich werd schon rausfinden, warum ich kein Handy hab. Wir gehen erstmal zur Polizei und offenbilde ich, dass mein Handy weg ist. Oh. So, ich muss aber mal eben... Was fahren wir nochmal? Hood an und aus. Äh, obwohl brauchen wir gar nicht. So, wir müssen halt mal eben hier... Ich muss mal eben einen Screenshot machen. Zip. Zip. So. Kann man nicht irgendwo mit hinnehmen? Ah, moin! Grüß dich. Grüße. Sag mal, äh, wir haben sie gerade, äh, irgendwo, entweder mein Handy geklaut oder ich hab's verloren. Äh, ja, das wird hier beim Zoll abgenommen. Komm, steig ein, wir bringen dir, ich kaufe dir Neues. Ach, ist ja. Supergeil. Megageil. So, äh. Du musst einfach deinen Finger nehmen, ne? Dann steckst du ein. Ja, einfach den Finger nehmen. Ach so, Moment. So. Wunderbar. Wunderbar. Einen Moment, ich werd grad angerufen. Ja. Hast du freie Sprechanrichtung? Hallo, hallo. Ja, klar. Ah, super. Hallo. Fand ich, ja. Alles klar. So, ein Handy brauchtest du, ja? Ja. Ich bin komplett aufgeschmissen. Ohne, ohne meinen Kopf. Ja, ja, das kenn ich, das kenn ich. Na komm, bringen wir dich erst mal zum Handyladen. Ach, super. Bist grad eingereist, richtig? Ja, mal wieder. Ich war ein paar, ich war ein paar Monate, äh, außer Landes. Ah, okay, okay, okay. Aber warum nimmt mir der Zoll denn mal ein Handy ab? Ich weiß es nicht. Mir haben die meins auch abgenommen. Ja. Was auch immer, die immer machen. Ja. Guck mal, pack mal hier schön ein. Ah, das ist super. Kann ich die Tür mit dem Finger auch wieder aufmachen, oder was? Ja, na klar. Ist da hier Pripet oder Vertrag, oder was? Oder haben die alles hier? Die, die, äh, haben hier alles. Nee, du musst hier einen Vertrag erst mal abschließen. Ja. Ich weiß nicht, bei wem du das machen musst, bei dem linken oder rechten, bei dem rechten. Ja. Machst du erst mal einen Vertrag, und dann kannst du dir ein Handy gleich kaufen. So, ich hab unterschrieben, den Handyvertrag, ja? Ja, genau, genau. Und jetzt gehst du einfach hier hin, bei dem anderen Kollegen, und bei dem kaufst du dir ein Handy. Ja. Hier, ich hab einen Vertrag, was krieg ich, mein Freund hier? Warte mal. Ich kann dir einen Sony Ericsson empfehlen. Ja. Das ist gut. Sagst du das der Hauptmann, oder was? Ja, ja, das ist ein richtig gutes. Das kann eigentlich alles. Ja, dann kauf ich das mal. Bezahlen. Ja. Ich hab nicht genug Geld. Warte mal, ach so, mit Karte bestätigen. Ja, mit Karte. So, gekauft. Ja, perfekt. So. Jetzt hast du erst mal ein Handy. Das ist ja schon mal was. Oh, das ist ja super. Hä? Ach, guck mal. So, also was ist das Vertrag? Ich brauch kein Pripet, oder was? Nee, das passt so, das passt so. Vertrag unterschrieben, Handy hast du? Ja. 1A ist das, 1A. Ach, der, du bist ja super. Das ist ja richtig, äh, äh, genial. Ey, ich will dir jetzt echt nicht zu nahe reden, aber du siehst richtig, richtig scheiße aus. Wollen wir dir mal neue Sachen kaufen? Ja, ich bin schon durch. Ich weiß, weil die, wenn man mehr Zoll hat, das weiß ich, der hat doch noch meinen Koffer. Die haben irgendwas stimmt. Ja, das sind Fallidioten, das sind Fallidioten hier. Ja. Also wirklich, das kannst du echt nicht geben. Ja. Na komm. Zum Glück sind die Sachen hier aber auch recht billig. Ja, dann steck ich meinen Finger wieder hier rein. Ja, genau. Einfach rein damit. Perfekt. Guck mal, ich glaub, hier ist sogar gleich ein Laden in der Nähe. Muss ich mal kurz auf mein Navi gucken. Ja. Da, hier ist einer. Was hast denn du hier vor auf der Insel? Ja, äh, wieder hier leben. Wie gesagt, ich war ein paar Monate nicht hier und ich hab ein bisschen woanders mein Glück versucht, aber... War nix, oder was? Nee. Oh Gott, oh Gott. Wo, wo warst du? Ich war auf der ganzen Welt unterwegs. Thailand. Okay, okay. Thailand. Ah, ein paar Thailänderin. Und dazu sah ich jetzt erstmal nichts. Ja, dazu sag ich jetzt erstmal nichts. Geh mal rein in die Suburne. Wart, wo gehen wir rein? Hier in die fröhlichen Füße, oder wat? Oder wat, wo, oder wie? Hippie, nee, nicht Happy, Hippie. Wo müssen wir denn jetzt... Komm. Ja. Ach, da. Ja, hier. Ja, hier. Su, 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 su. Suburban. 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 Ist das, äh, Araber? Ja, genau, der ist das. Nee, aber die haben ja eigentlich alles. Also. Oh, das sieht aber auch, äh... Das sieht aber auch nicht schlecht hier, äh, äh, äh... Haus. Guten Tag. Hallo. Ja, alles. Guck mal hier, Kulitsjacke. Ja. Also, ich geh mal beiseite, ne? Ja. Ja. Suchst du was Hübsches raus. Ey, aber ich muss sagen, die Hose gefällt mir. Kann ich die haben? Was, meine Hose? Ja, die sieht cool aus. Also, ohne Spaß. Ich mag die. Jetzt willst du aber komisch. Nein, also, wie? Weil ich deine Hose haben will? Ja. Okay, das tut mir leid. Ich wollte jetzt nicht so komisch rüberkommen. Warte, ich zieh mal auch meinen Pullover aus. So. Jetzt fühl ich mich wieder, wieder wohl. Also, warte mal, das ist ja nicht so ganz, Mann. Warte mal. Äh, gibt's ja auch einen Spiegel, wo ich mich besser sehen kann? Ähm, ja. Hier vorne, vor dir gibt's einen Spiegel. Aber wenn du deinen fünften Finger benutzt, dann geht das auch. Ja. Den fünften Finger. Ja, den fünften. Den fünften Finger. Ja, oh. Ich hab, äh, irgendwas steht mit meiner Unter-, äh, Maschinenbahne nicht. So. Guck mal, ich stelle euch einfach hier in die Mitte vom Teppich, gucke zum Eingang und bis zum fünften Finger. Das ist alles super. Fünfter Teppich. Was? Genau. Ah. Da seh ich aber immer noch nicht die. Siehst du dich jetzt besser? Ne. So ne Scheiße. Oh, Entschuldigung. Oh, okay. Da wär ich, da wär ich komplett aggressiv. Jetzt wird's aber, jetzt wirst du langsam komisch. Warte mal, so. Ach, muss ich mich erst direkt wieder beruhigen. Das ist, äh, warte mal. Der fünfte Finger. Von wo? Ach da, warte mal, so. Also diesmal nicht der Finger, wie beim Einsteigen, sondern der fünfte Finger. Ja, hab ich, aber irgendwie, ja. Oh. 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 Ne, das ist nicht ganz so, Mann. Das sieht so sportlich aus, Mensch. Ja, ich kann's tragen, aber... Ja, das stimmt. Wie ist denn dein Name? Äh, Günther. Günther. Mensch, Günther. Guten Abend. Finn mein Name. Finn, ich grüße dich. Ja, ja. Grüße, grüße. Sag mal, gibt's hier nur die Hosen, die ich hier jetzt gerade anziehe? Gibt's hier oder wird's... Nee, im Katalog gibt's mehrere Seiten. Du kannst auch im Katalog, äh, umblättern. Ach, da? Ja. Ah. Ja. Mensch. Okay, gibt's hier... Ich würde gern mal mit meinem... Ach, Mann. Das ist doch... Und guck mal, ich glaub, ich glaub, dass mit dem Spiegel... Du musst, du musst einfach so tun, als wärst du so ein Vogel. Weißt du? Also versuchen zu fliegen. Ja, ein Vogel. Ja, das... Ah, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Und wenn du dreimal ein Vogel bist, dann bist du... ...der perfekte Vogel. Ach, Mann. Aber jetzt, jetzt siehst du dich richtig im Spiegel, oder? Ja, sicher. Ja, okay. Sehr gut, sehr gut. Junge, wer, wer, wer macht so eine Hosen? Ich weiß es nicht. Ich, die, aber ich sag dir ehrlich, das sind ja Schörfer zu gucken. Ey, das ist ja ne... Ist das ne original Butchi mit Hamburger drauf, oder? Ja, die danach ist noch besser. Mach mal die danach noch. Nee, noch eins weiter? Ist das das Habib, Mensch? Noch eins weiter? Ja, die ist super. Ich weiß es nicht. Ja, das sind ja auch Schlafanzughosen, Mensch. Ja, für 150 taten. Sound of the police! Dude, dude, dude! Ich sound of the police! Ja, ich sag dir so wie es ist, hier, hier auf der Insel, ist das ein Schnepperler. Rico, liggend streepje, der liggend streepje, durchgeknalte, houdt 100 bits raus. Dankeschön! Rico, dankeschön für 100 bits, dankeschön. Mannle, dankeschön. Mit der Hose sieht man auch ganz strecklich deinen Ausschlag. Ja, gerade eben, die Hose da. Alter, Lederhose, weiß ich nicht. Guck mal, kann ich... Warte, ich tu mal meine Tasche wieder weg, ja? Ich bin gleich wieder da. Ja! Rico, dankeschön. So, wir müssen erst mal gucken, dass der Günther gut aufsieht. Also, Auswahl haben wir ja, ne? Die ist da. Oh Gott. Da, so eine normale Jeans, oder nicht? Oder? So eine normale Jeans, was meint ihr? Ja, ne? Für Günther? Man muss ja zu Günther passen. Wir merken uns mal hier diese G-Star. Oder eine Wringler. Äh, oh Gott. Weißt du, hat hier so ein Röhrenschlitter, oder was? Nein. Äh, hallo? Vertiplay trägt die Cap in 20. Monat. Verti, dankeschön für 20 Monate, dankeschön. Guck mal, guck ich auch mal nach einer neuen Hose. Ja, Mama. Wenn wir schon dabei sind. Ich krieg mir ja Rabatt. Naja, sowieso. Mengenrabatt. Uff. Vielleicht so eine kurze Hose. Die steht mir ja auch. Ja, du kannst alles tragen, ne? Ach, Mensch. Was kannst du zu einer Frau sagen? Ein Boy, hi. Äh, sollte auf GTA stehen, Frau Balea. Machen Sie mal F. Uff. Ich glaub, die packe ich mir ein. Ach, der Scheiße. Ja, manche Leute rennen halt ein bisschen besonders rum hier. Warum ist denn Frau Balea so aggressiv? Nee, da fühl ich mich wie mein Vater mit der Hose. Weg mit der Scheiße. Nein, das war die falsche Hose. Ich dumme. Oh Mann. Oh Mann. Aber was, wieso hast du denn jetzt die Buchse da hingelegt? Ja, das war aus Versehen. Aber ich... Die finde ich ja ganz schick. Ja, ja, die hat was. Guck mal, jetzt noch eine Knast, die Hose. So, die hab ich jetzt... Hab ich die automatisch jetzt... Ich hab die jetzt gekauft. Ich hab die... Nee, du musst die, äh... Bei... Das ist so ein Plus. Das musst du dem Verkäufer zeigen. Ja, hab ich ja. Ich hab die auch jetzt gekauft, hat er gesagt. Ja, genau. Kann ich die direkt anbehalten, oder muss ich dem dann auch nochmal sagen? Äh, du... Weiß ich gar nicht. Ja, welcher soll ich sehen? Ja, wirst du gleich sehen. Alter Falter, ey. Mal gucken hier. Evil Knievel, Alter. Genau. Ich kaufe mir so eine Evil Knievel-Sacke, Jacke. Alter, gibt's ja was für normale Leute hier. Da muss er zu... Nee, das passt alles nicht zu... Jetzt hab ich die hier wieder. ...zu Günther. Schön, schöner Hoodie, aber passt nicht zu... Oh, schön in die Hose rein. Ja, für Günni ist eher so eine Lederjacke. Aber irgendwie... Bin ich dumm? Jetzt hab ich mir dieselbe Hose nochmal gekauft. Ich bin ganz... Ja, ich kaufe... Du, wenn mir ne Hose passt und wenn die gut ist, wo nicht, dann hol ich auch direkt zwei davon. Wer zieht, danke nochmal für 20 Monate. Ja, stimmt. Du kannst halt... Ich hab die aber schon ganz oft, die Hose. Das ist das Problem. Deswegen brauch ich die eigentlich jetzt nicht nochmal. Ja, ich leg die einfach hier zurück ins Regal. Da, hab ich sie jetzt zurückgelegt. So, das haben wir auch. Ha? Sieht doch schon mal deutlich besser aus als vorher. Guck mal, vielleicht passt noch so eine coole Brille zu dir, Günther. Ich weiß es nicht. Oder so. Ob der was am Hals. Och Gott. Oh, da kommen die ganzen Kinder an. Alter, wer hat die bisschen bekloppt. Danke, Werty. Danke, Werty. Danke, Werty. Danke, Werty. Danke, Werty. Für fünf SAP geschenken an M2S11. An Flacco, an General B97, an Alphatier und an... Es hat Dani Lisches erwischt, Leute. Es hat Dani Lisches erwischt. Alter, Werty, danke dir. Dankeschön. So, was suchst du dir denn jetzt noch aus? Ich weiß es gar nicht. Gefällt mir alles scheiße. Ja. Was willst du denn jetzt eigentlich? Ja, ich gucke hier gerade nochmal durch den Katalog. Ah. Dann bist du bei den Accessoires oder was? Ja, aber gefällt mir alles nicht. Ja. Vielleicht so eine Kette. Was? Nee, so ein Schal. Guck mal, so eine Sonnenbrille. Also ich sag dir ehrlich, passt dir. Steht dir. Hm. Die Frisur ist gut, ne? Gut, der ist wieder. Hahaha. Ja, ich hab mal wieder richtig Bock, Werty. Nee, den Charakter hab ich die Tage schon gebaut. Was sagst du? Wie alt du bist? 53. 53, Mensch. Also ich sag dir so, wie es ist. Mit der Sonnenbrille siehst du deutlich jünger aus. Ich kann es tragen, ne? Ah, ja. 53. Also ich will dir nicht zu nahe treten, aber bist ja schon fast ein Rentner. Ja, nur leider krieg ich nicht so viel Rentner. Ich muss leider noch ein bisschen malochen. Ja. Alter, Falter. Oh Gott. Jetzt bist du aber auch ein bisschen aggressiver. Alter, das ist jetzt mal langsam zu Kopf gestiegen, vorn. Dass du mir so eine reingehauen hast. Ja, das war nur zum Tisten. Ob ich's noch kann. Ja. Ich hab's auf jeden Fall gespürt. Oh. Äh, oi, 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 oi. Was haben die denn, was ist das für ein Lahn? Was ist das denn hier für ein Lahn? Hier kriegst du alles. Ja, ich sag, hier bekommst du alles. So, ne schöne Käppi oder so. Mach gucken, was die ja. So, ne Käppi brauchen wir auf jeden Fall. Löffli, ich grüße dich. So. Äh, Bendix, grüße dich. Hi, ein wunderschön. Hi an alle, die dazukommen. Ich bin gleich wieder mehr auf dem Chat, aber ich muss mal eben hier den Günther, äh, hier ausstatten. Haben die Käppis alle die gleiche Form oder was? Ja, das sind alles hier Helme. Da, das ist meine Art von Käpp. Aber die jetzt so immer ein bisschen neutraler. Weiß nicht, ob ich die dann immer trage, aber die hätte ich mal gerne einfarbig oder so. Hier muss das denn hier immer so, Kamo oder so, ne? Oh Gott. Ui. Oh Gott. Da kann man ja nichts sagen, dass die hier keine Auswahl haben, ne? Ja, ja, ich hab's dir gesagt. Die haben hier alles. Alter, war... Oh. Oh, oh. Hey. Alter. Leon Wars, hi. Ja, wie gesagt, sorry, Alter, hier kannst du... Das ist schon zu viel Auswahl. Ich kann mich nicht entscheiden, ey. Äh, oh. Was war das denn? Ich hab keine Ahnung. Der Verkäufer sagt... Oh, das ist ja... Hey, der Linker nochmal. Mhm. So ein reicher Schnösel. Ja, aber da komm ich durch keine Tür mehr durch, ne? Ja, das stimmt auch. Stank? Was heißt Stank? Steht das für G-Stank? Oder... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Stinkst du etwa? Eigentlich nicht. Na. Da hab ich Weihnachten gewaschen. Oh, jetzt Cowboy? Ey, also, die haben ja wirklich alles. Ist unglaublich. Alter, ich war klar. Das gibt's ja gar nicht. Ach Gott. Da komm ich ja in jede, äh, Polizeikontrolle. So, hier einfach nur eine einfarbige Käppi wär nice. Oder zumindest, ähm... Alter. Das ist geil. Aber da steht irgendwas drauf. Irgendein Firmendingens oder so. Äh, oh. Äh, oh. Ne, das ist so Gehörschutz. Wenn wir mal um den Skistand gehen oder was. Solokuto, hi. Ja, wie gesagt, für die, die gerade dazugekommen sind, Gyni ist wieder da. Lass ich auch sagen, ich hab lang nicht mehr eine Bambi-Tour gemacht. Heißt du denn eine Bambi-Tour? Ja, das hier. Aha. Jemanden neu zeigen, wo man alles herbekommt. Einkleiden. Handy kaufen. Das ist eine Bambi-Tour. So. Oh. Und du bist ein Bambi gerade noch. Auch wenn du deutlich älter bist, jetzt ich bin. Ein Bambi mit einem komischen Hut. Mhm. Ich geh kaputt bei der Auswahl hier. Ja, hier kann man eine halbe Ewigkeit verschwenden. Ja, wenn ich jetzt auch... Oh, warte mal. Eine Trucker-Captain-Skull. Oh, nee. Jetzt kommen wir der Sache näher. Was steht da drauf? Vom Feuer, was? Warte, das muss ich mir genauer angucken. Einen Moment. Kannst du das lesen? Vom Feuer... Hm. Vom Feuer Gun Manufactures. Das ist gut. Gun Manufactures. Ja. Was steht da drauf? Sneakers? Nee. Ach, Ammonation. Ammonation. Das ist hier der Waffenhändler. Das finde ich gut. Waffenhändler gefallen mir. Beste Männer. Vom Gun Manufacturer. So. So, ich muss hier noch gucken, wie ich den ganzen... Ja, eigentlich habe ich alles... Muss ich jetzt noch was machen hier an der Kasse oder was? Nee. Du kannst das jetzt einfach anziehen. Warte, so. Aber die Hose finde ich trotzdem cool. Brauchst du die noch, oder? Oh, die? Warte. Wie gebe ich dir die denn? Ähm. Also du gehst erst mal in deine Tasche, ja? Ja. Und bei deiner rechten Hand oben, da siehst du, dass ich einen Meter von dir entfernt stehe. Weißt du, das weißt du ja auch einfach. Jetzt stehe ich 0,9 Meter von dir entfernt. Ja, das ist richtig. Ah, okay, weil ich verstehe schon. Genau. Hast du... Genau. Ja, perfekt. Danke dir. Ja, nicht dafür. Denotro, hi. Alter, ich finde, die steht mir, sage ich dir ehrlich. Ich finde die sexy. Ist ja wunderbar. Oh, jetzt soll ich mal einen Moment. Ja. Ja, Tanisha. Ähm. Ja, ich mach grad ne Bambi-Tour. Ja, ich zeig einem hier, was Sache ist. Ich kleid den ein, hab dir ein Handy gekauft. Brauch. Hab den nochmal gehauen. Ja. Ja, Behindertenbetreuer. Wollen weiterfahren? So... So ein Sozial... Sozialbetreuer mäßig. Ähm. Irgendwie so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Bewerbung. Ja, genau. So, die kämpfst du aber so gut sein, wo die hier ist, ne? Also, ich hab dir jetzt erst mal ein Handy gekauft. Und jetzt haben wir den eingekleidert. Ey, Fankeg. Was willst du denn du von mir? Was ist denn? Nee, aber der sah scheiße aus. Relight my fire resündet eine NR Shop-Bombe. Ja, das ist korrekt. Aber es sieht auch niemand besser aus, als du. Die Chancen existieren gar nicht. Relight my fire. Dankeschön. Na, äh, Tanisha, ich würd mal aufregen, ich riech dich gleich zurück. Ich würd noch mal kurz mit dem reden, ja? Passt das dann nicht so mit der Lautstärke? Ja, ne? Relight my fire. Ja, aber du korrekt mich so von der Seite zu. Das war das 60ste Ding, die 60ste Bombe hier. Dankeschön für dein Jubiläum. Dankeschön für 60 Sub-Geschenke. Dankeschön. Und Golf. Käppi auch noch. So, ähm. Weißt du, wie man hier Geld macht? Michael, hi. Was weiß ich? Wie man hier Geld macht? Wirst du's wissen? Im Moment wär ich froh, wenn ich... Och, die Fahrt überlebt. Du hast ja mal einen Zahn drauf hier. Ja. Ich hab's eilig. Ich krieg vom Amt immer Kohle überwiesen im Moment. Oh, davon, äh, bist du auch nicht arm, äh, auch nicht arm, sei schon. Die Schwächen mit einem 3R-Shop-Gumbe. Also ich kann ja mal zeigen, was man so in der Freizeit machen kann. Weißt du? Wenn, wenn dir so ein bisschen langweilig ist, du nicht mehr was du findest. Tanisha? Nee, Günther. Günther. Warum, warum stirbst du? Ja, nicht du, Günther. Strip ihn, ja. So. Du sollst mit der Freisprechanlage reden. Ist gefährlich. Ja, bei uns sind es auch fast hier. Nein, nein, Tanisha. Ich leg kurz auf, ja. Ist gefährlich. Wir sind jetzt einmal im Kreis hervang. Dodger-Lichend-Streepje 76 trägt die T3-Pack in 55. Äh, ja, ich bin mal im Kreis gefahren, okay, also. Monat, Snipsau. Ja, erstmal muss ich wissen, woran du Interesse hast. Was hast du denn vorzuarbeiten? Was, was, Reins? Erzähl uns das, was du würdest. Ja, so wenig wie möglich, mit so viel Ertrag wie geht. Okay. Danke, Tidus, danke, Tidus. Für die Subgeschenke am Render-Ei und Flitzebogen. Taxifahren. Taxifahren, ja, bekommst du ordentlich Trinkgeld. Ja. Und kannst arbeiten, wann du willst. Kann arbeiten, wann ich will. Wie, hab ich keine festen Arbeitszeiten? Das ist ja kein Auto. Nee, nee, du hast ein Auto, kannst sagen, ja, ich fahre jetzt Taxi. Ja. Und dann wirst du angerufen. Das ist ja super. Ja. Wo muss ich mich da vorstellen? Warte, wir können mal zur Taxistelle fahren. Ja, ja. Ähm, ey, Moment, muss ich doch mal kurz gucken, wo das ist. Ja, ich bleib dran. So. Brauche ich für Taxi keinen Führerschein? Du, du hast einen Führerschein. Wollt ihr bei der Einreise mitgegeben eigentlich? Ja, ich wusste nicht nur nicht, dass der noch gültig ist. Das ist ja super. Ja. Ah, jetzt seid schon wieder angerufen. So, Tidus, danke schön. Vielen, vielen lieben Dank. Und Dodger, fünffaches Dankeschön für den HDGDL-Wies-Haben. Ich mach grad ne Bambi-Tour. Dankeschön für 55 Monate mit dem T3-Habber. Äh, weiß nicht, ich hab den gefunden, hab den aufgegabelt und jetzt zeig ich dir was. Ja, Tidus. Äh, wir sind jetzt beim Taxi. Wir sind jetzt. Du bist ganz schön busy, ne? Oh, guck mal, Mopeds, Alter. Gefallen dir, Mopeds? Richtig schick. Ja, komm trotzdem mal hoch zum Taxi, wenn du willst. Ja, ich bin da, hier. Ich bin da, hier. Ähm, ja, das ist ein Motorradclub, die... Äh, äh, Pannow. Ja, ich hab den mal, Leute. Hab ich auch einen Kompi, der ist in einem Motorradclub? Ja, was, ist hier überhaupt niemand da? Monat Moinhek hier. Ich wollte gerade aussteigen, oder? Ist aber gut. Ja, warte. Ja, ist irgendwie niemand da. James Liggens, streck hier, blästchen, in eine Weife, Sat Wolle. Ja. Zumindest hat er für eine Menge hier zu sagen. Dankeschön. Ich rufe den mal an. Äh, erst mal... Da Willi. Danke, Just für neun Monate. Vielen lieben Dank, Just. Ja, okay, ist nicht da. Ja, alles klar. Gut, dann erklär ich dir erstmal kurz was. Und zwar, wenn du ganz, ganz ne richtig, ne Menge Freizeit hast, ja? Ja. Äh, dann öffne mal deine Klappkarte. Ja, hab ich. So, äh, dann... Weißt du, wo der West Highway ist? Der East Highway, meine ich. Der ist auf der anderen Seite vom West Highway. Der ist hier, ja genau, hier, der East Highway. Da, ähm... Ja. Auf dem East Highway, wenn du da hochgehst, ist der Baumarkt. Siehst du denn? Äh, ja. Ja, genau. Dort kannst du dir ne Sichel, ne Spitzhacke oder was auch immer kaufen. Am besten ne Spitzhacke oder ne Sichel. Und dann, wenn du ne Sichel hast... Ja. Ja. Dann gehst du noch ein Stückchen weiter hoch. Da sind auf der Klappkarte so LKWs abgebildet. Siehst du denn? Genau, und der unterste LKW ist Getreidefeld. Steht da. Steht direkt daneben. Getreidefeld. Äh, hallo? Der Veertes trekt die Capim 37. Musst du mal ganz genau lesen bei dem untersten LKW. Monat, GTA, RP, IFFF. Binweiter, Wozokke, Uich, Einig Schönen Abend. Poplach. Ja, ja, ja. Kom, blinkt er seint. Bin ich hier zu schnell? Ja, die kom mit der ganze Klappklappe. Ja, mein Wits können auch einfach mal da hinfahren. Da zeig ich hier das Ganze auch einfach mal. Dodger-liggend streepje 76 hout 1000. Wits raus einmal Mantaplatte mit has. Sound of the police, dude, dude, dude. Ich sound of the police, dude, dude, dude. Zeig mir das mal. Wollmelei, halt 100 Bits raus. Lass dich doch POM-Chat nicht ablenken. Aber die haben solle Mopeds hier. Ja, die haben richtig... Ist es Bi? Ich muss mal kurz mein Papi Hallo sagen. Vater, ist hier meine Mopeds los, oder was? Ich bin sofort bei euch. Bi? Wie kennt das mein Mopeds? Oh, der Sohnemann. Hi, grüß euch. Hallo, Papi. Was ist das? Ist das der Vater? Ja, klar. Was ist? Warum sieht dein Auto so aus? Wieso darf es nicht so aussehen? Du hast keine hübschen Ambo-Teile dran. Ja, ich bin ja nicht reich. Die andere. Muss der Papi mal mehr Taschengeld springen lassen. Ja, genau so sieht es aus. Das Einzige, was mehr springt, ist eher, wenn ein Auto angefasst wird. Hey, hey. Ich bin sofort bei euch, ihr Lieben. Ja, nö, ich wollte mal Hallo sagen. Ich mache gerade eine Bambi-Tour. Oh, hör auf, mir mal Bambi zu sagen. Ja, du bist ja noch ein Bambi. Ja, und der hat gesagt, er findet eure Motorräder toll. Habe ich gesagt, ja, kann mal Papi Hallo sagen. Ja, ich habe bestimmt Bring-Cards verschenkt. Willst du wieder reinspringen? Ja, ich spring wieder heilig. Ich war ja nur fasziniert, wirklich. Alles nur so Custom-Bikes schon mal. Richtig geil. Natürlich. Fällig. Alle net schön getuned. So gehört sich dat. Ihr seid ja auch alle reich. Na dann. Na dann. So. Ja, schön Tag. Schau mal jetzt hier. Ähm, Sohnemann. Ja. Das ist doch nicht dein Vater. Muttern ist im Hennenhaus. Ja. So, ups. Weiß Bescheid, ne? Ja. Ich wollte hier gerade raus-tappen. Ja, weiß ich. Ja. Ich muss ja scornen hier. Schön. Ohne das hier, Alter. Ja. Ja, doch. Also, ist nicht mein leiblicher Vater. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So viel älter ist der doch gar nicht. Nee, ist der auch nicht. Kann ich hier auch nicht rahmen? Ja, ich würde hier gerne rüber auf den anderen Monitoren. Ja, denn seine Frau ist wie so ne Mutti für mich. Ja. Ich weiß nicht, ich nenn die auch immer. Anfangs war es eigentlich nicht in Spaß, habe ich immer Mutti genannt. Wie in wie fern? Milf, oder wat meinst du? Ja, so ein bisschen. Schaut auf der Polizei. Nicht in deinem Alter, aber schon älter als ich. Ja. Ist das los da denn auch, was so nicht nackt? Ja, ist bei denen noch nicht nackt? Na, nicht bei denen. Bei euch. Bei euch. Bei wem euch? Ja, bei euch. Bei mir und meiner Mutti. Ich hab doch gerade gefragt, ob mir Milf. Ja, nicht so. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Aber wir können ja auch gleich mal vorbeischauen. Oh, ich sehe da gerade was. Leckeres Essen. Ich sehe da gerade was. Kann ich dir auch nur empfehlen, das Hennenhaus. Das was? Das Hennenhaus. Das ist ne Bar. Die Bar gehört meiner Mama. Meiner Mutti. Ich finde das alles sehr, äh, beunruhigend. Äh. Warum? Ich weiß es nicht. Das ist alles, ja, das hat sich einiges verändert in den letzten anderthalb Jahren, in dem ich in Thailand war. Hm, 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 ja. Das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen. Ich kann gerade nicht raustappen, Virtus, ich grüße dich. Weil wenn ich raustappe, also ich kann schon raustappen. Also hier links ziehe ich erst mal gleich den Baumarkt. Wisst ihr, wie ich mein? Dort in Rot. Ich brauche hier mal. Ja, das ist der Baumarkt. Ja, hier, du. Wollen wir dort kurz anhalten oder wollen wir direkt weiterfahren? Ja, ich, du bereichst ja, dass ich weiß, wo du bist, äh, wo der Baumarkt ist. Ja, genau, denke ich mir nämlich, denke ich mir. So, und wenn du dir dort ne Sichel kaufst, dann kannst du hier vorne. Ja, aber muss ich, warum ne Sichel? Äh, weil du mit ne Sichel das Getreide machen wollen, oder was? Ja, nö, aber damit kannst du das Getreide besser ernten. Das Getreide? Wie ein Bauer, oder wenn ich ernte noch kein Getreide? Ja, aber wenn du mal Geld brauchst. Was war die mit Spitzhacke? Ich hab ja 10. Und Bütmarloft. Ja, Spitzhacke? Ja, okay. Ähm, da müssen wir kurz mal umdrehen. Ich mach da hier nicht einen auf, äh... Ja, na, hätte ja sein können, ist leichter Arbeit. Das geht schneller. Verdienen man zwar weniger, aber geht schneller. Na gut, dann die Spitzhacke. Ist das eher so ein Hard-Arbeiten. Okay, okay. Ey, wie, wie, wo, wo ist denn hier? Ich hab, wo ist das Werkwerk? Ähm, was ist? Ach, komm, wir fahren da fix. Ja, stell ich jetzt gleich mal ein. Es ist ein Reanimationsfilm. Ich muss hier eh noch einiges umstellen, hier. Scheiße, mein Radio geht nicht. Sonst hätt ich das jetzt angemacht. Du hast einen MP3-Player. Ich hab keinen MP3-Player, nee. Ach, schade. Schade, schade, schade. Gut, die Vio-Di sind hier geradeaus. Also guck mal, das hört jetzt hier direkt ab. Und dann, warte, komm, wir fahren da hin. Oh Gott. Alter, mach's mich fertig. Ja, du, ich bin halt ein Bleifuß. Ja, Alter. Schade, guck mal, fährst du hier lang? Ja. Und dann hier links sieht es schon das Bergwerk. Alter, das sieht so komplett anders aus. Ah, ja, ja, ja. Sag mal, haben die hier aufgeforstet? Hier vor anderthalb Jahren standen hier noch keinen, waren hier noch nicht so viele Bäume. Ja, ja, haben sie. Ja, es wurden ein paar Bäume angepflanzt, die sind richtig in die Höhe geschossen. Ja. 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 Also du kennst dich auf jeden Fall schon ein bisschen aus. Ey, nicht, dass dein Vater wieder weg hat wegen dem Auto, ne? Ach, da ist das ja. Guck mal, du sagst dir, du warst schon mal hier. Oder, ähm, konnte man da schon Steine kloppen? Weißt du, wie das hier abläuft? Ja, ich hab mein Geld anders verdient früher. Ja, na, wenn man keine Zeit hat, dann kloppt man Steine. Ich meine, wenn man zu viel Zeit hat. Ja. So. Ich nur wüsste, wo mein Auto ist, was ich hier damals geparkt habe. Das dürfte nicht sein. Ja, das könnte in der Verwahrsteuer sein vielleicht. Wenn du noch den Schlüssel hast. Ich hab gar nichts mehr. Okay, gut, ja, dann. Dann ist das weg. Okay. Das tut mir leid. Wer hat denn jetzt schon mal eine Nummer? Äh, Moment mal kurz. Ja. Ich muss mal eben, äh, bin mal eben kurz hier, äh, am Treffen hier. Mach, mach, mach. Ja, hallo. So, also, ich muss mal eben gucken hier. Also, Einstellungen. Grafik. Das muss ich mal eben hier, äh. Da, ich hab Fenster ohne Rahmen. Aber ich komm nicht hier raus. Fenster ohne Rahmen. Aber ich komm nicht aus dem Dingens hier raus. Ich komm nicht aus dem Monitor raus. Und wenn ich raus tabbe, ist es natürlich für euch weg. Das ist ja auch scheiße. Da minimiert er das ja. Das ist ja doof, ne? Warum macht er das nicht? Weiß das einer von euch? Weil ich möchte mich jetzt sehr gerne bei euch bedanken. Dass das hier, das dürfte ich überall eingestellt haben. Oder muss ich das irgendwo anders noch einstellen? Ich bin mir in, äh... So, was? Steuerung. Steuerung, Alt, Enter. Ne. Ne. Ne, nix. Steuerung, Alt, Enter. Macht da nix. Muss ich das, kann ich da, muss ich das im, äh, Singleplayer oder so einstellen? Weil das ist ein bisschen blöd. Weil es steht ja richtig hier. Das ist ja die Einstellung, die ich brauche. Ich mach mal, ich wechsle mal. So, ich lass das mal einmal kurz im Fenstermodus. Und selbst da minimiert er das, ne? Selbst da kann ich hier, komm ich jetzt mit der Maus nicht aus dem Bildschirm raus, Leute. Selbst da komm ich jetzt, äh... Komm ich nicht aus dem Bildschirm raus. Obwohl ich jetzt im Fenstermodus bin. Ich komm hier gar nicht raus. Hä? Das ist aber auch komisch. Ich komm hier nicht raus. Ich kann nur raus tabben. Hm. Ja, Leute, warte mal eben kurz. Dann, äh, machen wir das mal eben. Und, äh... Damit ich mich mal eben hier... Das ist jetzt ein bisschen blöd, es tut mir leid. Aber, äh, ja. So, ich bedanke mich jetzt eben auch, Ratzi-Fatzi. So, und zwar... Äh, bei James Blast. Ähm, warte. Dann muss GTA in OBS vorne sein. Also, über allen anderen? Äh, ich hab, ähm... Das ist ja nicht GTA, äh, was ich hier... Äh, warte mal. Ach doch, warte mal. Ah! So geht's. So, jetzt hab ich's. Ha, 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 ha. Ich bin ein Fuchs manchmal, ne? Ich bin ein Fuchs manchmal. So. So. Ähm. Bin schon von bei dir, Wunig. Ja, ja, alles gut. Ich warte auf. So, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ähm. Mach dir keinen Stress. Also, danke, James. Danke, James. Danke, James. Danke, James. Danke, James. Für fünf Sub-Geschenke an Matt Joker, Bloody Rain, Base0621, Power Shooter und Motorsport. Ich sag einfach raus, sobald du bereit bist. Dankeschön. Alles klar. Ja, ja, nein, nee. Den hab ich hier kennengelernt. Ja, super nett. Ähm. Relight My Fire. Dankeschön für dein Sub-Geschenk an Mr. Lusanka. Danke dir, danke dir, danke dir. Ähm. Virtus, mein guter. Dankeschön für 37 Monate. Ja. Es. Es, äh, was sind das für Geräusche? Äh, ich hatte mal wieder richtig Bock. Ich hab ja gesagt, das sind immer so Phasen bei mir. Und wenn ich mal wieder richtig Bock hab, hab ich gesagt, gibt's mal wieder RP und ich hab wieder richtig Bock. Ähm. Dankeschön, Virtus. Dann weiter Dodger. Alter, eine Manta-Platte mit Hasch. Mit Vollmaß. Leute, gibt ihm eine Manta-Platte. Wo sind die Emotes? Wo ist die Manta-Platten-Emote? Dodger, Dankeschön für 1000 Bits. Dankeschön. Und Randall Eye, danke für 100 Bits. Lass dich doch vom Chat nicht ablenken, ihr Schwabbelbacken, ey. Dankeschön, Randall Eye. An dich für die Donation. Danke für 100 Bits. Dann, danke, Werti, danke, Werti, danke, Werti, danke, Werti. Äh, Potti. Ja, du hast aber die Spendierhosen. Du hast aber die Spendierhosen heute an, oder? Dankeschön für die Sub-Geschenke an Chris Gerdi, Noschi, Mulmon, Mercury One und Severin Mark. Dankeschön. Dann, Winky, danke für 100 Bits. Vielen lieben Dank. Jannik hat ein Abo an Michael19811 geschenkt. Jannik, dankeschön für das Sub-Geschenk an Michael und Meddi. Dankeschön für... für 52 Monate. Dann, Füchsen haut den Euro raus. Füchsen, mal lieber. Dankeschön für den Euro. Ja, und, Dodger, liggend streepje 76 hout, 500 Bits raus und nochmal 500 hinterher. Äh, hallo? Kevink 22 trägt die Kevim 17. Monat, wie nen Mann einen Raum in dem Lauter Hunden zint? Barkroom gederb. Barkroom, oh Gott. So, Dodger nochmal, 500 Bits. Dankeschön, Dodger, für 500 Bits. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Du hast auch die, Spendierhosen an hier, oder hast wieder Support-Müschli gegessen von dieser berühmten Firma, oder was? Dankeschön. Und, ähm, Kevin, Dankeschön für 17 Monate. Dankeschön für euren Support. Vielen lieben Dank. So, jetzt machen wir hier mal weiter. Ja, ja, ich melde mich. Tschö. So. So, bist du fertig? Ja. Oh Gott, jetzt habe ich Kopfschmerzen, einen Moment. Ja. Ach, nö. Aua, 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 aua. Ja, alles gut, nimm den Ivo, ich warte. Immer hier, sind hier los. So. Kevink 22 schenkt X-Seimtchen einen sap Kevink 22 giftet A tier 1 sap 2 X-Seimtchen. They have given 15 gift subs in V-Channel. So, ich wollte doch noch, ich habe noch gar nicht bei Twitter gepostet, ne? So, was ist das nochmal? Apfel alt S? Genau. So. Während er Kopfschmerzen hat. Ja. Wupp. Wupp. So. So, Kevin, was ist mit dir? Vielen lieben Dank. Moment, ich muss mal eben hier, wo war das hier? Ich brauche mal, äh, den brauchen wir. Mal eben kurz das Ding speichern. Desktop speichern, schließen und das Ding hier wieder auf. So. Ähm, nein. So. So, Kevin, danke schön für das Subgeschenk an Immchen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. So, True True ist auch wieder da. Support ist kein Mord, genau. Aber Mord ist kein Support, ne? Da muss man ja auch klar differenzieren. So. Dann muss ich hier noch die Sound-Einstellung machen. Warum auch immer, habe ich das Discord auf die Soundkarte gelegt. so, dann müssen wir hier mal kurz in die Settings rein, äh, nicht mal ein Discord, mal ein Teamspeak. Oh, ne, es ist, aber warum redet der auf Desktop Audio 2? Das sah zumindest vorhin so aus. Na gut, ist egal. VODs sind eh aus. Ich werde die Sachen, ich nehme die Dinger zwar auf, ich werde die VODs in Zukunft woanders wahrscheinlich hochladen. Das haben sich bestimmt schon einige gefragt, warum die, äh, warum die, äh, VODs aus sind. Ich, äh, speichere die zwei ab, gerade werden alle auf der Festplatte auch gespeichert. Vielleicht werde die wahrscheinlich woanders hochladen. Ja, so. Kopfschmerz, ich bin ja mal gespannt, wie das Kopfschmerz, äh, Problem so ist. Also toll, 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 bis jetzt noch nicht. Ja. Was ist das denn hier? The Hen House. Was gibt's denn hier? Oh. Aha. Gehen wir mal rein. Ich habe den Namen vergessen hier vorhin. Ach, ich weiß nicht. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Tschutsu, mein Lieber, danke schön für das Subgeschenk an Pratt. Bloody liggend streepje Tschutsu schenkt Pratt 0815 einen Sub. Bloody liggend streepje Tschutsu giftet a Tier 1 Sub to Pratt 0815. They have given 17 gift subs in the channel. Alles gut? Könne ich Kaffee haben oder so? Hm. Das war ja nur eine Frage. Hören die mich nicht? Doch. Ja, ich komme dann später nochmal, wenn das so geht. Hallo? Ja? Klar zu machen. Ah, hallo? 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 Ich hatte sie gerade akustisch nicht verstanden. Was haben sie gesagt? Hi. Na? Hi. Na? Na? Hi. Heiner. Heiner. Günter. Günter mein Name. Richtig. Hallo Heiner. Äh. Sag mal Heiner, kannst du mir, gibt es dir was zu trinken? Kann sein, ja. Kann sein, ja. Oh, da kommt noch jemand. Hallo? Na? Das ist witzig. Mhm. Aber uneerfig. Hallo? Na? Wer kriegt denn jetzt einen Kaffee? Was ist denn hier los? Wir haben keinen Kaffee. Ach, ich habe keinen Kaffee. Was ist denn? Wasser. Wasser. Mehr nicht? Ne, nur ein Wasser. Neu, ich bin fertig. Ja, danke. So, äh, ich komme. Also, Chuchu, danke schön. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Alter, ich habe gar keine Kohle, ne? Obwohl, ich kann ja mit Karte wohl zahlen, ne? Einmal dein Wasser. Dessert. Ah, super. Das wären einmal 20 Dollar. 20 Dollar, ja, äh. So, 20 Dollar. Äh, am besten per Karte. Ja, das auf jeden Fall. So, Moment. Ich bin da noch relativ, äh, äh, unbeholfen. Ja, alles gut. So, ich reiche Ihnen das mal, das Gerät hier. Ach so. Ja, so. Einfach Pin rein, bitteschön. Perfekt, ich danke Ihnen. Ja, ich habe zu danken. Vielen lieben Dank. Immer wieder gern. Schön hier, ich kenne das noch gar nicht. Ich war lange, ich war lange nicht hier, schon, äh, wo nicht? Also schon locker über ein Jahr nicht mehr. Ist das hier, wann habt ihr hier eröffnet? Am 21.04. Ach, da müssen Sie meine Chefin hinter Ihnen fragen. Ja, hat sie gerade schon gesagt, am 21.04. Ja, guck, deswegen kann ich das noch gar nicht kennen. Das ist sehr schön hier. Ja, es ist, äh, eigentlich ist es ein Kaffelbar. Ja, ach so. Ach so, ich hatte jetzt gerade nur, ich hatte, mit einem Bekannten war ich jetzt gerade hier. Der musste irgendwie zur Apotheke, der sagte, der hatte Kopfschmerzen und dann war er ganz schnell weg. Oh. Ich denke mal, der holt sich gerade irgendwo was für seine Bimmel und da habe ich nur was mit Bar und Kaffee und was gesinnt. Was hat er sich geholt? Für seinen Pimmel? Was, Pimmel? Bimmel. Ich habe das gerade... B. B, ach so, Pimmel, ach so. Pimmel. Sorry. Ja, nee, also Pimmel habe ich jetzt, äh, zumindest habe ich jetzt... Nein, nein, wir sind eigentlich, es ist gedacht, als Feierabend und Cocktail war. Und vergessen wir es. Ach so, das ist... Ich bin jetzt kaum im Maximum verwirrt. Jetzt habe ich hier mit... Ja, vergiss es einfach. Gut. Hast du denn die U-Life-App schon, wenn du jetzt schon lange nicht mehr hier warst? Nee, ich habe mir jetzt gerade, ich war gerade erst beim Handyshop, ich brauche einen neuen Vertrag, gerade alles neu, äh, abgeschlossen. Wo kann ich mir die, 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 die App denn... Lass mich dir die mal zukommen. Ja. Über deinen Bluetooth. Ja. Ja. Ah. Bluetooth. Muss ich meinen Bluetooth aktivieren? Ich habe so einen, äh, Sony Ericsson. Ja, warte. Ja, ich bleib dran. Genau, bleib einfach mal dran. Alles mit der Ruhe, nicht wahr? Nein, nicht mit dem Handy, nicht mit der Uhr. Handy. Nee, Ruhe. Ach, Ruhe. So. Dann haben wir uns beide einmal versprochen, dann verhört, passt schon. Ja. Wir sind verquiet worden, nicht? Richtig. Warte, ich komme mir schon wieder nie raus. Müsste gleich bei dir Bing machen. Ja. Ich glaube, ich habe dich gerade zweimal über Bluetooth geschickt. Also das Ding ist, diese U-Life-App rettet dir das Leben. Rette mir das Leben? Ja, das Ding ist, es zeigt dir halt an, wo überall Restaurants sind, wo du arbeiten kannst, wo Werkstätten sind. Alles. Oh, das ist ja super. Wo halt Sachen los sind, keine Ahnung, Boxkämpfe. Events. Wann die gewissen Etablissements aufhaben und, und, und. Und auch für euch am meisten Speisetarten. Meinst du hier, äh, gewisse Etablissements hier? Und viele Speisetarten. Und viele Speisetarten. Was sagst du? Nichtnack? Also gewisse, du sagtest gerade, gewisse Etablissements. Meinst du hier, äh. Etablissements, ja. Ja, ja. Ja, ich komme gerade aus Thailand, musst du wissen. Meinst du solche Etablissements? Das Unicorn, das Cluben. Club, Spas, Restaurant. Ach so. Ja, ja gut, da wo ich herkomme, sagt man, äh, gewisse Etablissements, sag ich nicht, zum Restaurant. So ne Puff, ja. Es sei denn, im Restaurant ist, äh, äh. So ne Puff, sagst du auch einfach. Aber irgendwie will das gerade noch nichts bei dir. Nee, ist noch nichts angekommen. Ja, dauert manchmal ein bisschen. Ja. Ja. Nee, der Nächste. Musste ich nicht anstellen, Schätzchen. Hallo. So, hi erstmal. An alle, die dir dazugekommen sind. Kommt, halt einfach mal ein bisschen knuddeln. Was, dicke Luft? Was finde ich dicke Luft? Na? Kommt, knuddeln und bleibt nicht so lange weit weg. Ja, so ungefähr. Ah, also irgendwie. Wie heißt du denn, wenn ich fragen darf? Äh, Günther ist mein Name. Günther Matuschek. Hallo, Günther. Hi. Ich bin Frank, freut mich. Oh, ich glaube, es war Ding noch mal. Hi Frank, kannst du mich Günther nennen? In Ordnung, Günther. Ich glaube, es hat Bing bei dir gemacht. Oh ja, ich glaube, Moment, ich muss mal eben mein Teil rausholen. Moment. Hol mal dein Ding raus. Christian, ich habe, das ist nicht wie, ich habe mein Teil, das ist ganz neu. Ich kann da noch nicht so gut mit umgehen. Dein Ding? Was denn, das ist ganz neu. Hallo, kann ich was für dich tun. Hallo. Oh, okay, immer noch nicht. Ah, jetzt habe ich es bekommen. Oh, das ist ja Knorke. Und wenn du jetzt zum Beispiel unsere Speisekarte finden willst, müsstest du auf Gewerbe gehen. Klubs und Bars, Hennhaus und dann siehst du da die Speisekarte verlinkt. Warte mal, ich muss jetzt gerade mal, wo muss ich auf was, auf Gewerbe? Genau, auf Gewerbe gehst du. Ja, Klubsen, Bars. Genau, Hennhaus. Hennhaus, ja. Und dann gehst du auf weitere Informationen oder in dem Text ist es auch verlinkt. Ach, das ist ja klasse. Das ist ja eine tolle App. Genau, und da siehst du dann auch unsere Speisekarte. Wir sagen es lieber so, als wenn wir dir halt eine Speisekarte zustecken, die du in zwei Tagen wieder verlierst. Hallo. Weißt du? Kennen wir uns schon so lange? Das ist richtig. Nein, aber es verlieren 95% der Leute die ganze Speisekarte. Ja, das ist richtig. Und dafür habe ich auf meinem Handy immer so einen kleinen Ordner. Ja, genau. Hallo. Hallo, schön, deine Nächste Mütter. Was kann ich für dich tun? Hi. Redest du schon mit mir? 17. Hallo. Was kann ich für dich tun? So. Hallo. Hallo? Hörst du mich? Hörst du mich? Ja, ich hab heute mein sexy Kleid nicht an. Also, ich werde ganz mehr Schuhe hier. Die reden die Männer heute nicht mit mir. Ja, aber du bist doch immer sexy. Ich glaube, ich muss mein sexy Kleid wieder anziehen. Aber du bist doch immer sexy. Oh, ist doch nicht süß. So, hörst du mich? Hallo? 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 Hörst du mich? Hallo? Das sagt der Richtige. Ja, ich hör dich. Hallo? Ja? So, was kann ich für dich tun? So. Jetzt hab ich das auf der richtigen Audiospur. Das TS war auf der falschen Audiospur die ganze Zeit. Mach ich die fertig. Oder war ist mein Bike an? Wer ist an? Wer ist an? Okay, du hast ja auch so ein schickes Moped. Ich war gerade mit meinem Kumpel hier. Wie ist ein Name? Ich glaube, Finn heißt. Der hat mir gerade so Leute gezeigt. Da standen ganz viele Motorräder in der Nähe von so einem Taxi-Unternehmen. Mach ich die fertig. Na, das ist der Lost Süd. Wer ist das? Lost wer? Lost Süd. Lost Süd? Ja, mein Kerl ist der Secretary von denen. Ach, guck mal, der ist Sekretärin. Das ist doch super. Hat der, wisst ihr, Bürokaufmann oder das hat der gelernt? Nein. Das ist ein Rang einfach bei einem MC. Ach so. Ich dachte, Sekretär, das ist ja krass. Ich hätte gedacht, die hätten bei so einem Moped-Club so irgendwie was hier, Man at Arms oder so was, habe ich schon mal gehört. Genau, sowas halt. Ja, aber Sekretär, das, er hört sich aber nicht cool genug an. Sekretärin halt. Ja, Sekretärin, okay. Okay. Da habe ich aber kein Sekret gut, das, um Gottes Willen. Das wäre ja was gewesen. Und lass mich raten, der, der hat auch nichts mit Schreibkram zu tun, na dann. Ja, also, er ist halt dafür da, um Kontakte zu knüpfen mit anderen und, ne? Ja. Sein Führer ist immer auf den neuesten Stand zu bringen, so. Ah, okay. Verstehe. Aber hast du dir unsere Speisekarte jetzt angeguckt? Ich habe sie mir angeguckt, da sind auf jeden Fall eine Menge Cocktails drauf, auch wenn ich, äh, noch fahren muss, obwohl, bis ich fahren muss, dauert noch eine Zeit, habe mich kein Auto. Äh, also kann ich auch ruhig die alkoholischen, äh, Cocktails nehmen. Ja, wie du möchtest, ne? Ich wollte nur, dass du das halt auch siehst und am besten empfehlen, für den Tag so zum Essen können wir dir unsere hausgemachte Limonade, unseren Blue Bull als Getränke oder halt unsere Sandwiches zum Essen. Ja, die, die Sandwiches habe ich ja schon, äh, gesehen, also die sehen ja wirklich sehr gut aus. Äh, könntest du mir einfach wohl mal zwei Club-Sandwiches machen, ich würde die gerne mal probieren, ne? Aber klar, mach ich nicht. Ja, und so, äh, äh, so'n Bull. Und so'n Blue Bull. Also, zweimal die Club-Sandwiches und ein Blue Bull, ja? Ja, ne, mach mal, mach zwei, auf einem Bein können wir nicht stehen. Ah, ja, wunderbar. Wunderbar. Mach ich den fertig, ja? Ach, ja, super. Hörst du mich? Hallo? Ja, hallo, es geht scheinbar wieder. Ist das hier, ist das hier die Begrüßung in dem Lokal, dieses Hallo? Hörst du mich? Und dann um die Leute? Ja, es ist gerade ein bisschen schwierig. Ja, immer nur, wenn die Luft so'n bisschen dick ist, dann die Sprache verschwärbt. Ja, hallo, die Luft ist dick, deswegen dieses Hallo, hallo. Sonst begrüße ich eigentlich alle, was kann ich für oder gegen dich tun. Hier in der Insel ist manchmal die Luft so dick, das beeinflusst die Ohren und die Augen. Weißt du, ich weiß? Tüten-Dackel, moin. So, Günther, dann wären wir bei 130 Dollar. Ja, kann ich mit Karte auch bei dir zahlen? Aber selbstverständlich. Das wäre super. Oh, mein. Bitteschön, einmal das Kärtchen drauf, Pin eingeben, Grün bestätigen. Ja, so, Pin, Pin eingeben und hier unten rechts da bestätigen, ja. Wunderbar. Super. So, dann kriegst du einmal die Sandwiches und die beiden Blue Ball. Dankeschön. Bitteschön. Immer mehr. So, ich muss den Namen immer ein, zweimal aussprechen, dann kann ich nochmal. Fanny. Fanny. S-U-N-N-Y. Ach, Sunny. Sunny, okay, alles klar. Inhaber von dem netten Shoppen hier. Ja, perfekt. Dann werden wir uns eh noch öfter sehen. Gefällt mir nämlich sehr gut hier. Ja, wunderbar. Freitagstag. Okay, sag mal, wo ist denn hier die nächste Apotheke? Der kommt gar nicht mehr wieder. Hier ist links die Straße einfach runter. Der mit seinen Kopfschmerzen kommt gar nicht mehr wieder, aber ist auch egal. Notfalls ruf ich mir ein Taxi. Ja, die Taxis sind hier eigentlich recht gut. Ja, okay. Was kostet Taxi hier? Das ist ganz unterschiedlich. Wenn du runter in die Stadt musst, könntest du schon kosten. Könntest du was? Na gut, hab ich mir schon gedacht. So 3000 zahlst du eventuell da schon. Oh. Ich kann dich aber gerne mit runter nehmen. Ich muss da eh hin. Und das wäre super. So, jetzt muss ich nur noch gucken. Ja. So. Wie esse ich denn? So, ich muss leider einmal Nachschub holen. Guck ich gleich mal. Weiß, wenn wir uns nicht mehr sehen. Ich wünsche euch, was ihr beiden... Ja, Sanic, sü! Was ist denn? Wieso Aura? Ich weiß nicht, wie man isst, ne? Wo war das? Muss ich da drauf und dann auf mein Gesicht? Oder rechte? Oder E? Arbeitslosengeld, das ist schon mal gut. Äh, benutzen... Doppelklick oder sowas. Scheiße, ich muss echt mal wieder reinkommen, ne? Ich muss das irgendwie benutzen. Ne, hier ist... Ach, warte mal, hier ist ein... Äh, da haben wir wegwerfen und da haben wir benutzen. Warte mal. Jetzt hat er es getrunken. Ah, wunderbar. Und Club-Satwich dann auch. Ach, guck, das ist ja easy. Und jetzt gönne ich mir das hart, oder was? Oder... Ah, jetzt ist... Ah, alles klar. Ich dachte, ich muss so mit E interagieren. Dresch. Ach, ich glaub, da kommt er. Ne, du dich. So, wann fährst du denn in die Stadt, sag mal? Wenn du los willst. Ach so, ja, ich... Du, ich wollte... Ich richte mich nach dir. Wenn du schon so lieb bist und mich mitnimmst, will ich dich jetzt hier nicht wegscheuchen. Ja, ne. Ja, alles klar. Ja, ich... Äh, tschüss. Ciao. Tschüss. Ich muss sie mir mal merken, wo das hier war. Stuhl hier so. So. Ist das dein Hobel hier? Ne, der weite. So. Ich bin schon gefordert. Schicke Karte. Der weite, kleiner Gärtner. Oh, der ist aber auch schick. Und vergleichbar zu den anderen Autos. Anstellungen vergessen? Ach so. Ja, natürlich. Äh, bitte machen's. Jo. Wo muss denn genau hin? Stadt. Würfelpack. Da in die Richtung. Ja, Würfelpack ist immer gut. Ja, genau. Da wird aber in letzter Zeit nichts zu... Wieso kann ich mich hier in diesem Scheiß... Ah, jetzt. Ja, egal. Bring mich einfach mal da hin. Ich muss Kontakte knüpfen. Hm. Kontakt ist immer gut. Okay, schau ein bisschen lauter ein Auto, ne? Unbö. Bisschen, ne? Aber muss so. Ja. Und was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Womit verdienst du dir deinen Unterhalt? Also, ich... Ja, also du. Bäcker? Bäcker? Ja, ich mach Mehl. Mehl? Ja. Aha. Getreidemälen. Getreide? Wie arbeitest du an... Aber da bist du an einer Mühle. Ja, genau. Ha. Oder ich bewerbe mich gerade als EMS, also Sanitäter. Oh, auch schön, auch schön. Ja, ich bin... Mir hat man angeboten, bei der Taxi-Leute... Taxi zu fahren. Ja, die Taxi-Leute sind cool drauf. Ja? Ja. Ja, warum auch nicht? Was mit dem Inhaber? Der ist genau besonders cool drauf. Ja. Ja, der wollte... Der... Da wollte mich wohin jemand... Äh... Wenden vorstellen, aber... Äh... Ja, war wohl nicht da, der Inhaber ist. Wollte nicht. Freie oder was. Keine Ahnung. Kann sein, ja. Wer heißt du eigentlich? Äh, Günther. Entschuldigung, wir haben uns noch gar nicht vorgegeben. Ich bin Günther. Ich bin der Jonas. Jonas, grüß dich. Ja, aber er nennt mich Günther. Nee, nicht Günther. Günther hat mich immer nur die Mama genannt, wenn ich frisch war, weißt du? Ja, ich kenn ich. Wieso, hat der eine dich auch Günther genannt? Nee, ja, mein Dad. Ich bin auch gewachsen, mein Dad. Ah, okay. Was klemmt der Gang? Nee, ich fahre 100. Eigentlich ist 90 gelaufen. Und da waren gerade Polizisten. Ach so. Ah. Die hat mich heute auch schon mit zwei Meilen pro Stunde mehr, also, angehalten. Sind die so kleinlich? Mhm. Also manche, ja. Ja. Ja, aber zwei kmh, was kostet denn das? Zwei Meilen. Also, ich hab nen Du-Du-Du bekommen. Was? Din-Li-Du? N' Du-Du-Du. N' Du-Du-Du? N' Du-Du-Du? N' Du-Du-Du? N' Du-Du-Du? Ach so, ne Verwarnung. N' Du-Du-Du? Ja. Okay. Neos da, hei. So, wir, ich war, seit über einem Jahr war ich nicht im Starte. Sag mal, öh, was ist hier Ambach hier? Was, was, was muss ich, was must, must know? Was muss ich wissen hier? Gibt's irgendwelche Sachen, wo ich auf jeden Fall drauf achten muss, was ich wissen muss? Also farbentechnisch, alles zusammen und lackieren kann, die man machen, was du willst. So wie ich mitbekommen hab, ist es denen egal. Ja, das ist ja super. Ich lackier mir die Füße, nämlich gerne mal schwarz. Kannst du machen. Das ist gut. Es könnte sein, dass sie dich darauf ansprechen, ob du zu denen gehörst, aber du kannst dir das sagen, ja. Echt? Haben wir eine Gruppierung mit schwarzen Fußnägel? Das weiß ich nicht. Ja, ja gut. Auch wer wir sehen. Das ist dritte Dresche. Das seh ich, Dresche. Das seh ich Dresche. Das ist ja auch für Nordschleife. Das seh ich. Das solltest du vielleicht auch nicht reinfahren, so unbedingt. Ja, die sind ja einfallsreich, was die Autolackierung angeht, oder? Ja, blau. Es gibt auch gelbe, die sind unten am Strand. Ja. Sind das so müchtig, Jens? Das weiß ich nicht. Ich hatte mit denen noch nicht so viel Kontakt. Tragen die auch alle eine blaue Unterhose? Ich denke schon, oder? Die haben auch alle die gleiche Mama, denke ich mal. Kann man sich bestimmt vorstellen. Ja, kann ich ja mal nachfahren. Ja, bestimmt eine kleine Mama. Ah, Günni und Gangs. Das ist immer so eine Sache. Das endet immer gefährlich. Das ist immer so eine Sache. In der Stadt musst du immer besonders verpassen. Ja. Wie Spaß. Mit Ampeln, also. Ja, okay. Alter, sind Ampeln gesund mittlerweile, oder was? Uff. Bei so Bereichen, ja, halt. Ja, ja, das ist wichtig. Also, wenn die Ampel rot ist, sehen die Kopf das auch so? Ja. Echt? Seit wann ist das denn? Cool. Schon lange Zeit, so. Ja, wie gesagt, ich war lange in Thailand. Ja. Ich bin seit drei Monaten hier, mit einer langen Pause. Ja. Er ist von einer fünf Meter hohen Wand gefallen, der Stuntman. Oh. Das ist vielleicht nicht, da muss ich mich unter der Woche immer gut kümmern. Oh. Aber Wochenende bin ich immer hier. Er hat sich viel getan, muss ich echt sagen. Günni ist wieder da, ja. Das stimmt, ja. Wo ist denn hier, ein Würfelpark ist nicht mehr so. Was denn sonst? Was ist denn hier sonst der Place to be? Also, sehr viele sind tatsächlich an den Verarbeitern. Die stellen sich da zum Teil nur hin zum Quatsch. Habe ich heute auch... Was, bei wem? Bei der Mehlmühle. Ach du Scheiße, ja. Da standen heute 15 Leute und 15 Leute und 10 davon haben gequatscht. Okay. Oder beim Erdbeerfilz stehen auch manchmal ein paar Leute zum Quatschen. Ja, da sehe ich mich ja gar nicht am Erdbeerfilz, ne? Ja, sonst. Alter, was ist das denn für gar nicht das Auto? Ich stehe auf so Pickups, ne? Ja. Gut, dann lasse ich dich ja raus. Alles klar, du, ich danke dir vielmals. Ich muss mal gucken, wo ich bleibe. Ich danke dir. Dankeschön, Dankeschön. Ja, gern. So, ach, ich muss mich mal abschnallen. Ich habe mich schon gewundert, warum ich nicht rauskomme. So, wir sehen uns mal lieber. Ja, ich hoffe doch. Ja, ciao. 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 Guten Abend. Guten Abend zusammen. Ja, guten Abend. Was, bitte? Na ja, na klar. Also, Herr Klose, dem Mann müssen Sie aber nicht unbedingt nachmachen. Das war aber sehr unhöflich. Ja, warte, ich habe, 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 ich das richtig verstanden? Dann hast du mir jetzt nachgeifft, oder was? Ich doch nicht. Immer ganz total scharf. Na ja, na klar. Ja. Ich würde nie jemanden nachhelfen. Ja, der ist ja gut. Ich habe, ich habe, ich habe, ich jetzt erst, äh, äh, habe ich gedacht. Deswegen. Ach so, nö, nö. Ja, nö, da war ich ja direkt mal lieber nach, wo nicht? Naja, alles gut. Ja, dann schon gut. Sie sind, Sie haben ja auch eine sehr liebliche Stimme. Sind Sie Brüder? Wer? Ja, Sie und der Herr Klose. Ich kenne Herrn Klose noch gar nicht. Wer ist denn jetzt schon wieder Herr Klose? Hi, Mausi. Na ja, Spatzenmausi, was geht an? Wie siehst du aus? Er ist auch warm, ne? Ja, nee. So, ich habe gerade Scheppert meine Hände gegeben. Aber wir sehen, ich, äh, welcher Scheppert? Ja, Frau Scheppert. Ach, du grüne Leute, ich habe mich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wie, die lebt noch? Ja, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber, ja, gut. Ich musste eine Blutung stoppen. Wie? Äh, wieso? Wenzel, nein. Ja, wir wurden gerade eingeseigte und wir wurden bedroht und alle. Ich wurde von so einem Gast eingestellt und die hätten fast auf mich geschossen, wenn sie sich nicht irgendwie entschuldigt hätte oder sonst was. Du, du sage mal, Schätzlein, meinst du, du bist nicht langsam zu alt für den Scheiß? Ja, habe ich auch gedacht, aber anscheinend nicht. Mit wem habe ich denn hier gerade in der Runde des Vergnügen? Das ist, ey. Er hat Klose mit der Hose und, äh, ihren Namen kenne ich doch nicht. Äh, Matuszek, auch mit Hose. Matuszek auch mit Hose? Ja, aber nicht so förmlich, einfach Günni. Was ist da, in der Günni, oder? Da kommt einer mit seiner ganzen Truppe ranmarschiert. Danke für deinen Haust. Günni? Günni, ja, richtig. Ja, wie gullig, nur mit N. Moment, heißt du Günther oder Günni? Ich heiß nochmal Günther Matuszek, aber man nennt mich eigentlich nur Günni. Weißt du, was uns beide trennt voneinander? Nee. Die Übündchen. Die hast du und ich hab die nicht. Ich bin Herr Günther, grüß dich. Ach, hör mal, das ist ja ein Zufall. Günther, da ist, man, das ist, als wenn wir wurden quasi bei der Geburt, äh, getrennt quasi, oder was? Ist dein Vater? Nee, nee, also unsere Mütter waren... Patrick, danke schön für deinen Hose, danke schön. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Was gab's bei euch? Geschöhn. Wir sind gegeneinander in der Mitte gestoßen und sind wieder zurückgeflogen. Ja. Deswegen haben wir uns nie getroffen. Jetzt wird mir jetzt aber langsam ein bisschen schweinig. Wieso? Darauf stehst du doch. Was? Was ist denn jetzt daran schweinig? Okay. Ja, dieses in der Mitte treffen, hallo? Ja, wo, denn, wieso wird... Ja, wo, denn, wieso wird... Ja, wo, denn, wieso wird... Und jetzt sagst du, dass in der Mitte treffen ist... Ja, sowieso, du hast doch eine Hose. Herr Klose mit der Hose, und hören Sie mal, das war nur zu Schutzzwecken. Ach so, oh, okay, okay. Ist trotzdem geschlossen für Sie? Ist das denn eigentlich dein Name, oder ist das nur so ein Schüttelrat? Nein, ich bin, ich bin Paul, und Klose ist mein Nachname. Aber jetzt nicht irgendwie mit, äh, Lose. Also, in der Hose. Nee, der hat ja auch eine Herrenboutique im Wuppertal. Jetzt blick ich nicht mehr durch. Nee, ich hab einen Comedy-Klopfen in Los Santos, aber... Ich werd bekloppt. Ich weiß nicht mal, was ist Wuppertal? Ich werd so ein bisschen mit Schu... Na, Wuppertal, na, Wuppertal! Ist das eine Schwuppertal? Nö. Leute, Würfelpark hat sich auch nicht verändert. Also, definitiv, der ist immer noch crazy. Ich kenn... Ich kenn... Ja, kennen wir uns? Wir fahren mal eben ins Krankenhaus, Leute. Oh, gute Besserung. Tschüss. Oh Gott, da kann... Nee, steigen wir nicht rein. Sö, mein Mädels, ihr wisst auch nicht, was ihr machen wollt, oder? Ja, aber wenn da was passiert, soll ich euch eben hinfahren? Soll ich euch schnell hinfahren? Nee, wir fahren mit meiner Sophia, alles gut. Oh. Dann, äh, liebe Grüße. Oh Gott, wie soll ich mit den Frauendreier oder was? Ich hab gedacht, du wolltest mit Tanisha fahren. Ja, bei meiner Sophia. Bin ich jetzt der Keks, oder bin ich jetzt gerne? Ich dachte, wir fahren woanders hin. Wieso Werner? Also, aktuell bist du ein Keks. Okay. Nein! Ohne Ülstriche. Oder was? Ich werd kein Bock... Aber ich werd hier noch komplett dule. Ich hab nur Angst, dass wir uns gleich nicht wieder verstehen. Ich glaube, das ist... Ich muss... Oh Gott, mir wird ein bisschen schummrig. Ja, nee. Ich glaube... Oh. Zieh die Jacke aus, es ist warm. Durchatmen. Einfach mal ausziehen. Das hilft immer. Warum soll ich denn mich jetzt ausziehen? Na, weil es sexy ist. Mach mal, mach mal das so. Damit du... Damit deine Haut mehr Luft kriegt und dann ist es nicht mehr so schummrig. Ja, ich werd aber ein paar Leute mitnehmen, oder? Ja, dann müssen wir mit einem anderen Auto fahren. Na, oh, du bist richtig behauptet. Wo ist denn mein... Oh, das wollte ich jetzt aber so auch nicht. Das ist ja wie ein Lappen. Ja, ich sag immer ein Pulli drunter, wo nicht? Ach, naja, na klar. Ja. Machst du dich gerade an meine Schnecke ran, oder was? Schauen Sie mal, kann er leider nicht mit dienen. Was? Wer? Oh. Na, naja. Ja, du dich jetzt an meine Schnecke ran machst. Nee, du, ich hab... Nein, Schnecken ist nicht so mein Fall. Was heißt denn das? Sag mal, Gute, so schreibe ich mich nicht zum Ölben, ja? Seid ihr zusammen, oder was? Ja, okay, ich muss mich jetzt bitte... Ich rufe mich dann später an, ja? Was seid ihr? Guten Tag, Guten Tag, Guten Tag. Ja, hi. Seid ihr zusammen, oder was? Oh, jetzt hab ich mich an Mops gekommen, Entschuldigung. Äh. Ihr seid ja... Ihr seid ein Paar, oder was? Wer denn? Ich weiß nicht, wo du hin solltest. Was? Ich weiß jetzt nicht, also... Oh mein Gott. Was ich... Ich mach mal... Was soll das? Was soll das? Was ist das? Warum macht ihr das? Was ist das? Was soll 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 das? Hast du mir jetzt gerade vor mein Gottverdammtes Knie gespuckt? Ja, damit's eingeölt ist. Was heißt eingeölt? Jetzt ist meine komplette Buchse versifft. Jetzt ist... Ekelhaft. 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 Aber das geht ja nicht um... Dann ne. We? No Unzuhl TE- No Ja Mä, Entschuldigung... Ich hab's akustisch nich verstanden. Knяж! Aber warte mal... Ich sen... ...äber die Östriche sind noch da, ist nur das U weg! Jajaj Knirten. Ich versteh's auch noch nicht... Ich lese mich rein. Hrrr tssważ... 규kgde ...sack... Yearsig. Wie gesagt, ohne Spaß. Ich hab keine Ahnung... Ich weiß dir, du erzähl wirklich! Ihr seid wieder! Ah, Gunter! Richte nichts auf! Ohne! Ihr fahrt mich doch! Ist das jetzt mit oder ohne? Knut! Knut! Ja! Bitte hör auf! Wie Knut! Frisse halt! Bist du ein Knut? Ein trockenes Stück Knut? Du sag mal hier... Wie hieß denn deine Nummer von der Bottle of the Trump Von wem? Auf der Bottle of the Trump, was ist denn? Wie ist denn deine Nummer hier? Von der Neisigkeit hier Meine Nummer? Teflon, oder was? Ich hab Angst Nee, ihr Gasleitung Gasleitung? Weiß ich nicht Ich... Ich... Ich hab's noch... Ich hab's noch... Ich... Es ist so geil, wenn die Männer sich unterhalten und beide sich nicht mehr verstehen, weil das hier Gerät schwach ist Also meine... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Hier geht der Empfang auf jeden Fall wieder ein bisschen besser So, ein bisschen Ganz kurz aufschreiben Oh Gott Dann funktioniert das auch wieder Ja, ja Ja, vielleicht wird er jetzt besser Ach, Jigs? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal 6 1, 2 7 3 9 Ruf mal kurz durch, damit ich seh, dass das hier richtig ist 4 7 Warte mal, warte mal, warte mal Warte mal, warte mal, warte mal Warte mal, ich geh mal, hier hab ich Ah, hier ist besser, hier hab ich wieder vollen Empfang Kannst du mich hören? Äh, hier ist besser, ne? 4 liggend streepje, Rian, liggend streepje, Olftrecht, ich hab in 6 Monat Ich denke mal, also, meine Nummer ist 5 5 5 8 6 8 6 1 0 1 3 2 1 3 2 2 Stunden 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 5 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 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 8 7 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 12 12 10 10 10 11 10 ECH آ 11 12 12 17 12 12 Ja, ein bisschen leiser reden. Wir brauchen ewig hier, um eine Nummer zu ziehen. Ja. 60, ja. 50. 52. Und die 5. Und Zusatzzahl 5. 60. So, wenn ich dich jetzt anrufe, dann klingelt's. Aber... Guck mal, da ruft jemand an. Ja, geh mal an. Moment, ganz gut, entschuldig's. Entschuldigung, ja? Ja, klar, ja. Gunde, ganz am Apparat, Sie stören, wir hören. Guck mal, kleine Praline, Schnapspraline, das wär jetzt auch was schönes. Ja, weiß ich, ich wollte jetzt eigentlich grad meinen Gumpel Gunde anrufen. Wen hab ich jetzt am Apparat? Lecker, lecker. Der Herr Kassler. Wie der Fisch? Richtig? Ja. Ja, ich hatte vorhin einen Kassler, der war wie ein Braten. Aber gut. Ne, da hab ich mich verwehlt. Ich wollte eigentlich den Gute an. Dann entschuldigen Sie bitte. Oh! Ich hab's verwehlt. So ein Vergleich nochmal an, dann sollte es passen oder so. Ja, alles klar. Auf Wiederhören. Super, super. Ja, toll, 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 super, super. Das kann gar nicht sein. Vor 15 Minuten stand ich da auch. Üben Sie doch nicht! Irgendwas stimmt, glaub ich, mit der Nummer nicht. Ich hatte da jetzt... Du weißt nicht, du weißt nicht, wenn er keinen Eingrufen hat. Oh ne, warte. Ja, so ein Vollidiot, der irgendwie einen Herr, eh... Was meinen Sie, Herr Klose oder Hose? ...Kasslerbraten haben wollte oder so, so einen Gunter oder so. Ja, ich hatte gerade... Ich hatte einen, der gerade... Ich hatte den gerade am Telefon, den Kasslerbraten. Wenn ich das nichts ausmache. Ja, ich... 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 Ich rufe dich mal an hier. Ruf dich mal kurz an. Ja. Ja, guck mal, ob wir gestört sind. Warte mal. Warte mal. Oh du, warte mal. Jetzt klingelt gerade mein Telefon. Ja, gleich. Oh ne. Äh. Ne, das stimmt nicht. Braten... Katusek... Mat... Matusek? Nein. Hallo? Hallo, Matusek? Hallo? Oh. Ich habe gerade aufgelegt. Äh. Ist aber ärgerlich. Äh. Ey. Hallo? Oder? Hallo? Hallo? Ne, doch nicht. Geht. Hallo? Hören Sie mich? Ja, ich bin hier. Na, ich? Hallo? Wie gehe ich denn mit dem Sche... Ne? Wer ist denn da? Können Sie mir Ihren Namen nennen? Ja, ich sehe, wer neidu. Ich sehe, wer neidu? Aber wirklich? Ne, ne... Also... Ne, ich und ich... Ne... Ja... Ich hab was? Oh... Ich... 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 Ja... Ich hab doch gar nicht angerufen. Sie haben doch angerufen. Hab ich angerufen. Das... Haben Sie sich verwählt vielleicht? Wo ist ein Dings jetzt hin? Das kann sein. Ja. Ich bin auf jeden Fall der Herr Glück. Ja. Günther? Bist du's? Nein, ich bin Günther. Ja, ich bin Günther. Ja, ich... Sag mal... Günther, ich hab grad so'n Problem. Ich hab mein... Ich bin grad... Du bist denn in der Legasthenie verfallen. Ich kann nicht gehen, obwohl ich ein Handy in der Hand hab. Ich kann kein Multitasking. Hilfe! Ja, dann... Du... 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 Ich kann nicht... Ja, wie soll... Ich soll... Ich soll... Ich soll... Also... Du wohl... Jetzt lass dir mal was anfallen. Ja, Moment. Du gehst doch fischeln, ne? Manchmal. Ja. Ja, so. Und wenn du nach fünf fischeln, ne? Ja. Wenn du nach fünf fischeln, ne? Wenn du dich bist, kannst du dir schön... Ja. Ja. Mit sich führen und alles. Ja. Und dann nachher zu Hause praten und... Das... Das ist richtig. Da... Da hast du eigentlich vorkommen recht. Genau. Wer ist denn da überhaupt? Ich soll halt drauf. Ich bin der Gunter. Ach Gunter, grüß dich. Du... Dann hat das jetzt geklappt mit der Nummer, oder was? Ja, sie sind grad bei... äh... äh... Bei Rentner-Sportverein. Tun und bist zur Urne. Was kann ich für sie tun? Hallo? Hallo? Ja, was kann ich für sie tun? Ja. Alles. Ich hab... Sie haben angerufen. Also... Okay. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Wenn ich hier... Hier... Hier ist gut. Hier ist gut. Hier ist gut. Perfekt. Hier ist super. Ja. Fantastisch. Das ist... Ich... Ich steh am... äh... 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 Park... Würfelpark. Ach so. Ach so. Ja. Was sehen Sie so? Ach so? Im Moment guck ich auf meine Hände... Und ich... ich seh... Ich seh... äh... 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 Ich seh ein paar Damen. Aha. Ja. Und... was ist so ein paar... Ich dachte schon irgendwie sowas... Ich dachte schon irgendwie sowas... Ich weiß nicht jetzt. Ich weiß nicht jetzt. Weil da hab ich jetzt... Da ist... Auf der Karte. Da hat uns jemand gerufen. Ja, geh. Moin, Opie. Was? Wegen Tittenbar? Was? Ja, da kommt sie zu spät. Sind leider gerade weggelaufen. Uh... Die Bar? Äh... Äh... Nee, die Titten. Oh, jetzt... Gibt's wieder Schläge. Auf das! Schau mal. Aber ihr... Aber ihr... Aber... Ach so. Oha. Ja. Apfelkrautchen. Hi. So. Lange nie mehr bei Herr Peso gelacht. Dieter. Oh, ich hatte auch schon lange gekannt. Da... Ja, gut. Reicht jetzt. Okay. Nö. Gunther, seid ihr schon lange zusammen? Was? Seid ihr schon lange zusammen? Ich kenn sie seit... einem Tag. Ach so. Nee, ich bin ganz lange mit ihr zusammen. Ja. Sie ist reserviert für mich. Okay. Ähm. Seid ihr schon seit der Kindert versprochen? Und jetzt pass mal auf... Jetzt... Pass mal auf wie ich... ähm... Gunther, tut mir leid. Dein Korkenzieher ist für mich ein bisschen zu klein. Sie ist... Sie ist reserviert für dich. Hast du sie angeschlägt? So... So aller Mais? Nee, eingepinkelt. Was? Oha. So, der Dude. Ich danke dir. Ich muss mich ja bei zwei Leuten... Ja! Pass mal auf... Wie ich jede... Wie ich jede... Wie du jede Frau ohne den Finger wickeln kannst. Ja. Die Dame, ey? Naja, eben. Mhm. Die Dame, ey? Ja. Ja. Die Dame, hey? Hallo. Hallo. Was? Die sind heute sehr, sehr besoffen. Weil wir ja alle wissen... Besoffen. Die Abkürzung für besonders offen. Entschuldigen Sie, ich hab grad nicht verstanden. Meine Mütze ist mir grad über die Ohren gerutscht. Was? 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 Hä? 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 Du wolltest sie doch am Finger haben. Also... Ja. Wollte er. Ja, ja. Lassen Sie uns nicht übersprechen. Das hat jetzt nicht geklappt oder was? Hör auf! Nicht hochheben! Nicht hochheben! Was machst du denn da? Jetzt bist es... Hast du Energy oder so, ne? Was fehlt das da? Hey! Jetzt haben die Schnurz hier am Stiel. Ich bin selber schuld. So. The Ryan, ich danke dir für sechs Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Und der Dude, dankeschön für 21 Monate. Dankeschön. Genug gesagt. Nimm nicht alles in den Mund, was du an den Fingern hast. Okay. Ich sag mal, Gunther, sind deine Tipps, äh... Ich weiß nicht. Die sind messerdicht. Ja, das hoffe ich. Hä? Ja, das ist... Und kommt Arme. Und kommt Arme. Hm, und kommt Arme. Ja, du. Hey? Wer jetzt? Ja, du. Ach so. Und Sie haben einen Comedy-Club, Herr ohne Hose? Ja, Conner. Immer noch mit Hose, aber ja, hab ich. Herr Krause war richtig, ne? Die Kruse. Klose. Ach, oh Gott, ja. Herr Klose klippt die Hose. Mein Gott. Ich kann mir doch Namen so schlecht merken. Ich bin ja auch schon ein paar Tage älter. Ich bin jetzt schon 53. Das sieht man Ihnen aber gar nicht an. Ja. Was? Die ist, die ist da gerade aus dem Buchs gefahren. Wo ist denn ein Würfel? Ja. Warum? Was? Wieso? Warum? Ah! Gehst du wieder auf dem Topfro, oder? Kunter, Kunter! Jetzt hör, oh Kunter! Ja, zum Glück hattest du deine Beine zu, sonst hättest du Angst auf. Ja, Kunter wird wieder munter. Man merkt's. Ja, also nie und auch immer geil. Das ist immer mein Lebensstil, denn ich bin der Kanzler von nebenan. Ich schreibe auch... Der Kanzler? Na ja, na klar. Ach, Kanzler. So wegen deinem Namen, oder was? Ja, ich... Deswegen... Du bist doch Kanzler. Ja. Wir waren gestern gemeinsam an der Tür. Beim Boxen. Äh, du, du weißt... Ach, das war ja gestern, gell? Was hat... Sag mal, könnte ich mal... Was hat das mit diesen Boxen auf sich? Das wird, äh... Das wird von irgendwem ausgetragen. Ich glaub, von so einer Werkstatt. Kann das sein? Nee, von dem, von dem, äh, hier, Sieg-Gales-Restaurant, glaub ich. Ja. Sieg-Gales? Ja, ja, Codys. Codys? Codys macht das, genau. Das ist ein Burger-Nerd. Kenn ich nicht. Ja, lauter klopfen Sie per Tritt mit dir. Komm mit, komm mit. Ich... Komm mit. Komm mit mir ins Abenteuerland. Auf eine weitere Reise. Komm mit mir ins Abenteuerland. Was kostet denn der Eintritt? Hey, ich glaub... Oh. Darf ich mich an dir festhalten, oder soll ich mir hier unten am... Wo pack ich mich denn jetzt? Okay. Äh. Ich halt mich an der Stange fest. Ja, natürlich. Super. Da. Ich hab jetzt gedacht, du hättest ja vorher mit dem Schlauch drum gebunden und sich dann... Aber naja. Ja, lass mal mal so stehen. Ja, genau. So sieht's aus, hier. Ja. Ich war seit über einem Jahr nicht, äh, hier, ne? Ich hab jetzt nicht so viel verändert. Kenn keine Sau mehr. Ja, jetzt hast du ja mich schnell. Ich war in Thailand. Wie du warst in Thailand? In Thailand war jetzt über ein Jahr. Entspannungsurlaub, oder was? In Bumsinn, ähm, Spannungsurlaub hier. Äh, Bumsinn macht die Beine schwach, Mann. Bumsinn macht die Beine schwach. Also dann, äh, hier, Entspannungsurlaub, oder was? Ja, ja. Das ist, äh... Ah. Hier, Goldies, hier. Ah. Was machen wir hier? Ja, das ist der Bürgerladen. Ich hab's besucht. Ach so, das Bürgerbüro, oder was? Nee, nee, Burgerladen. Ach, Burger, Burger. Da kannst du Burger holen. Wie sieht, das sieht aber aus wie Sau hier vor der Tür, ne? Du musst ja nicht draußen essen. Ja. Aber hier ist der Bumsclub hier hinten. Oh, Bumsclub ist gut. Nee, um... Geh Bumsclub. Ha? Ein Bumsclub. Boxclub. Ich hab's heute irgendwie an Ohren der Muppe. Ich hab auch lot. Ja, äh, geht Bumsclub. Kann ich dich auch noch führen hier. Mhm. Weil der ist direkt hier, also wenn du verloren hast und dein Frust ausbumsen möchtest... Ja. ...kannst du das sehr gerne hier ein, zwei Straßen weitermachen, hier in unserem Unicorn. Ah. Das kenn ich noch, den Laden. Der hatte damals aber geschlossen. Ja, der hat jetzt offen hier. Der ist jetzt offen. Hm. Ich wollte auf jeden Fall, wie ich hier auf jeden Fall an Kohle komme. Der, ich hab vorhin eingetroffen, der war super nett, ja? Außer, dass er mich immer Bambi genannt hat und mit mir irgendeine Tour machen wollte. Äh, ich fand das ein bisschen strange für mich. Ein erwachsener Mann Bambi nennt. Äh, war aber trotzdem sehr hilfsbereit, sehr nett. Und der, der wollte aber, dass ich hier, weiß ich nicht, ob der wollte, dass ich einen Zaubertrank braue. Der wollte, dass ich eine Sichel kaufe und da irgendwas mit mache. Ich, ich bin ja sicher nie aus wie, 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 äh, 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 Miraculi oder was? Ja, es kommt jetzt drauf an, wenn du arbeiten möchtest hier. Ja, äh, äh, wenig wie möglich mit so viel Ertrag, wie geht. Wie, wie sieht's denn das aus mit deinem Rücken? Ist da noch alles in Ordnung? Ja, pff, müsste mal wieder enthart werden, aber ansonsten ganz gut. Also, was ist das mit Fitness, ja? Mit wem? Mit, mit Fitness. Fitness. Ich war lange in Thailand, aber das sagt mir nix. Fitness. Ja, Fitness. Fitness. Nee, das sagt mir gar nix. Nee, nee, das sagt man ja so, damit deine, ähm, äh, Knie fit sind. Das sind die Fitness. Ah, die Fitness. Ach so. Ja, ja, die Fitness. Ja, nee, Knie ist alles gut. Du hast ja vorhin ge... Die knacken halt wie Sau. Das hast du ja mitgekriegt. Du hast mir vor meine Knie gerotzt. Ja, ja. Also, tja. Einölen. Hat das auch was mit dieser Fitness zu tun? Ja, ja. Damit deine Fitness richtig gut ist, muss man die immer einölen hier. Ja. Oder immer... Genau so. Ja, aber... Was? Die, die, die Fitness, das ist ja auch Spanisch. Und heißt übersetzt, ähm, Fitness. Ach so. Ja, ja, ey. Ich glaube, ich war hier vorhin schon mal. Ich war vorhin, da war, da, da ist, da ist auch ein komischer Vogel. Also, der mit mir hier, der irgendwann immer von der Bambi-Tour gesagt hat, der ist mit mir, äh, äh, irgendwie zu einer Hennen-Bar oder wat. Und, äh, da hat der Kopfschmerzen gekriegt, rannte wie von, wie von der Tarantel gestochen zur Apotheke und kam nicht wieder. Aber da habe ich eine kennengelernt, die war richtig nett, äh, äh, mein Sonnenschein heißt sie. Äh, Sunny. Ja. Aber die hat, äh, die ist mit jemand zusammen, der, der ist, äh, sehr krass. Kriterien beim Moped-Club, hat die gesagt. Okay. Ja. Und, äh, was hast du denn mit der gemacht? Äh, äh, ein Club-Sandwich hat die mir gemacht. Ein Club-Ah. Lecker, ich habe nur eins in der, okay, ich sitze gerade drauf. Aber, äh, lecker war's. Crispy-Kawas, nein. Lumpi, nein. Ja. So, wie, äh, hatte ich, doch, ich hatte mich bedankt. Dankeschön auf jeden Fall. Ist übrigens dick. Wie schaffe ich meistens Hunde? Wieso, wie schnell sind wir denn jetzt? Guck mal, wir werden überholen, ne? Ja, wir empfangen gerade 70. Ja, ist ja eigentlich gar keine, äh, äh, Helmflicht mehr? Nee. Was? Nee. Okay. Also, sag mal, nee. 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 Sag du auch mal, nee? Nee. Nee. Genau, jetzt weiß ich, wo wir sind. Jetzt sind wir hier am Baumarkt, wo nicht? Ich stehe ich. Da sollte ich mir ne Sichel kaufen, ich sag, was? Das sind doch alle, oder was? Ja, wie wär's denn mit ne, äh, Erdenschaufel? Erdenschaufel. Was für die Schacht? Ne Gartenschaufel. Was soll ich damit? Ich will Geld verdienen. Und ich im Garten, waaat? Ja, du kannst ja damit Geld verdienen. Ich verstehe Schutzgeld erpressen. Richtig? Richtig, komm mal mit. Kann ich dem Schulein hier überbraten, bitte, Schaufel. Was ist das für ein Baumarkt? Hier gibt's Cola, das ist ja nicht schlecht. Oh, Lotto, lass uns hier, lass uns Lottoscheine ausfüllen. Hallo Willi, wir schauen uns mal kurz um und dann kommen wir zu dir, ne? Ja, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Breit Brew. Mit Stolz gebaut. Dusche. Dusche Gold, was ist das für ne Pisse? Dusche Gold? Ja. Ja. Ist das, ist das Peps? Guck mal her. Gunther. Ist das, ist das Peps? Das sieht so aus, als hält der seine Nase hier in, 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 in Peps? Bitte was? Einmal die Garten schau'n, bitte, Willi. Danke dir. Super. Oh, hast du 10 Cent für Kaugummi-Automate? 10 Cent? Hier. Steck mal rein! Die 10 Cent! Ekelhaft. Warte. Da. Da, jetzt sie. Den Ring, ich will den Ring! Den Ring! Ja, ich strichel schon hier. Ach, scheiße. Ich kann. Da kam jetzt nur das Kaugummi raus. Nein. Wie wollt ihr da, der Ring? Guck mal hier, aber hier. Oh. Wie, hast du die jetzt da rausgezogen, oder was? Nein, ich hab die da hinten geholt. Achso. Und hab sie beim Willi bezahlt. Ach, Guta, Dankeschön. Das ist ja der Service. Ja, ihr liebt gerne. Dann lassen wir uns jetzt mal jemanden verkaufen. Tschüss, Willi! Willi, mach's gut! Grüß schön! Ich, ich kenn den gar nicht. Wo kann ich denn jetzt die Schaufel hinpacken, Guta? Wo, wo, wo? Nee, ob du Willi kennst. Nee. Also. Ich hab jetzt gerade nur aus Reflex, Tschüss, Willi, gesagt. Achso, weil du gesagt hast, grüß schön hier. Ja. Ich kennste. Nee, ich nicht, aber seine Frau. Deswegen grüß schön. Achso. Ja. Weil du sie im Keller hast, oder weil du sie bespaßt? Ich sag nix ohne meinen Anwalt. Ich war ja schon mal hier. Das ist weh. Ja, dann ist schwierig. Ja. So, wo fahren wir jetzt? Ja, wir holen jetzt eine Tasche. Eine Tasche. Und ein Auto? Woher soll ich... Ich hatte hier mal... Das ist weg. Mein Auto ist weg. Ich hatte so richtig schickes. Das war zwar nicht abbezahlt, aber ich hatte es. Ja, dann, äh, das hat wahrscheinlich Ani eingeparkt hier. Der Drecksack, der parkt immer unsere Autos ein und bringt sie dann zur Verwahrstelle. Hm. Aber ich denke nicht, das war noch zu Zeiten, da hat der Bürgermeister 5M hier regiert. Das war vor dem großen Sturm. Okay. Ich glaube, die Verwahrstelle ist damals noch abgebrannt. Ach, scheiße. Ja, ja, ja. Und dann kam Ali oder was als Sprungbrett wieder oder wann? Ich weiß es nicht. Ich weiß doch gar nicht, was ich aufmachen. Kann ich ja nicht irgendwo mein, 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 mein Kontostand abfragen? Ich weiß es nicht. Oder kann ich dir... Gibt es da, äh, auf dem Handy? Gibt es da, äh, auch was? Nee, da sind tatsächlich, ähm, sind die sehr zurückgeblieben, wie die Systeme auf den Handys. Ja, ja gut, das war aber ein günstiges Handy. Ja, ich stehe, Fuffi, Fuffi, Fuffi. Ich war mit... Ich weiß es, Finn hieß der, glaube ich. Finn hieß der, glaube ich, der mich immer Bambi genannt hat. Okay. Oh, was? Ja, aber für... Fünf... Hä? Oh, was? Ich sag doch, oh, wey. Ja, okay, hab ich gesagt. Ach, okay. Nein, nicht okay. Okay. Okay? Nein, okay. Okay? Ich hab... Ja, jetzt, jetzt. Nicht gay. Ja, okay. Ich hab nix gegen Schwule, aber nee, ich hab nicht okay gesagt. Ich hab okay gesagt. Ja, jetzt, jetzt hab ich die auch verstanden. Aha. Ich sag mal, ich hab vorhin irgendwas von, 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 äh, Shepard gehört. Hab ich da richtig gehört? Ja, richtig. Die kenn ich nämlich noch. Von früher. Wirklich? Mhm. Oh Gott, oh Gott. Ich hab ihre Nummer nicht mehr. Mein Handy, ich hab ja auch ein neues Handy. Ich war ja alles weg. Weißt du, bist du einmal in Thailand, gehst einmal teillacken, weißt du? Ja, klar. Ja, was machen wir jetzt hier? Ja, ich schule die Kranken-Täuschliche. Ja. Oh, die ist aber schick. Ja, ich weiß. Dankeschön. Guck mal, hier gibt's Briefe und Socken. Oh Gott, der lüft an mir so warm. Warte mal, ich lass mal kurz hier an. Nein, ich sag's nicht. Das tut gut. Ah, Gunther, das ist herrlich. Was denn? Machst du hier nahe? Ich lass mir hier einen blasen. Von wem? Von dem Standgebläse. Hä? Oh, das tut gut. Total durchgeschwitzt. Ich hab gar nichts anderes gedacht. Was denn? Mach mal das herrlich. Das ist erfrischend, Gunther. Ja, schön. Schön. So, äh, äh, hier. Was? Ah, scheiße. Was denn? Was? 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 Warte mal. Moment. Nee. Bitte, mich. Die Bahnen sind schon ein bisschen lahm. Nee, das ist auch falsch. So. Ich hab mich grad wohlgefühlt. Nee. Was? Nee. Was? Weiß ich. Wie viel Geld hast du auf der Karte? Weiß ich nicht, nee? Boah, soll ich das wissen? Ich weiß es nicht. Mein Gottverdammtes, warte mal. Komm mit jetzt. Ich, ja. Ja, komm mit. Scheiße. Gibt's hier keinen, äh, Atem? Was? Atem. Asym? Atem. Du willst Asyl, weißt du? Atem. Atem? Ja, da wo man Geld kriegt. Da muss, hier, da steht, da, hier ist das Schub. Da steht Atem. Ja, mach doch. Ich mach, ein Atem. Ja, mach doch. Atem. So. 11.850. Und dann kannst du dir ein Leistung hier. Was denn? Ja, ne Tasche. Komit. Ja, Komit. Und dann, äh, guckst du mal bei der Bettina, da, äh, äh, hat sie so, äh, drei Taschen. Zeigst du dir dann? Und dann kannst du hier, äh, die größte Tasche auswählen. Bin du mir achst. Und wo, was macht die mit mir? Die Bettina oder die Tasche? Die Tasche. Die, äh, versinnst dich an dich. Ja. Die Kustreit, aus was ist die? Äh, aus Buchen, äh, 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 hier, ähm, Leder von, ähm. Was ist das? Ein schon wenig Leder oder warst du das so selten? Das gibt's ja gar nicht. Das sind die, äh, nee, wie heißt es? Äh, 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 Leguan. Ist ein Auto die Güsseier? Was kostet denn ein Auto? Äh, ja, die Preise sind ein bisschen nach oben gegangen. Achso. Ja, äh, äh. Ja, jetzt, super. Sag mal, willst du so ein, so ein, so ein verrostetes Auto oder ein schönes Auto? Mein letztes Auto, ich dachte am besten nicht, was ich für ein Auto vorher hatte, sonst kommen mir die Tränen. Warum denn? War schön. Okay. Aber eigentlich bin ich auch froh, dass es nicht mehr da ist, weil dann hab ich die Schulden für die Scheißkarre auch nicht mehr. Da war noch nicht abbezahlt. Oh oh. Das waren 400.000 Dollar. Ach du Scheiße. Was waren das für ein Auto? Deswegen bin ich ja nach Thailand abgehauen. Gehen. Ich guck mir das Geld aus. Also bist du ein Krimineller oder was? Das war ein Lambor, 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 muss hier ein Lager. Ja, das ist schon alles okay. Ja, was ist denn hier los? Ja, das ist das Edbeerfeld. Die kannst du arbeiten. In der Marx. So für den Anfang ein bisschen Geld zu verdienen ist eigentlich gar nicht so schlecht. Theoretisch könntest du dann, äh, na, entweder, hier ein paar hinten auf dem Feld, oder bei den Medics, oder bei den Marshalls, oder beim Polizei, oder... Mir wurde vorhin der, äh, der Philipp, hat mir gesagt, äh, Taxi wär super. Ja, da war ich selbst ein Jahr drin. Ja. fünf, sechs Monate. Äh, und ich hab, äh, gesagt, nee, macht für mich Sinn. Mhm. Weil, ähm, es ernstens, so viele Mitarbeiter sind, und zweitens, Egoisten-Mitarbeiter sind. Oh. Das heißt, die, die geben keine Aufträge ab, sondern fahren die schön selber, damit sie Geld bekommen. Weil es ist nicht so, dass du irgendwie, äh, dass das ein staatliches, äh, unternehmen ist. Auch kein Grundgehalt, oder was? Äh, nee. Wenn du, wenn du nicht fährst, kriegst du nichts. Wohl. Ach so. Richtig. Also du musst fahren, um Geld zu bekommen. Ne, ich hab, früher hab ich ja hier, äh, Currywurst-Pommes verkauft. Theoretisch könntest du dich auch selbstständig machen. Ja, das würde ich ja, weil das ist mein Gewerbe, weißt du? Currywurst-Pommes. Ich brauch einen Imbisswagen. Ich brauch einen Imbisswagen. Ich brauch einen Imbisswagen. Ich hatte früher einen Imbisswagen. Ich hatte früher... Ich hatte erst ein Auto, weißt du? Ich hab aus dem... Ich hab mir mein Auto umbauen lassen. Ich hab Currywurst-Pommes aus dem Kofferraum rausverkauft. Gönigs Currywurst, ne? Okay. Lief super. Ich hab vorm, ähm... Boah, wie hieß der? Da war so'n Club damals, da durfte ich immer vor verkaufen. Samstags, Amstags, was... Beharte Mamas. Und, äh... Ja, ja, ja. Da durfte ich vorher, äh... Da hab ich, äh... Vertickt, meine Würste. Hab ich meine Wurst vor dem Laden angeboten. Beharte Mamas, die sind jetzt, äh... Die heißen jetzt Club. Tatsächlich. Club? Ja. Nee, Club. Also Würfel. Englisch. 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 Ja. Ja. Ja, da hatte ich früher, äh... Vertickt gehabt. Okay. Ja, ähm... Also, es gibt ja jetzt auch, äh... Na, äh... Köl... Köl... Äh... Blutwurst und so. Also, warum sollst du nicht auch so'n, so'n, so'n... Richtige Currywurst noch nie? Ja, sicher. Oh, genau. Oh, Potsdam Currywurst. Und ich... Also hätt' ich... Äh... Äh... Ich schaufe... Ich schaufe... Ich schaufe... Ich schaufe... Ja, das hätt' ich mir grad mal zeigen können. Aber gut, jetzt egal. Ja. Also... Ich bin da... Was? So schnell... Also, wir sind ja schnell wieder da, also... Ja, komm, fahr mal kurz. Nur mal eben, dass ich gesehen hab, wie's geht. Okay. Okay. Wie lange bist du denn schon hier? Hör mal. Ich feier jetzt. Ich schrocke. Hat der grad aus seinem Auto rausgerotzt? Nein. Tricks nicht. Ja. Also, wie lange bist du schon hier, gut da? Ich bin jetzt, äh... Also, ich feier, äh... diesen Monat tatsächlich einjähriges. Ach, guck mal. Ja, ey. Ach, guck mal. Richtig. Also, bin ich noch nicht so lang da, aber auch nicht so... so jung hier. Ja, nee, nee. Das ist aber... Ja. Ja, wie gesagt, das ist der Hammer. Ich weiß gar nicht, wo meine ganzen alten Gumpels sind. Weil, wie das Problem ist, ich hab halt... Nummer nicht mehr, äh... Mein... Mein altes Handy nicht mehr und alles, äh... Ja. Ich kann... Ich kann ja auch gerne die Nummer von Shepard geben. Ich glaub, da hat er nichts dagegen, die... Ach, das wär super. Das wär super. Ja, wenn da so alte Freunde natürlich da aufkommen hier, dann... will ich das natürlich unterstützen, damit... die... die Kontakt, äh... Freude... Ich leb ja von der Stütze, ne? Ich leb ja von der Unterstütze. Ja, äh... frag mal mich hier. Ich bin Rentner von, äh... Hobby mäßig. Ja. Ja, wo machst du denn... Womit machst du denn deine Kohlen? Ja. Im Moment bin ich wirklich arbeitssuchend. Ich bin momentan... Also gestern hatte ich einen Auftrag tatsächlich bei den Los Santos Security. Ja. Ach, sicherheitsdienst. Ach guck mal. Genau. Türsteher hab ich da gemacht für den Box... für das erste Box-Event. Ja. Ja? Und, ähm... Ja, da hab ich in der Stunde, äh, 3000 gemacht tatsächlich. Äh, also nur dort angestellt. Und, äh, dann hab ich noch währenddessen noch die, äh, staatliche Stütze sogar überwiesen bekommen. Oh. Ja, also... Zusätzlich... Musst du dich... Ist das denn legal, dass... Obwohl du einen Job hast, dass du da noch Stütze beziehst? Ist das... Ist das nicht, äh... Ist das legal? Oder hast du einfach doppelt... Nee, bei, bei Los Santos, äh, äh, Security ist das auf, äh, Stellenbasis. Also heißt, du, ähm, wirst da, äh, als Vertrag, also vertraglich angenommen. Ja. Ja. Ähm, wirst aber nicht, äh, fest angestellt, so wie beim Taxi. Sondern hast einen Vertrag, dass du für die, äh, äh, für Los Santos Security, äh, ähm, ähm, arbeitest. Ja. Ja. Aber du, du bekommst halt noch die staatliche Stütze. Okay. Das ist halt so schön, äh... Das ist dann quasi wie so ein Grundgehalt, die stattliche Stütze, ne? Richtig. Ja. Und dann dazu bekommst du halt noch die 3.000 Prämie. Und je nach, je nach Auftrag, äh, kriegst du sogar noch mehr. Also, da kann, da kann's schon mal sein, dass du mit, nur, äh, an einem Abend theoretisch 12.000 machst. Uff. Ja. Uff. Ja. Also, das ist schon ordentlich. Und du musst dann überlegen, was du da überhaupt tust. Du stehst da die meiste Zeit nur rum und, äh, tastest die Leute ab und hast einfach was da unten verdient. Da ist natürlich nicht schlecht. Was, empfehle ich momentan, äh, vielen hier. Ne? Also, die Leute, die fragen... Oder ansonsten hier, äh, womit machst du sonst hier? Mit Erdbeeren macht man jeder Meister, oder was? Ansonsten so? Mit, mit, mit Erdbeeren, äh, bin ich halt so ein bisschen, äh, klargekommen, weil mit den anderen, äh, also Holzhackern geht und meinem Alter halt steht. Ja. Äh, und, und, äh, das Weizen, das Ganze mit der Sisch oder abzumachen, das auch kacke. Und Erdbeeren ist halt so ein bisschen entspannter. Ja komm, dann testen wir jetzt hier mal. Also, ich muss jetzt mal in meinen Dingen rausholen, hier, die Schaufel, oder wat? Genau. Also, die, die, die Schaufel, die, die... Was mach ich mit dir? Hey, komm, 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 steig. Ja? Ja. Du, du, ähm, also... Du nimmst, du nimmst die... Also, du nimmst, äh, das vordere Teil ab, ne? Also, äh, also von der, von der, von der, äh... Na, von der Schaufel nimmst du das grüne ab, die vorne. Ja. Ähm, nimmst du das ab, steckst den Stab jetzt in, in den Boden rein, ne? Und, und lehnt sich jetzt dann drauf und, äh, mach's mit dem Grünen, äh, einfach elegant die, äh... Was mach ich? Eppbeeren ab. Einfach, einfach elegant die Eppbeeren abmachen. Warte, ich mach die Schaufel in den Boden. Richtig, und stütz dich dann da drauf. Ne. Na doch. Also, du musst das grüne abnehmen. So. Da helfe ich dir mal gerade. Zieh mal. Zieh mal. Zieh mal. Zieh mal an dem Stab jetzt. Warte, ich bin... Ah! 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 So. Jetzt. Jetzt ist das grüne hier in meiner Hand. So. Aha. Das nimmst du jetzt zur Seite, steckst, also, äh, ranzst jetzt den Stock in die Erde rein, sodass du dich da drauf ablehnen kannst. Und dann, ähm, machst du's einfach elegant, äh, pflückst du dir die, äh, 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 ja, Eppbeeren. Oh. Aha. Ich danke dir. Ne, dann kannst du dich da schön drauf ablehnen und, und mit, mit der, äh, grünen, äh, äh, also, mit der grünen Spitze kannst du dann die ganzen Sachen pflücken. Und das machst du dann in deiner Tasche. Ja. Und wenn du da dann so LKWs oder große Kofferraums dann voll machst, dann kannst du, äh, äh, ja, sag ich mal, in einer Stunde ungefähr 17.000 bis 20.000 machen. Wenn du wirklich einen großen... Ja, aber womit, wo, wo kann ich denn, ich hab kein Fahrzeug, nix. Das ist ja, wie soll ich denn da die Kohle machen, weißt, wie ich meine? Ne, das, das wär ja die nächste Sache gewesen. Ich hätt' ich jetzt wahrscheinlich zum Autohändler gefahren, damit wir uns ein Auto aussuchen. Ja, dann machen wir. Dann mach ich jetzt einmal hier die Tasche voll. Richtig. Und du kannst auch, machst du deine mit voll oder was? Ähm, ich war natürlich so schnau und hab dir jetzt nur eine geholt. Ich kann schon wieder kotzen, ne? Mach nicht. Ne, mach ich auch nicht. Gut. Ne, aber dann machst du die Tasche voll oder je nachdem, wenn du deinen Kofferraum voll machen kannst, ne? Ja. Du kriegst staatliche Stütze, äh, noch in der Stunde dazu. Mhm. Und du machst, du machst halt, glaube ich, in der Stunde zwanzig. Stunde zwanzig. Ja. Tausend. Dollalalala. Also wenn du wirklich, also wenn du einen riesen Kofferraum hast, ne? Also so einen, so einen Bounder, so einen LKW. Ja. Achso, wie wir vorhin, wie wir da, also... Wo wir vorbeigefahren sind. Ja, 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 ja. Eine Kreuzung dahinten. Also zwanzig Stunden für den Lambo. Richtig, Brad. Der eine Seite stand da. Ich weiß ja, was ich morgen früh offstream mache. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, Gunther, womit ich, äh, dich verdient hab. Ach, man hilft ja gerne. Ich war ja auch aufgeschmissen, wo ich hier vor einem Jahr hinkam. Ja. Und deswegen weiß ich, in welcher Situation du dich jetzt befinden kannst. Ich bin echt, da bin ich ja echt, äh, 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 äh. Ja, wie sagt man hier? Zu Dank verpflichtet, genau. Ja, äh... Ja, wie, ich war, ich war, äh, ein Jahr Thailand, weißt du, da war nicht viel mit Deutsch. Du musst mit der Zeit gehen. Manche Leute sagen, Marschellerbruder, küsst dein Auge, ah, Bibi. Bibi? Ja, Bibi. Die kenn ich nicht, Bibi. Ist das, ach, warte, dass die von vorhin, dein Schneckchen? Nee, nee, nee. Nee, nee. Herr Bibi heißt sowas wie Bruder. Also? In so nem Jugendslängen, weißt du? Ja, ist ja nicht ein bisschen panisch, wenn wir beide in Jugendslängen reden, oder? Nee, eigentlich feiern das die, äh, Leute da. Wer? In der, ja, in der Hood, die, die ganzen... Wo? Gang, Gang, Gangleute. Wo? In der Ho-Hood. Hood? Ja, ey. Wie schreibt man das? Nee, H-O-O-D. Die suchen da den Robin. Wer, Robin? Ja. Ja. Jede Leute, die da in, in, in den Gangs da rum, äh, machen, die suchen in ihrer Hood den Robin. Und der hat jetzt irgendwas mit Bibi. Ich versteh das alles, dieses... Also da, ich glaub ich, also manchmal merk ich, ich halt mich ja wirklich noch für jung und fiet, aber was so diese sprachlichen Sachen angeht, ne, also da, äh, komm ich nicht mehr ganz klar. Ich, ich komm nicht klar. Ja. Dann reden wir mal einfach eben, wie, wie bisher. Das ist gut, weil das, das musst du mit, mit, äh, äh, also Marsch Allah. Ich küss Bibi. Nee, ich küss dein Auge, Herr Bibi. Ich? Ja, ob ich jetzt sag, ich küss dein Auge, also kann ich nicht auch sagen, ich muss das mit, muss das, also Auge ist schon speziell, ne? Ja, ja, richtig. Hm. Sag mal, wie viele Erdbeeren krieg ich denn jetzt rein bei mir? Das hört gar nicht mehr auf, ne? Hört ja irgendwann automatisch auf, wenn die Tasche, also hör ich auch, also, ach Gott. Wenn ich das, also, meinst du, ich sollte, meinst du, ich sollte aufhören, wenn, ach, komm. Wenn, wenn du das, wenn du das Volumen nicht überlasten möchtest, ähm, kannst du auch ab und zu mal abwiegen, ähm, und dann, ähm, also, du, du hast doch einen guten Verstand und wirst doch die Tasche nicht überfüllen, oder? Nein? Nein, natürlich nicht. Also, also. Ach, Gottes Willen, ne, hier hab ich auch noch, ne, da geht, ach, du, da geht, du, da geht. Ja, in deine Hosen, da kannst du auch welche reinstecken, ne? Ja, hab ich schon, da hab ich sie mir zuerst ordentlich reingestupft. Ja, musst du halt aufpassen, dass ihr die nicht irgendwie zerquetscht, ne? Ja, ne, zerquetschen, das ist nicht so gut. Ich hab aber schon drei, vier Gefräerten. Hattest du? Ich hatte jetzt schon drei, vier Gefräerten. Ah, Gefräer, mhm. Gefräerten? Ja, aber, äh, aber du kannst ja nicht verkritschen, ne? Nein, Fräerten. Ja, ne, nicht verkritschen. Fräerten? Ne, nein. Hab ich jetzt. Wie, was? Na, ich hab schon zwei, also, Gefräerten. Ach so. Zwei, drei Gefrä, also, ich hatte Hunger. Ach so. Ja, das ist schlecht jetzt. Ne, ne, ich hab ja keinen mehr. Wie, du hast... Hunger. Ich hab doch zwei, drei Gefräerten. Ach so. Ja. Waren die denn lecker wenigstens? Ja, sicher. Hahaha. Ist mal gut hier. Super, super, super. Ja. Ja, fantastisch. Ne, die sind ja auch richtig süß. Die sind richtig süß, ja? Lecker. Lecker sind sie. Ja, ne, richtig süß. Sachse also, ja? Das ist... Ne, ne. Hahaha. Wieso hört sich das so an? Nicht Sachse. Ruhrgebiet. Komm ich ursprünglich ja. Ruhrgebiet. Nicht Sachse. Ach so. Hört noch an. Äh, äh, brusit, ne? Wann trinkst du denn? Ich hab noch, äh, äh, ich hab von der Sunny, hab ich noch, äh, 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 blubull. Und ein Glas Wasser. Oh, ich hab noch so'n Club-Centwich. Das ist aber in der Arsch-Tasse die ganze Zeit drin. Also es ist quasi noch warm. Ne? Einfach eben Gepäck zu, ne? Ja, mag mal. Ja. So, jetzt. So, willst du's? Willst du's haben? Ja, gib mal her. Ja, okay. Warte. 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 Ich pack's noch aus. Ja. Ne? Warte. Wo? Ja, hier. Wo? Was? Ich... Warte. Ich pack's noch aus. Warte. Jetzt. Hier. Bitte. Dankeschön. Ich komm... Ich komm nicht mehr rum. Ja, ich... Ich steck's einfach... Ich stopp's einfach rein hier. Ja. So. Und... Und... Mundschin auf. Und... Oh. Oh. Mhm. Schmeck? Ja. Ja, super. Was? Nimm den Finger jetzt raus. So. Hrrrrr. Mrrrrr. Also die... Du mein... Was? Äh... Äh... Sag mal! Wie viel PS hat dein Moped? Ich glaub wir kriegen gleich... Probleme. Sag mal, wo sind wir hier eigentlich? Muss wir dann mehr... Hier. Ich werd nämlich... Glaub ich... Ich weiss nicht welche... Morgen früh... ... mich immer aufs Erdbeerfeld stellen. Ich mach Cola. Aber ich will nicht... Ich find On-Stream Farm... Bestimmt so... So... Drei... Bis vier Playstation oder so. Ja! Playstation... Ich hab's doch gefragt wegen PS. Was? PS? PS hat sie gesagt. Ja, PS. Wie viel PS hast du? Ja, PS. War das grad gedonnert? Geblitzt? Gis ja... Oder fotografieren die uns? Hast du was gekippt? Ja... Nee. Ich bin komplett verwirrt. Nein. So alleine... Würd ich nie farm. Also nicht On-Stream. Weil das... Unfassbar öde ist. Wenn ich jetzt so morgens nebenbei... Ein, zwei Stunden zocke mal... Kann man das super machen. So. Wie viel PS... Was meinst du denn mit PS? Na Pferdestärken hier? Von deinem... Rennhobelmensch. Da! Ja, das... Das packt... Das packt bestimmt. So, ich halt mich wieder an der Stange fest. Genau. Mach das. Nein, weil das wäre öde. Jetzt... So ist cool! So könnte ich auch einen ganzen Abend farmen hier mit Gunther zusammen. Das macht ja Spaß. Wenn du mit jemandem da ordentlich quatschen kannst. Und so ist das ja super. Ansonsten finde ich halt... Für zum Zuschauen gibt's halt nichts langweiligeres als Farmen. Würde ich nie On-Stream machen. Ja, sicher habe ich das gesehen, Volk. Mach das, Bommerle! Schön, dass er da war. Aber Leute, es freut mich, dass das so... Ich hätte nie gedacht, dass das so gut ankommt, dass ich mal wieder RP mache. Ich hätte eher gedacht, so nach dem Motto, boah, nee. Aber ich habe halt echt mal wieder mega Bock. Wie gesagt, es sind immer so Phasen bei mir. Vielleicht die, die jetzt gerade da neu mal dazugekommen sind. Also, ich zocke schon seit fünf, sechs Jahren RP. Aber, äh, immer, das sind immer Phasen bei mir. Dann habe ich, irgendwann habe ich so die Schnauze voll. Und dann hab ich es wieder monatelang nicht. Und jetzt habe ich mal wieder richtig Bock. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, wir geben das jetzt ab, hier. Danke, Tom. Ja, wir geben... wo? Ja, beim Frühstuhändler. Frühstück? Ja, das ist ja auch Frühstück. Nee, frü-frü- Bäh! Nee! Bäh! Wach! Dein Frühstuhändler! Junta, sei mir nicht böse! Ja! Was hast du gesagt? Der Pfad wird ziehen! So! Dein Frühstuhändler! Ja! Ja! Ich... 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 Das ist super! Jetzt denn? Heute! Mit Spaghetti? Gunther, was ist denn jetzt mit deinem Moped? Weiß ich nicht, Schätze! Sag mal, was ist denn mit dem? Der LKW stand da vorhin schon, Gunther. Kann man den einfach nehmen? Ich weiß... Ich weiß... Vielleicht... Sind da irgendwelche... Substanzen drin? Was wärs da drin? Ja, Substanzen... Was für... Was für... Sind das jetzt die Baguettes, die tanzen? Oder was sind Sub-Sub-Tanzen? Okay, der war ziemlich... Fahr einfach! Weiß du, was noch flacher ist? Weiß ich nicht, Schneckchen? Nee... Hm... Den Witz, wenn man sagt, in Europa, kennst du das schon... Und schon den Lieferdienst da... Amazon Prime? Nee... Nee... Ich war schon lange nicht in Europa... Ich war... Ich war in Thailand, war ich jetzt... Die... Die haben auch irgendwie so'n... So'n Sub-Ding oder so... Ah... Ja, ja... Weiß ich aber nicht... Vielleicht meinst du das hier? Und die tanzen, oder wat? Ja, ja, nee... Was? Nee... Nee... Nee, ich war... Nee... In Thailand hatten wir das nicht... Ja... Da hatten wir andere Sachen... Boah, ist... Rechtsüberholen ist das hier so... Das Ding, oder wat? Das ist das Ding... Ja, das kann ich aber auch... Was ist denn hier los jetzt? Ho... Uh... Was, wo ist Refl genannt? Ach, da! Ja, der Pommeswagen in Amar war geil... Ein bisschen schwer... Ich hab's doch gesagt, das ist in zu viel... Wo... Wo müssen wir denn jetzt hin? Das wollte mich denn... Wir sind gleich da, jetzt... Jetzt, gleich, jetzt... Ich... Ich fühl... Ich fühl... Ich fühl die so rein, als würden wir auf den Rasenmäher fahren. Mhm. Nicht, dass die uns jetzt hier gleich blitzen. Wie sie mir rollen... Hey Ding... Was ist das hier, was ist das denn hier, die... Yooka-Modell... Kenn ich gar nicht... Ja nee, das ist die Dick... Nee... Yellow Jack-In, das ist ne Rocker-Ball. Yellow Jack-In? Ja, richtig, das ist ne Rocker-Ball. Oder super Wo ist denn jetzt der Erdbeerstand Da fahren wir doch hin jetzt Wann? Jetzt Wie teuer war das Moped? Das war jetzt auch nicht so teuer Oh, das lohnt sich Oh Gott, wer denkt an, wenn der Bremsweg ist dreimal so lang Hallo, 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 hallo Oh nein Warum geht der hier so bergab? Oh Gott, 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 oh Gott Oh nein, das kann doch nicht sein Alter Gunther macht keinen Scheiß Brems, brems, brems Oh So Ach, da ist er Ist er das? Ist das nicht der Erdbeerhändler? Guten Tag, wolltest du Erdbeer kaufen? Als wir Erdbeeren kaufen, warten sie mal Ich muss kurz mal fliegen Ja, Herr Beeren heute im Angebot. Herr Beeren heute im Angebot. 30,50 für Sie. 30, ich fand's jetzt 20, er sagt. Aber 30,50, ja. Dann treffen Sie ja, jetzt hab ich ja schon 20, er sagt. 20 für die ganze Tasche. Sind die ganz frisch? Die sind ganz frisch. Ja, im Gegensatz zu uns beiden, ja. Ja, richtig. Wie kostet noch mal eine? Ja, 3,50. 3,50? Ja, pro, ähm, ein Gramm. Ja, ne, das ist Ausbeutung. Ich dachte noch. Was, ich hätte jetzt gerade Geld verkaufen können. Wie, das Geld verkaufen? Nein, Erdbeeren. Ach so. Ja, hat er dir das Geld nicht gegeben? Nee. Und mir auch nicht. Arschloch. Ausbeutung. Ja, wegschweig. Wegschweig. Was? Hier, hier ist ein Abschlepp-Service und eine Werkstatt. Oh, der Wind. Good old times, der Wind. Ja. Wo ist denn jetzt mein Erdbeer? Ja, ich, ich, will der nicht bergab gegangen? Sag mal, ich hab ja nur eine Geschäftsidee. Wie, wie eine Geschäftsidee? Wir machen daraus Erdbeergäse. Wenn wir daraus Erdbeergäse machen. Guck mal. Ja, jetzt gibt's hier aber nur noch Peaches, Pläsch, Ries und Nutz. Jetzt gibt's hier keine Erdbeeren. Jetzt, komm. Hast du genannt, das ist doch scheiße. Peaches, Pläsch, Ries, Nutz. Super. Jetzt kann ich das auswarten hier. Oh. Oh. Was, das war's? Oh. Oh, 1000 Dollar, Alter. Richtig? Ja. Ich muss vorbei. Ja, ich hab auch richtig gesagt. Sie müssen mir zuhören. Ja. Du, du, du nur Schilds. Ich muss sie gar nicht. Der hat mir die Erdbeeren trotzdem abgenommen, ne? Aber jetzt nur zum halben Preis. Hat gesagt, ich verkaufe keine mehr. Guck mal aufs Schild, hat er mir gesagt. So ein Dreckzeug wirklich. Also ich kaufe, ich kaufe nur Peaches, Pläsch, Ries und Nutz. Moment, ich bin am Telefon. Ja. Nicht während der Fahrt. Ich fahr weiter, komm. Ich fahr. Ja. So, hallo. So, ich muss mal eben gucken. Ich muss da... Die liggend streepje, Duke liggend streepje, trekt die Capim 41. Monat Roi-Paui, du geile Stuk. So. Komm mal auf. Halt dich an der Stange. Oh Gott. Wie geht's denn? Wo ist denn? Ich will mich jetzt sterben. Der Zsta... Der zwei... Oh. Ah, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der Mann Schniedl? Wo ist der? Wo ist der Mann Schniedl? Ich kann... Ich hab... Ach, ich sitz drauf, warte. Was machst du wirklich? Was ist mit dir, was ist... Ich kann nicht seh! Ich rub die Spinne an. Ich seh nichts! Was hab ich gemacht, Alter? Ich seh' nicht. Halt dich fest. Ich hab... Was ist mit dir? Ich steh' nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich gekriegt hab. Gut, dass du sagst, wo ich lang muss, okay? Ich leg meinen Rücken nicht mehr gerade. Was machen Sie wirklich, Kuni? Wo muss ich? Du sagst, wo ich... Ich seh' nicht. Sag' einfach, wo lang. Geradeaus ein bisschen... ...bietig recht. Rechts? Nein, nein, nicht zu... Aua! 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 Mein Knie. Aua! Aua! Das tat weh! Aber ich konnt mich noch so'n bisschen abrunden. Du weißt ja... Ja, ich... Und... und ist auch noch gut. Oho! Heiliging! Oh, puh! Aua! Mein Kopf, der brummt! Kind! Oh! Oh! Ich bin auch von... Oh! Weißt ja, mein Knie war voll... Mein Knie war vorher schon noch ein bisschen Matsche. Wir sind hier ein bisschen hängen geblieben. Oh! 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 Du hast... Du hast... Du hast... Also ich war... Ich war jetzt aber nicht schuld, ne? Ähm... Ja... Ähm... Ja... Warte, ich heb die mal auf. Ah! Soi, soi! Ah! Oh, mein... Oh, mein Knie tut aber weh! Soll ich nicht besser fahren? Jetzt geht's jetzt! Mein Rücken ist wieder gerade! Oh! Oh! Okay! Ich... Vertrau dir! Oh, meine Hose ist... Guck mal! Oh, meine Hose ist kaputt! Oh, nee! Oh! Wo muss ich denn jetzt lang? Ja, hier geradeaus! Also... Nicht... Hier geradeaus! Ja, hier geradeaus! Oh! 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 Oh, mein Gott! So, jetzt hier rein... Ja! Fahr, 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 fahr! Fahr einfach! Jetzt kannst du eigentlich nicht mal viel falsch machen! Mhm! Mhm! Einige Schüsse! Eine Neuse! Ist hier ein Atem? Was? Ein Atem! Wie? Ich muss hier... Ich hab da ganze Bargeld in der Tasche! Hast du Atem oder was? Nein, hier ist ein Atem! Nein, hier ist ein Atem! Wegen der Kohle! Oh, guck mal! Ein Dinosaurier! Nein! Oh, mein Knie! Alter! Oh! Aua! Die Neuse ist komplett hinten! So, woher sehe ich denn jetzt, was ich... was ich an Bargeld habe? Wenn ich... Nee! Wo sehe ich denn mein Bargeld? Da, ne? Hier! 238... Brauch ich überhaupt Bargeld? Ich zahl mal alles... Ich zahl mal 200 Dollar noch ein! Ich denke, man kann hier eh mal komplett mit Karte zahlen! Schau! Da! Guck mal, hier gibt's free Kaffee! Wo? Stand da! Stand da! Auf dem Schild! Da! Ich kenn... Ich kenn von früher! Meine Mama immer! Frikassee! Was? Frikassee! Warum soll ich den jetzt hier ficken? Nein! Frikassee! Warte mal! Du hattest jetzt... Du hattest jetzt... Du hattest jetzt... Frikassee! Nee! Nee... Nicht... Hä? Hm? Warte mal! Ist das nicht hier? Nee, der... der zieht immer um. Der hat seine Positionen, aber der... Der steht irgendwo immer woanders. Wer? Wer? Ja, der... Der... Nee, jetzt... Steht der jeden Tag woanders? Nee, nicht jeden Tag, aber ich glaub jede zweite Woche oder so. So, und jetzt kaufen wir ein Auto. Ein großes? Ja. Sauber. Somit ordentlich... Äh, äh... Hm? Hey? Wie? Was? Nein! Was? Is... Kofferraum! Oh! 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 Bin ich? Was soll ich denn nicht? Moped bin ich noch nie hingefahren... Oder... Ich hatte früher ne... Prima 50... Heculis. Aber früher... Junge, haben wir hier hinten, äh... Großes Ritzel drauf. Vergaser, 36er Düse, Kolbenfenster, weißt du? Junge, das Ding ist 80errand. Ja, glaub ich dir. So, Duke, dankeschön für 41 Monate. Sorry, wenn ich da grade... Ey, ich... Ich komm nicht mehr klar. Du meinst, ich zeig dir mal hier was auf meinem Handy. Da hab ich was eingetragen. Ja? Kannst du vorne einklemmen hier. Das ist so Navi hier. Wisst du das? Hier, wo du hier ist... Was? Kannst du nie... Ja... Nee, ist in Ordnung. Ich lenke dich einfach. Du lenkst? Ja gut, dann lenkst du hier. Warte mal, wie wolltest du denn? Warte mal, da muss ich jetzt aber... Nein, du lenkst. Okay. Ich... Ich sag dir nur, wo es lang geht hier. Okay. Wenige Scheiße. Wie weiter hier folgen sie dem Straßenverlauf. Wie... Wie... Diese Scheiße... Ich kann... Guck mal, wenn ich hier links drehe... Aua, Ka... Ist das normal mit meinem Handgelenk? Das seitdem im Unfall. Guck mal. Ja, das ist... Das ist gruselig. Ja. Sollst du mal zum Arzt gehen hier. Mhm. Aber seitdem wir die Erdbeeren los sind, ist aber auch ordentlich... Ja. Wunderbar. Ja. In Thailand hatte ich schon einen Roller. Ja, ey. Hm? Das ist schon ein Roller, sag ich. Ja, so schön. Ey, hier rechts. Rechts. Wo? Au. Uff. Oh. Oh. Warum ist das hier so schnell? Äh, auch rechts jetzt hier. Oh. Oh. Was? Hey. Vamos. Vamos a la Playa. Ui ui ui. Vamos a la Playa. Ui ui ui. Ui ui ui. Da... Einmal hier... Dreh und... Dreh und... Hier? Da? Oder wo? Was? Hier? Nein, nicht da. Achso. Wo denn? Links oder rechts? Links. Links. Nein, nein, hier schon rechts, Mensch. Rechts? Ist gut, Fahrer. Ja. Du machst mich für dich. Wo denn jetzt rechts? Hier, hier bleiben jetzt. Hier bleiben, hier bleiben. Nein, weiter fahren. Rechts. Du bist manchmal ein bisschen durch in Wien, ne? Jetzt rechts. Jetzt rechts. Jetzt wieder rechts. Ist wieder rechts. Ich muss mal Licht anmachen, ne? Nein! Scheiße! Jetzt weiß ich, was ich gedrückt habe. Ich habe L gedrückt für Licht. Scheiße. Ich finde... Ich finde den Licht. Sag, wo ich lang muss. Jetzt... 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 Bleib doch mal still. Ja. Da... Ich meine, wenn ich das nicht da machen will. Steig mal aus, jetzt. Warte. Huah. Ah. Ah, ah, ah. Jetzt nimm mal die Hände nach unten hier. Ah. Oh. So. Achso. So. Und jetzt drückst du mal auf die Hupe. Ah. Das ist aber auch ein Leichteffekt, ne? Ja, richtig. Macht mich seelisch für dich, oder? Was? Wer? Ob er freundlich war, habe ich gefragt. Was? Wer? Ja, sicher. Der hat auch gesagt, dass er mich vermisst hat, hat er gesagt. Doch, jetzt hier rein. Wo? So. Da. Nein, nicht da. Nein, zurück. 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 Wo? So. Da rein. Nein, nicht da. Stopp, stopp, stopp. Oh. 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 Oh, ist rot, ja. Was? Ja, stimmt. Nein. Ja, jetzt geht sie rechts. Ach, ja. Oh. Da. Jetzt stopp. Stopp. Was? Alter. Was? Was ist denn passiert? Achso. Oh. Hier. Hey. Hm. Das ist Wladimir hier? Vlad. Ja, Wladimir. Na, grüße Wladimir. Der hat sich aber auch mit den Preise vertanert. Warte mal. Wie soll Nullen sind das? Aber ich... Sind das 220.000? Und 280, lese ich das richtig? Oh, guck mal, rubbel. Ja, 80, ja. 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 Ja, der ist aber, äh... Ja, ich würd sagen, äh... Ja. Den einen kann ich mir... Bitteschön. Was? Ja, guck mal hinter dir. Vladimir hat seine Beauftragte ausgepackt. Oh. Wer ist das? Das ist dein neues, äh... Ich hab dir das gerade gekauft. Wie? Du hast mir das gekauft. Ja, ich hab das dir jetzt gekauft. Als Willkommensgeschehen. Wie? Ja. Ja, sieh jetzt meinen Schlüssel. Äh... 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 Ich will ja... Äh... 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 Wissen... Du gibst mir... Ist... Ist das dein Teil? Oder ist das jetzt... Asse... Mir ein neues Teil? Nee, nee. Das ist ein neues Teil. Also... Ist das nicht dein Teil? Ich krieg mein Teil. Das ist dein Teil. Du darfst das... Wir fahren jetzt zusammen... Zu... Äh... Zu Langsungsstelle. Und du kannst dir ein... Ähm... Ja... Äh... Ein Nummernschied aussuchen, was nicht vergeben ist. Da kann ich ja sogar einen Imbichwagen rausmachen. Theoretisch. Sieht halt nur scheiße aus. Du, das ist ja egal. Hauptsache... Das ist... Kennst du das? Selb... Wenn du... Guck mal. Das ist doch überhaupt kein Problem. Auch wenn so ein großes Gerät scheiße aussieht. Hauptsache es schmeckt. Richtig, richtig. Ja. Und? Äh... Wenn du mal dein... Also du hast ja so ne... Ultraschallfernbedienung, ne? Uh, uh, uh. Ja. Ja, damit kannst du es aufmachen. Hier, du musst... Musst ran und dann mit Ultraschall einfach... Einfach... Ja. Wunderbar. Hey du... Ich soll... Ich soll... Du... Einmal drücken. Ja. Ja komm. Das hast du dir aber auch verdient als Dankeschön. Komm. Einmal drücken. Nein. Haha. Bitte gerne. Ja. Dankeschön. So. Warte. Warte. Bevor du weg wärst. Ich fahr mit. Ich fahr nur mein... Mein Motorrad noch. Ich... Ja. Dann muss ich mir das irgendwo zur... Zur... Äh. Äh. Alter hat der mir zur Dingern geschenkt. Wie teuer war das? Bolo. Ich werd morgen früh mal ein paar... Äh... Das U steht gar nicht drauf. Ach doch da. Guck ich... Ich sag... Ach der lenkt rechts oder was? Nee. Noch nicht. Äh. Äh... Ich frag nicht. Ja... Nein! Braucht der für den LKW-Führerschein? Ähm, eigentlich ist der Führerschein, also solange du ihn nicht abgenommen bekommst... Ich hab ihn nicht abbekommen. Äh, ich... Nein, nein, Mann! Ich hab ihn nicht abgenommen. Äh, da ist ja ein Laptop drin, oder? Was ist das denn? Was blieb... Achso, falsche Knopf. Äh, diese Fernbedienung... Äh... Im... Du musst Fels in einem in den Griff ziehen. So. Okay, mach mich für dich. So. Und ich schneid gemütlich ein. Was hat der? Der war vorgelüniert, oder was? Ich mein, hey? Was hat... Der springt nie an. Ja, du... du... du musst... du musst erstmal in die neutrale Position gehen und dann den Schuss umdrehen. Ah. Warte, so, Licht an. Nein! Ah! Nein! Nimm... nimm das rund! Ach Gott! Schuss! Ich steig nochmal kurz aus. Ich... Mann! Ich kann nicht... Wache... achso, abschnallen. So. Komm wieder rein. Hast du's jetzt, ja? Ja. Ja. So. Nein. Was hab ich jetzt... ach... Na gut. So. Die Zulassungsstelle, sagste. Ja, guck mal, das kann ich hier vorne in deinem Bildschirm schon mal eingeben, dann hast du's direkt. Wieso seh ich das, was er eingibt? Das ist ja geil. Ja. Ja. Ich... 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 Ich guck... Oh, du hast... Wann hast du denn... die... die Jacke an? Hab ich mir... Wo wir die... Das... Das... Im... 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 Was mach ich denn denn denn? Wenn du keine Scheiße baust, willst du auch den... Ähm... Der, da kennst du den Fischer schlecht. Ich kenn ihn schon sehr viele Jahre. Ich kenn ihn schon sehr viele Jahre. Ja, ähm... Ja. Naja... Ich glaub, wir müssen alle mit ihm klarkommen, ne? Der Hange mitgefangen, ne? Was hab ich vorher schon gesehen? Und wenn du das zu ernst nimmst, dann bist du noch, hast du dich selber erhangen. Ja. Ja. Oder wie man nur Großmutter schon immer sagt, dann bist du nicht verhangen, sondern dann hast du Stokemarsch gehabt. Richtig. Ich will ja auch ernst bleiben, aber anders heißen. Was? Genau. Und nur noch ein Tag und dann ist morgen und so. Ja. Richtig. Ja, einmal... Wer einer eine Grube gräbt, hat ein groben Grabgerät. Du musst in den gestillten Raum fahren. Achso, die eine Krähe wäscht der anderen nicht die Hand ab. Richtig. Der andere eine Grube gräbt, ist hilfsbereit. Ja, nicht direkt da drauf. Was? Was? Du machst mich fertig, Herbert. Wir sind in den Raum, genau richtig. Nein! Du machst was, Hugo! Gunther! So. Nein. Jetzt springt er wieder nicht an. Drixka. Warte mal, ich muss... Wieso steige ich nicht nach Abschneiden? Ach, mich fick zum Fettig, das Lkw fahren. Ich hab... Der hat kein passendes Fahrzeug gefunden. Was ist mit... Hey? Steht der nicht richtig drin? Ja, denn... Fahr nochmal... Also fahr gerade hier mal hin, wo ich gerade stehe mit der Schnauze. Fahr mal so hier hin. Ja. Also rückwärts ein paar... Da, wo du hinguckst, oder... Ja, nee, wo ich stehe mit der Schnauze. Genau gerade. Ja, das ist... Wunderbar. Komm jetzt mal raus. Komm mit. Und lass dich nicht abschließen. Warte mal, das... Das Feld geht da gar nicht weg, der... Der Typ hier. Warte mal. Hör doch mal auf, jetzt hier zu laufen, Mensch. Kein passendes Fahrzeug gefunden. Sagt er zu mir. Wie raus? Ja? Gib mir kurz den Schlüssel, bitte. Weil ich... Weil ich's gekauft hab noch. Hast du? Jetzt hast du einen. Oder brauchst du beide? Ja, nee. Ah ja. Gib mal her, ich kann. Dann muss ich hier beide geben jetzt? Ja, ja, gib mal. Wunderbar, danke. Bitte. Ähm, was, 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 was sagst du? Was willst du denn? Für ein Kennzeichen. Ach so, wie viel Buchstaben kann ich denn aussuchen? Ähm, acht. Acht? Ja. Äh. Denk an deine Zukunft. Komm, vielleicht willst du da raus und Dings machen. Ein Wurstdingens. Warte mal. Dann nenn ich noch, äh, äh. Ich kann so ein bisschen lauter sprechen. Ich komm einfach mal ran. Ja, du kannst ein bisschen ranieren. Letzte Bar, das ist jetzt so flau. Ähm. So, äh, warte mal eben. Wurst. Scheiße, neun Buchstaben gehen nicht? Mh, nee, nee, ach. Scheiße. Ja, nimm mal, äh. Wurst. Ne, halt. Gehen auch Buchstaben, gehen auch Zahlen oder nur Buchstaben. Ja, ja. Dann mach 5, 5, 5, Wurst. 5, 5, 5, 5, Wurst. Ja. Sicher. Ja. Achso. Ja. 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 Ja, ähm, dann, 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 dann muss ich jetzt gleich, äh, warte, die, die Kennzeichen noch anbringen und erstes. Ja. Also, sicher, ja, 5, 5, 5, Wurst. 5, 5, 5, Wurst. Der Wurst-Not-Dienst. So, dann, dankeschön, dann, rein ich die gerade an. Ja. So. Einmal hier und vorne. Ja. Und einmal hier. So, 5, 5, 5, Wurst. Fünf, fünf, fünf. Wurst. Oh, guck mal. Ich guck. Du hast 25.000, äh, Nagerplatz, äh, hier. Nager, wie viel Nager haben hier Platz? 45.000. Nagervolumen. Ach, ich hab Nagerplatz gelesen, äh, verstanden gelesen, hab ich da nicht. Gelesen, wahrscheinlich. Nagerplatz. Nee, Lager. Ja. So, jetzt hast du's. Und die Schlüssel muss ich für immer behalten? Richtig, wenn du ein, äh, wenn du die verlieren solltest, kannst du beim Schlüsseldienst... Ja. ...die Schlüssel austauschen. Okay. Du brauchst, jetzt komm mal mal kurz her, du brauchst noch die Fahrzeugpapiere. Ja. Die überreichest du mal ganz kurz. Ach, deswegen konntest, ach ja, ich hätte dir das auch einfach... Ja, du hättest mir die Papiere geben können. Ja, richtig, ja. Richtig. Ja, hier bitte einmal dann unterschreiben. Möchtest du, ich hab Wurst, ich hab Wurst, ich hab Wurst, äh, möchtest du Wurst erhalten? Ja. Ja. So, dann ist das jetzt deins. Ich bin jetzt Besitzer eines Trippers, das ist wunderbar. Ich, ich danke dir viel. Ja, ne. Komm. Komm her, Gunni. Ah. Namensvetter müssen zusammenhalten. Hey, was ist denn Gunther? Was ist denn dein Spitzname, Gunni? Äh, eigentlich nennt mich jede Sau irgendwie Kassler. Ah, ja. 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 Wo springt die Karre wieder nie an? Ach, erst anschnallen heute. Du musst einfach immer in die neutrale Position gehen. Mit dem Schüssel. Ja, man muss wissen, wo man zu drücken oder Hupen hat. Ne, war doch anders Licht. Äh. Ja, auf der Hupen ist Licht. 1135 von 1101. 1135 gehört? Ja, äh. Toto. Ich hab früher mal Toto nachgeguckt. Ich komm ja auch aus dem Ruhrpott ursprünglich. Okay. So, wo müssen wir lang? Äh, ja, wo willst du ihn? Ja, weiß ich nicht. Kannst du dann zeige ich dir im Notfall noch den Schlüsseldienst? Ja, den Notfall. Kannst du dir eingegeben? Das ist super. Sag mal, äh, könntest du mal eben, ich müsste mal eben telefonieren. Könntest du mal eben da hinfahren? Ach so, ja klar. Das wäre super. Ähm, also, und wenn du, wenn du beim Schlüsseldienst, ne? Ja. Wenn du beim Schlüsseldienst auch noch die Schlüssel nachmachen möchtest, geht das auch. Ach, das ist ja super. Also, wenn du an Leute mehr irgendwie Schlüssel verteilen möchtest, ne? Ja. Dann kannst du das da auch machen, dann kriegst du mehr Schlüssel. Wo sehe ich denn jetzt meine Papiere? Also, du musst in dein, ähm, in deiner Hosentasche, in deinem Geldbeutel, ne? Ähm, musst du erstmal die ganzen Sachen organisieren. Und da hast du ja dann dein, äh, Personalholtzmeiß, dein Hörerschein. Ach so, ja. Jetzt hab ich verstanden. Alles klar. Ja, ja, ja. Nee, das ist hier, äh, der, der Schlüssel, äh, dings, ne? Ah, okay, der ist hier. Da muss ich mal eben, äh, fokussieren. Aber da fang ich ja gerade nicht hin. Da brauche ich ja gar nicht hin zu fahren. Genau, so, ich muss mal eben kurz telefonieren, gut, hab ich. Ja, ja, klar. So, ich muss mal eben kurz pinkeln und was zu trinken holen. Bin sofort wieder da. Äh, hallo? Laboratory 224 trekt die cap in 49 monat. Ja, das ist super, äh, doch mal eben. Ja, das ist super, äh, doch mal eben, äh, doch mal eben, äh, doch mal eben. Nee, das ist wild. Nebi, mein Lieber, dickes, fetes, dankeschön für... Warum kweetscht das so bei ihm? Da kweetscht das bei mir nicht so, oder? Äh, hallo? Starstop Liggend Streepje trekt die cap in 11. Monat Moin Moin. Lebi, dankeschön für 49 Monate. Du bist kurz davor, das Geheimnis zu lüften, Lebi, ne? Du bist ganz kurz davor. Dankeschön. Und, ähm... Starstop, mein guter, dankeschön für 11 months. Dankeschön für 11 Monate. Dankeschön. Was hast du dir nicht eingebildet? Ja, ja, ich meint, jo, tschö. So, da bin ich wieder. Ja, wunderbar, tschüss, äh, ja, nicht tschüss. Du musst ja telefonieren. Ja, klar, ey. Ach, das ist wegen, ach so, das ist das Gequietscht, deswegen der Synchronisation, oder was? Wo sind wir? Ja, wieder da, wo ich, äh... Achso, wo kann ich denn, wo, wo, wo parkt man denn dann hier das Ding immer? Äh, wie denn? Hab ich ne Garage für so'n Ding hier? Ähm, du kannst bei den Parkhäusern die unterstellen. Ja. Oder du lässt ihn einfach abgeschlossen am Straßenrand stehen. Ja. Du musst aber dann drauf achten, dass du, ähm, Ali nicht, äh, hier, ähm, na, verpasst. Weil wenn Ali nämlich dich abschleppt, ist nämlich dein Auto in der Verwahrstelle. Also besser immer einparken. Am besten einparken oder halt regelmäßig dann, ähm, ja, außer Haus kommen, sag ich mal, ne? Ja, 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 erzähl weiter! Achso, ähm, du, 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 also, wir können, wir können theoretisch das jetzt hier stehen lassen, wir fahren noch weiter, oder wir fahren in dem Auto, wo rum, wo du Fragen hast, was ich dir noch zeigen kann. Wie nachdem. Ja. Du, das ist mir egal. Wir können, sollen wir nicht, warte mal, sollen wir den, lass uns den noch mal einpacken. Du zeigst mir jetzt ein Parkhaus, wie man so ein Lkw einpackt. Sollen wir dein Moped direkt mitnehmen? Und wie kommen wir denn sonst wieder hier hin? Ja, stimmt. Ja. Nee, dann fährst du mir einfach gleich hinterher. Ich fahr dir hinterher, jawoll. Ja. Achso, ich fahr da, ja, ich mach den Lkw, macht ja auch Sinn, ne? Du, rettig? Was, rettig? So. Welche, was war denn die erste Szene, wo du mich gesehen, beziehungsweise gehört hast? Bei wem war das? Bei Stefan oder so? Den Sonntag sehr gut verlebt. Steven, hi. So. Kasslerliebe, ja, der Kassler ist lieber, aber ja. Ja, jetzt, äh, warte mal, ich ruf dich kurz an, dann sind wir in Kontakt. Wisch? Und du, warte mal, mach, warte mal, Telefon. Grüße von Kassler, ich grüße zu Kassler zurück. Warte, der ruft mich gerade an. Ich muss schon reingehen. Matoset? Hallo, grüße, Kassler hier. Wer? Kassler. Runter? Ja, grüß dich. Ja, grüße. Ja. Ja, hi. Hast du mich jetzt angerufen? Ja, ich hab dich angerufen. Dann grüß mal den Kassler zurück. Hallo, wer ist denn da? Ich bin's. Ich? Nee, ich rede doch gar nicht mit mir, oder? Doch. Nee, ich? Wie? Wer? Weiß? Ich verstehe mich nicht. Ja, ich bin's auch nicht. Gunther, du machst mich selig für dich. Ich hab mittlerweile schon leicht eine andere Umme. Ich will's denn jetzt da? Du hast mich angerufen. Ja. Ich hab dich angerufen. Richtig. Wo fährst du denn jetzt hin? Ja, zum Bankhaus. Ach so. Okay. Okay. Aua. 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 Aua mein Kopf. Warte, ich lese sofort. Da ist ein bisschen dunkel. Krieg ich mal einen Teil überhaupt ran? Der ist groß. Ja, kriegst du ihn. Warte, warte. Ich muss. Oder? Ja, kriegst du ihn. Wo muss ich denn da hin? Ja, einfach. Ähm. Du siehst diese Markierungen hier auf dem Boden. Mhm. Nein, da ein bisschen, genau. Ja. Das ist. Nee, nee. Was? Äh. Mulch. Was? Mulch? Mulch. Ich merk schon, du bist wirklich den alten Bürgermeister gewohnt. Ja. Also. Äh. Wo, wo fähr denn? Nee, warte. Nee, Mutterhaus jetzt. Ach so. Äh. Mutterhaus. Alter. Nee, nee, fahr noch ein bisschen zurück. Mal, mal. Ja, hinzu. Gut. Ja, Mutterhaus. In die neutrale Position. Das ist doch nicht ernst, auf dir einen LKW einzuparken, oder? Ich, ich kann... Was? Sie sind schiefen, sie sind in der Welt. Mutter, du hast einfach aufgelegt. Ja, ey, weil ich stehe vor dir, ich stehe. Ich stehe nicht, ich nicht. Was muss ich denn jetzt? Hallo. Hier, ey. Gut, der Parkfahrt ist gerade hier, der, warte. Ja. Ähm. Den Schlüssel in eine neutrale Position zu machen. Ja, hab ich. Was ist denn der Herr? Oh. Ähm. Sie haben jetzt nicht ernsthaft vor, hier einen LKW zu parken, oder? Oh, nein. Also, wenn Sie den hier parken, kriegen Sie den nachher hier nicht raus. Ach so. Ja, dann rück zu, Köni. Ja, du hast mir gesagt. Siehste, dankeschön. Das ist dann echt zu eng hier. Dankeschön, Herr Parkfahrt. Das ist, ich, das ist, äh, ja. Oh, Moment, Telefon. Matuszek. Ja. Ja, hi. Hallo. Wer ist denn da? Ach so. Hallo? Ja, hallo. Köni, ich bin's. Und da? Grü, wo bist du? Ja, hier. Ja. Auf dem Motorrad. Danke, der Herr, für die... Warte, wo? Hä? Warte, ich muss... Ja, sagen Sie mal. So, da muss ich... Ja. Okay, bitte, bitte, Bescheid. Steigen Ihnen. Gerne. Gut. Ähm, ja, ähm. G-Guni, warte. Was? Wo bist du? Ich hör dich, ich seh dich aber nicht. Ja. Boah, ist ja mal anstrengend. Äh, danke Ihnen. Schönen, schönen, schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Was? Wunder, du machst mich fertig. Ja, so, jetzt hier. Halt, du. Machen Sie mit. Machen Sie mit hier. Ja. Ja. So. Äh, ich war... War das mit Teil Apo unter, äh, äh... Ähm, Geiseln gesungen. Ich hab ihn ja an der Tankstelle getroffen. Gleich. Nein. Ach so. Kommen Sie mit, Gudi? Das ist schon ewig her, ne? Ja. Hey, wenn du mich überfährst, ne? Du, ich hab... Da hab ich jetzt echt keine Zeit. Äh, wie? Was? Hey? Dass du mich überfährst, oder? Ja. Ach so. Ist er ausgebrochen, oder? Äh, nee, aber das... Das zieht ja dann so ein Schwanz hinter sich her. Bist du schon wieder geil, oder was? Nein. Das sagt man doch. Da zieht man einen Schwanz hinter sich her. So ein Rattenschwanz. 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 Nimmst du jetzt eine Rattenschwanz? Hey, hey. Hey. Guck mal, ich will... Oh, guck mal. Oh, Wahnsinn. Guck mal, hier. Achtung. Bleib nicht. Guck mal. Wo bist du denn hier? Du warst doch gerade noch... Ja. Wo bist du? Oh, Achtung. Oh. Oh. Ich dachte, sind das diese irren Taxifahrer, von denen er erzählt hast. Das sind die Regierungs-Taxifahrer. Guck mal hier hinten. Guck mal, das ist gut. Und was auch im Motorrad sitzt. Ach, da. Ja, jetzt hab ich dich gesehen. Guck mal, ich schätze sogar hier eine perfekte Currywude für dich. Oh. Hintenrund? Ja. Guck mal, kann man ja auch umdesignen. Ach so, ja. Das stimmt. Nee. Ja, das stimmt, Rapp. Ja, das ist ein Ribbons. Das ist ein Ribbons. Hey, ich hab doch gerade erst gedreht. Ja, ich wollte dir... Du bist doch zu schnell vorbe... Ach, du Scheiße. Du bist doch zu schnell vorbeigefahren. Ah! Pass auf dir. Oh. Oh Gott. Sag mal, sind die hier total beschmiert? Ja, die sind total beschmiert hier. 1135 von 1101. Äh. Wo fahren wir jetzt hin? Ach, Parkhaus, ne? Ja, genau. Wo ein LKW... Gibt's extra LKW-Parkhaus? Der Parkwart da war ja ganz nett, ne? Dass er uns da hingewiesen hat. Das hätt ich jetzt aber auch wissen müssen, ne? Ja, tut mir leid. Ich hab da einen LKW gehabt. Das ist meine erste... Ich meine, das sieht gut. Äh, die ich im LKW gemacht habe. Ach so. Ja. Mach. Das war mein erstes Wahleute mit dir. Oh. Und dann direkt mit so einem großen Tal? Ja, ja. Ich hab keine Kosten zum Mühen gescheuert, für dich das große Tal auszupacken. Ja, das hab ich ja... Oh, hoch. Du musst blinken, Junge. Oder, oder, oder vorher sagen. Sie nix, sie nix, sie nix. Oh, hoch. Dein Rücklicht geht nicht unter. Da hat man gut gemacht. Ja, ich weiß es nicht. Alter, was waren die denn für Karren hier? Äh, Wüste. Hm. Alter, was... Wer wohnt denn hier? Äh, äh... Sind das die... Hier noch die Babos hier, oder? Äh, ja. Ich fahr mal da oben, da ist... Da ist mehr Platz. Oh, das ist die Gegelfahrbahn. Achso. Ja, wusste ich, dass das die Gegelfahrbahn ist, doch. Nee, 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 jetzt kann... Günther, du kennst doch... Günther. Jetzt komm mal hier hin. Oh, ein Trotzschellen, ja. Ja, ich komm mal hier hin jetzt. Ja, jetzt fahr mal hier auf dem gelben, äh, Kreis hier, der auf dem Boden eingezeichnet ist. Ja. Ja, ja, tut mir leid. So. Ach! So. Ich leg auf, ich bin hier. Hallo. Hallo. Komm mal zum Fenster links, da bin ich. Ach, grüß mich. So. Und jetzt kann ich... Muss ich zum Kreis da hin, oder was? Ja, nee, weil... Ach, erst mal abschließen. Jetzt erst mal abschließen, genau. Und jetzt, ähm, siehst du hier den, ähm, also in, in der Markierung hier unten. Ja. Sind extra so Fuß, ähm, ähm, pendels. Oh Gott, Entschuldigung. Ist aber abgeschlossen, so. Ja. Ja, hier in, in, auf der Markierung siehst du ja diese Knöpfe. Die sind extra für die Füße angelegt. Ja. Dann kannst du jetzt einmal, äh, manuell mit den, äh, Füßen draufgehen. Green Storm, liggend streepje, TV-trekst, die Capim 44. Monat 44, Mona, de Main, längster, Sab auf, Twitch, knipoogende, Smiley. Ja, und jetzt sagt der Richtmann mir, äh, jetzt ist er blockiert. Äh, nee, du, ist er hier jetzt... Ja, ich, ich, ich... Der hat mir gesagt, ist okay. Ja, und jetzt ist er eingeparkt. Jetzt steht er eingeparkt in 60 Minuten. Richtig, und dann ist er in der Stunde jetzt, äh, wieder, äh, wieder hier von, äh, den netten, mit den Meitern eingeparkt. Ah, okay. Mensch, das ist ja richtig knocky. Richtig. Und wenn, und wenn du vorher doch dich umentscheidest, dass du ihn doch, äh, äh, ähm, erbrauchst, dann musst du ihn einfach nur, äh, den Schlüssel wieder von da oben abholen. Von, von dem Herren da hinten, den da steht. Ja. Ja, also, der hier. Ja, 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 ja. Äh, und dann sagst du einfach, ja, ich war grad runter, und dann, dann sind die 60 Minuten... Greenstorm. ...nichtige. Dankeschön. Längste Sub auf Twitch. Das ehrt mich, Greenstorm, danke. Alles klar. Das ja, das ist ja, das, das ist wie's Fratzen geht. Ja, vor allem, weißt du, warum ich dir halt alles jetzt mal so genau zeige? Ja, zeig mir. Nee, was? Ja, warum? Ich hab' eine Frage. Ja, achso, da war, nee. Ha. Ja, weil du noch den ganzen, äh, alten Bürgermeister kennst hier. Ja, sicher. Ja, deswegen ist das für dich Neuland. Ja, das ist komplett, ich kenn, ich kenn, ich hab, also, das ist komplett neu. Ja, ich bin richtig, da ist man mal einmal kurz in Thailand und dann sowas. Gab's denn wenigstens BNs? Mein Lambo ist auch weg, da gab's, äh, ordentliche BNs. Was machst du hier? Ich, ich stand grad. Wer ist denn Rusty Brown jetzt? Nee, weiß ich nicht. Ja, danke schön, Green Storm. Dank mal kurz. Ich nehm, bringst du mir ein Rusty Browns mit? Bitte. Ja, meinst du? Guck doch da mal auf der Tankzone, lest doch da, hier. Sold here, special police menu. Das sind Donuts. Hast du die Browns? Ja. Mhm. Ja, ich hab keine Ahnung. Die Werbung wird hier niemals aktualisiert, tatsächlich. Ja, aber das heißt, wenn da dann, das heißt, dann ist es ja immer noch aktuell, oder? Nee. Ich frag mal nach. Den, den gibt's gar nicht. So, wir haben mal eben hier, ach, guck mal ne Bratwurst. Ich mach mal eben was zu essen mit. Und? Eiskaffee. Hm. Also, übrigens. Ähm, ganz wichtig beim Tanken. Ja? Du kannst, ähm, hier im Staate, tatsächlich ist das so modern, dass du an den Zapfsäulen direkt bezahlen kannst. Ach, musst du gar nicht rein hier? Nee, du musst theoretisch gar nicht rein, nur wenn du irgendwie was brauchst. Ja. Also, du kannst dann die Karte einfach dann an der Tanksäule, äh, dran halten und dann wird das automatisch abgebucht. Aha. Du sag mal, wo packt man denn eigentlich am, am, am besten sein, seine, seine Fahrzeugschlüssel hin oder den Ersatzschlüssel? Wo hast du deinen Ersatzschlüssel immer? Ähm, meine Ersatzschlüssel hab ich in einer kleinen Tasche verwandt, äh, in einem Lager, äh, also Lagerfahrzeug. Äh, äh, Fahrzeug tatsächlich. Ah, okay. Es gibt auch Schließfächer, aber die kosten, äh, Demenz viel. Demenz, ja, das ist so viel, das vergisst du dann, oder was? Richtig. Du, ähm, ich würd kurz mal aufs Klo gehen. Ich würd gleich wieder, äh, zu dir, äh, kommen. Kannst dich ja nochmal hier mit der, mit der Frau unterhalten. Ja, mach das. Nee, oder ist das ein Herr, also egal. Bis gleich. Ja, grüß schön. So, wir trinken hier mal ein bisschen. So, ich muss hier mal mich ordentlich mal voll tanken hier, weil meine Leiste ist gar nicht voll. So. Ey, das ist aber mega nett. Das heißt, wir haben jetzt erstmal hier ordentlich den, äh, LKW am Start. Wie gesagt, ich werd da off-stream morgen mal, ähm, mal ein bisschen farmen. So zwei, drei Stündchen, damit wir ein bisschen Grundkapital haben. Weil streamen, einfach nur dusseliges, äh, farm-streamen ist halt langweilig, wie sonst was. Ich werd's aber aufnehmen. Können wir ja ein Deal machen. Ich nehm's auf. Ja? Ich stream's nicht, aber ich nehm auf, falls was passiert, RP-technisch. Dann würde ich euch das zeigen, okay? Okay, ich nehm's, ich nehm's auf, wenn ich stream. Matti, guten Nacht, schlaf schön. So, was wollte ich jetzt noch? Jetzt hab ich schon wieder vergessen. Essen wollte ich kaufen. So, ich weiß jetzt hier nicht, was es am meisten bringt oder so. Aber ich will hier mir immer nur so ein paar Bratwürstchen, kann ich schaden, so ein paar Bratwürstchen in die Tasche zu haben, oder? Der Kassler ist witzig, auf jeden Fall. Den kenn ich noch gar nicht. Also der ist mir jetzt nicht irgendwie bekannt, dass ich mit dem schon mal irgendwie RP gemacht hab. Oder er war, will dann mal wer anders, oder so. So, auf jeden Fall macht die nicht, wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen was mitnehmen. Die macht nicht wirklich satt, ne? So, Viehstäbchen. Was, Froschicke? Hab ich jetzt eigentlich noch genug zu trinken, oder was? Warte mal, Juice. Ich weiß nicht, was am meisten Durst den ganzen löscht oder so. Aber ich nehm mal hier so ein bisschen Orangensaft mit. Dass ich zumindest ein bisschen was in der Tasche hab hier, äh, Essen und zu trinken. So, das ist die Jacke. Das Handy, die Schaufel, ein paar Dollar-Dingens hier. Ich hab Angst hier, obwohl, ich hab ja die Fahrzeugpapiere. Wenn ich die Schlüssel halt wirklich mal verliere, dann kann ich die ja nachmachen lassen, ne? Sollte ja funktionieren. So, jetzt haben wir, können wir mal ein bisschen, jetzt haben wir ja, Leute, ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Es tut mir sehr leid, wenn ich so beim RP bin, dann bin ich weniger auf dem Shit als sonst, wenn ich in, also, ne? Daran müsst ihr euch gewöhnen bei, ihr kennt das ja bei, 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 äh, RP, ja? Da, ähm, geh ich halt immer so in RP-Pausen wie jetzt oder sowas, ähm, da geh ich ja dann immer aufs RP, äh, auf den Chat dann ein, auf Donations oder so. Hab ich noch irgendeine? Greenstorm hatten wir, Starstop hatten wir, Labby, Duke? Ja, gut. Äh, ich hab schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt, danke dafür. Tut mir richtig gut gerade, das freut mich, mir aber auch, ja? Mir tut es, hört sich blöd an, ja, aber mir tut es selber gerade unfassbar gut. Es macht mir richtig, richtig, richtig Bock. War eine gute Idee, heute Abend wieder anzufangen. So einfach, das ist ja auch, wie gesagt, das ist so meine Art von RP. Also für die, die jetzt irgendwie jetzt heute, ist hier jemand, der heute zum ersten Mal jetzt irgendwie durch Zufall, weil er, äh, da irgendwie was gesehen hat, hierhin gekommen, also wer, der mich heute kennengelernt hat, oder was? Ja, wunderbar, ich hab mir ordentlich ein Mann und was geholt. Guck mal, sag mal, ist das hier, ist das, äh, ist das Peps? Das ist doch eine Nase, die da in das Weiße geht. Ja, ey. Ach, ihr seid doof, sag ich. Irgendwie mal, du kommst vom Kassler. Ja, der Kassler hat Probleme. Ja, das Problem ist das System, ja. Ja, vor allem, er hat auf einmal die Teletubbies noch nicht auch noch irgendwas bekommen. Äh, warst du jetzt eigentlich grad da, was, warst du Lulu machen, oder was? Ich war grad Peps und ja. Ach so. Ja. Hast du dir ein paar Snacks rausgesucht, ja? Ich hab mir mal ordentlich was rausgesucht. Hier, die meine ich, die hab ich aber nicht erfunden, die hier. Ja, die, die gibt's auch nicht mehr seit, seit... Ja, aber, 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 aber. Was ist das denn? Haben die hier die... Ach, das ist in Aus. Ich hab mal schon grad erschrocken. Diese Pau-Dinger, das ist ein Pau aus. Ich hab schon gedacht, das wär ein I. Bei Pau-I stehen. Aber was soll das schon heißen? So. Warum verkloppt ihr euch dann wieder? Ja, denk schon. Also... Wenn du, äh, nein, äh, das ist ja eventuell. Hm? Hast du schon mal, wenn die Snacks-Siege geht's? Was ist das? Musst du würgen schon wieder? Nee. Ach so, das soll... Putzen? Nee, ob die Snacks schon mal gegessen hast von denen. Die schmecken halt nicht ganz besonders und machen auch nicht so richtig sein. Nee, hab ich grad gemerkt. Was, also das Club-Sandwich und so und da, was ich oben bei der Hände gekriegt hab, bei Sunny, das war gut. Ja, genau, also die Restaurants, die machen halt richtig, äh, die, ne? Ja, also das ist, das ist im Endeffekt ist das wenig günstiger. Ich kann dir da wirklich die Sandwiches empfehlen. Das gab's Sandwich. Damit man halt die, die Restaurants ein bisschen unterstützt, ne? Ja. Ja. Sollen wir, sollen wir, sollen wir, sollen wir... Was gibt's denn hier noch? Also ich kenn ja jetzt schon Sunny. Was gibt's denn hier sonst noch für Lokal? Äh, dann können wir mal hier an den Hotspots mal, also du kennst ja dann, äh, oben das Hahn-Ding, ne? Ja, da, von Sunny, ne? Genau. Ja. Dann, äh, kennst du jetzt das, äh, äh, Burger-Naden unten? Welchen Burger-Laden? Rudis-Burger? Ja, Rudis-Burger? Nein, woher soll ich das kennen? Nein, K-Kodis-Burger. Kodis-Burger, sagt mir nix. Wo, wo der, wo der Bock-Sring war? Achso, das ging runter. Ja, das hatte ich jetzt, das hatte ich jetzt mit, äh, ja, ja, ja. Aber da war ja keiner. Ja, richtig. Guck mal, da steht mal ein WKL. Ja, die 5-5-5-Wurst. 5-5-5-Wurst. Der Wurst-Notdienst. Ah, die kann man, da kommt ein Grill hinten auf. Sehr schön. Oh ja, das ist was Tommy sagt, Cookie Freak. Du kannst halt an jede Tankstelle fahren, auch wenn, wenn jetzt der Innenbereich zugemacht hat. Ja. Ähm, weil halt das System da ist, äh, mit an der, an der Zappsäule zu, äh, bezahlen, ne? Ah. Und das ist das Cube? Das ist das Cube. Das früherige behaarte Mamas. Behaarte Mamas, genau. Genau. Hier hab ich mal gearbeitet, hier vor. Richtig. Und was geht hier so ab? Kriegt man hier auch was? Sollen wir hier was trinken, Mann? Absacker? Äh, das hat nur geöffnet, wenn, wenn der DJ auch tatsächlich da ist. Ach so, okay. Ja, also das ist so eventmäßig, ne? Ja. Aha, okay. Das war aber damals auch schon, war, war schon bei der behaarte Mamas war das auch schon so. Richtig, ja. Wenn, wenn sie halt den DJ organisiert bekommen, dann ist es auf. Ja. Wenn nicht, dann nicht. Dann, dann ist das nicht auf, ne? Richtig. Gehst du das Filmstudio hier zu linken, wenn du mal einen Film drehen möchtest? Ja. Egal. Oder was? Ja, P-Porno, da ist egal. Kannst du gucken. Ja. Also, ne, geht ja ums Drehen, nicht gucken. Ach so. Na klar. Fingermäuerei. Grüße in die Lausitz aus, wer, wer kommt denn aus der Lausitz? Nein, also wie gesagt, rp-technisch, äh, da machen wir immer in der rp-Pausen. Also, nie sauer sein, wenn ihr mal irgendwie sub-3samt oder so, das, das ist mal ein paar Minuten dauert, wenn ich mich bedanke. Ja. Was wird hier gemacht? Ja, hier wird, äh, gedankt und dann kannst du rein und, äh. Stell dir für Karren. Ja, das ist die Kitz-Tankstelle hier. Ach so. Ja, äh, dann gibst du keine Kassiererin, also das ist die einzige Tankstelle, die, äh, wo du dann kannst, äh, wo du kassieren kannst. Nein, wo... Ja, also, wo du hingehen kannst, äh, und Trinnel bezahlen musst. Okay. Machst mich fertig. Ich mach mich auch fertig manchmal. So, dann gibt's, äh, bald, glaub ich, auch ne, 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 Fahrschule. Die, die musste aber nur, äh, äh, also die Gänste und musste nur besuchen, wenn dein Führerschein abgenommen wurde. Ah. Soweit ich weiß, keine Ahnung, mal gucken, wie es ist. Okay. Okay. So wurde mir das mal, äh, am Würfelpark erzählt. Ja, am Würfelpark wird viel erzählt, Manni. Richtig. Dann wird sie jetzt noch ein anderes Auto, oder im Reich steht es. Brauch ich denn noch ein, was gibt's? Ja, lass mal gucken hier, was kosten die denn? Oh Gott, hier hab ich damals ein Labor gekauft. Hoffentlich sind die da gleich besitzt. Oh, ich bin das nicht mehr gewohnt, Günni zu sprechen. Ich brauche, ich muss Ricola holen, oder so. Ich muss mehr trinken, Leute. Ihr müsst mich mal, wenn ich jetzt, äh, 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 abends länger zocke, erinnert mich mal dran, dass ich öfter trinke, auch mal einen Tee, oder so. Ich merke, das ist nicht gut, wenn ich Günni spreche, muss ich viel trinken. Wir trinken dabei, wir haben sogar... Ja. Dann ist es, äh, Dietmar, hier. Dietmar? Ja, Dietmar. Dietze! Guck mal, Freund. Gibt's hier nicht irgendwo ein Bild davon? Ähm, ja... Was? Ich weiß ja gar nicht, wie die aussehen. Jaja, ähm... So... Was? Soll ich dir mal, äh, eventuell, ähm... Was? Also... Den ersten hier. Ich sieh's... Oh Gott, da ist er. Wenn der... Ja, ich hatte früher mal einen Sand King, den hab ich in Zahlung gegeben, für den Lambo. Den Rest hab ich nie bezahlt. Äh... So, der erste... Ein Sand King? Ja, der war geil. Der war richtig Porno. Welche Kategorie? Sand. König. Was? Äh... Also... Äh... Wüste, ja? Also... Ich weiß nicht, da gibt's den Sand King. XL heißt der. Ach du Scheiße. Ja. Ja. Das war damals mein Ding. So. Aber da siehst du ja kein Geld, das ist ein Pick-up. Ein Pick-up? Die Fußse. Du, ähm... Ich sag's mal so, ne? Ähm... Ich könnte dir einen empfehlen. Ja? Welchen? Der ist ein bisschen schnucklig, hat viel PS unter der Haube. Ja? Ist sportlich, aber klein. Also kein Geländewagen oder so. Ja, Geländewagen. Also kein Geländewagen. Kein Geländewagen. Den kann ich dir aber empfehlen. Wie heißt der denn? Dann guck ich mir den an. Ähm... Der... Der heißt... Ähm... Ähm... 190Z. Och, das ist Mercedes. Geil! Willst du den? Der kostet 70.000. Taucht der was? Der taucht was? Ja. Wie flachst du denn auf den Krallen nochmal? Äh... Warte, muss ich... Warte, wo kann ich das nachgucken? Mein Kontostand. Ich meine irgendwas 10 oder 11. Hab ich noch. Wir können ja auch eine Tour noch Erdbeeren holen. Mit dem LKW. Mh... 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 Na gut. So. Komm mit. Ja. Komm mit. Ja. Bitteschön. Was denn? Was? Da steht der. Hast du mir geklappt? Was? Warum? Hast du mir... Och... Alter, das ist ja... Das ist ja ein richtig fettes Gerät. Ja, ne? So, jetzt warte. Warte! Warte! Bitteschön. Nein, das war nicht gewürgt! Ich war... Ich war erstaunt! Ich komm nicht! Sollte dich einmal sagen gehört, Mensch! Sollte dich einmal sagen gehört, Mensch! Sollte, bitteschön! Oh, jetzt häng ich mit meinem Tal... Warte! Äh! 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 Ich... Ich... Ich brauch Luft! Ich hab die Schlüsse erhalten! Und die Fahrzeugpapiere oder was? Kannst du die denn jetzt anwenden oder was? Ja, genau! Warum machst du das? Ja, äh... Damit, äh... Damit du einen guten, äh... Start hast, hier! Oh Gott! Was ist... Schwer... Schwer, dass du... Ne? Ja? Ich hab das noch nicht so raus! Merkt man aber nicht, ne? Ne! Professionell wie immer! Ja! Komm rein! Ich fahr dich zur Begleitstelle! Äh... Anmeldestelle! Der... Er springt aber nicht an! Ey, wenn ich jetzt draufgehe, ne? Wo drauf? Ja, wenn du mich jetzt umbringst... Dann rettet's einmal im Karton hier! Oh! Wunderbar! So! Hat der... Hat der... auch ein, äh... Timtim? Timtim? Ja! Wegen der mich, ich weiß, wo die Zulassung stelle ist! Kannst du das nochmal in Timtim eingeben? Im... 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 Im Timtim! Ja! Also, und wenn du den in die Weltkland wärst... Kannst du... Kannst... 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 Kannst du auch, äh... Am Motor... Ne? Kannst du auch theoretisch so ne... Ähm... Nitro... Dings, äh... Einbauen lassen! Okay! Nitroflasche! Ja, Drehzahlbegrenze hat er! Kannst du auch so ne Guckfenster in den Motorraum einbauen! Dann kannst du immer auf den Motor gucken! Das ist ganz geil! Ja! Ja! Nur hörst du ja wie geil der schnurrt! Nein! Ja! Ich muss... Ich bin grad komplett perplex! Warum denn? Na ja, oh! Merkst du das? Was denn? Mit dem Auto? Geil, ne? Das ist mega! Das ist mega geil! Das ist mega geil! Richtig! Tja! Warte... Jetzt... Jetzt... Jetzt ganz... Jetzt ganz schnell... 5, 5, 5... Wurst! Warte... Aber das ist nur als 2 machen! Es 2? Ja, das ist als 2! Wurst ist 2! Ähm... Warte, ich muss jetzt... Also erst... Muss man drücken... Licht! Äh... Licht! Nee, eigentlich, wenn du... Wenn du abschließt... Ähm... Macht sich das Licht von alleine aus! Ja, bei dir! Jetzt ist... Nee! Bei dir auch! Bin ich mir sicher! Einmal... Wie sie? So! Einmal jetzt... Einmal jetzt... Äh... Nochmal hier... Die Unter... Äh... Die Unterlagen unterschreiben... Hast ja hier das Pult... Kannste da... Alles abreißen... Und dann bekommst du es... Vom Drucker hier... Ausgedruckt... Wie du sagen möchtest... So... Kennzeichen dran... So... Was ist? So... Dranschrauben... Du ziehst neben... Du ziehst neben... Luf... Was ist los? Alles... Alles... Okay, Guni? Guni? Gunter? Ja... Ja... Ist... Ist... Ist super... Ist super, ne? Äh... Hier übrigens... Der Tankdeckel... Ist gekennzeichnet... Mit was? Mit... Ja, hier... Ja... Er hier oder was? Ja... Nur dass du es weißt... Okay... Nicht, dass du den vergebens... An... An... Na... An der Seite suchst... Oder so... Ja... Was ist? Achso... Krass... Mann! Ich... Das ist ja umständlich hier... So... So... Gucken... Da gibt es bestimmt auch einen Trick... Wie ich schneller ins Auto komme... Auto springt nicht... Achso... Ah... Ah... Warte mal... Machst du das... Also... Gehst du in deinem Kopf das quasi... Ich geh das komplett durch... Das ganze Programm... Okay... Weil wenn ich das mit dem Finger mach... Will ich immer auf der Seite rein... Ja... Also du... Wenn du... Wenn du als Beifahrer bist... Ja... Einsteigen möchtest, ne? Musst du gemütlich an die Sache rangehen... Gemütlich... Achso... Wenn du aber... Ähm... Als Fahrer bist, ne? Ja... Musst du feste... An den Griff ziehen... Wegen... Weil du fährst ja auch schnell... Als... Fahrer... Mh... Mh... Ne? Mh... Und musst es nicht die ganze Zeit manuell in deinem Kopf durchgehen... Richtig... Ne? Ja... Ja... Also... Als Beifahrer gemütlich einsteigen... Als Fahrer... Schnell... Und... Flott... Einsteigen... Ne? Mh... Weißt du bescheiden? Ja? Was denn hier? Guck mal... Ich geb dir mal was in deinem Dingeltangel ein... Was? Aber ich hab doch... Den Dingeltangel hast du doch gerade eben gesagt, oder nicht? Ja... Ja, also... Mh... 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 Ja, darfst du drüber fahren... Das ist... Erlaubt... Fahrer Mensch! Alter... Ich... Ich bin... Ich bin das komplett... Äh... Perplex... Warum denn? Ja, warum denn? Ja, warum denn? Wp... So... So, was hast du jetzt dem Team Team eingegeben? Ja, hier... Ja... Einer der angesagtesten Gloops... Gloops? Ja, wenn du... Ja, hier... Wo können wir denn hier parken? Ja, da wo nicht rot ist... Ist ja wie auf Malle hier... Richtig... Ja, wenn du... Wenn du jetzt mal hier quasi... Ja... Ja... Was ist das... So, wenn ich feste... So, ich hab jetzt feste... Feste... Und guck mal was... Ja... Guck mal... Da... Wenn ich das feste mache... Machen wir... Machen wir... Du... Ich... Warte... Feste... Wie feste denn? Vogelfeste? Nein! Nein! Du musst... Du musst... Guck mal... Nein! So, da geht er wieder ums... Ja... Du musst... Am... Vorderrad... Ja... Sein... Um mit deinen langen Armen... Dann... Als Fahrer einzusteigen... Ja... Immer am... Ja, ich bin... Ich bin nur Sportwagen gewohnt... Ne, aber immer... Also... Bei jedem Auto... Na ihr Schnuffels... Was gab's... Immer am vordersten Reifen ein paar... Äh... Einsteigen... Weil irgendwie die... 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 Zündschnur... Dann... Dann besser ist... Ja... Weil sonst konntest du das... Mit deinen... Gehirnzellen nicht vereinbaren... Dass du als Fahrer... Äh... Aber wir kennen uns ja... Agieren möchtest... Ja... Oh, der White Widow hat... Am... Am... Am Vorderrad ein... Ja... Dann... Was machst du denn? Ja... Das ist hier... Äh... Der Kitz... Ja, Meter mal richtig rein, da... Hier... Ja... Kille, Kille... Ich weiß nicht, ob wir... Ob wir hier rein dürfen... Warte mal... Lass... Lass mal... Lass mal... Was? Ich hab mal geduckt... Ach, ne... Scheiße... Okay... Was ist denn hier? Hallo? So... Aber das ist ein angezeigter Club tatsächlich... Von der Tankstelle, ne... Wo ich dir gesagt hab... Ja... Ist das hier der... Äh... Die... Die Diskothek... Ach, ne... Ja, doch... Ach, ne... Hier gab's auch schon mal ne Kostümveranstaltung... Bist du... Bist du nur mal ne Off-Street drauf, oder wat? Ich hab gewonnen... 60.000 hab ich gemacht... Wo? Na, bei der Kostümveranstaltung... Hier im Gietz... Wie... Was hast du... Was hast du denn... Wie... Was? Hä? Veranstalt... Ich... Ich hab 60.000 gewonnen... Nö... Bei der Kostümveranstaltung... Und was musstest du dafür machen? Immer am Vorderrad... Vorderrad... Oder... Und jetzt? Ja, ich hab 60.000... Äh... Als Gewinn bekommen... Ich war ein... Äh... 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 Was hast du denn hier... Wo haben wir denn jetzt genießen? Ja, jetzt nicht... Äh... Dem... Dem... Dem Tamtam folgen... Sondern hier einmal kurz geradeaus... Da war mal ne Werkstatt früher... Ja, hier ist immer noch ne Werkstatt... Da hab ich früher mal für gearbeitet... Ich hab dir noch gesagt... Dich dem Tamtam folgen... Wie sie... Ach so... Ich hab dir nicht zugehört... Was... So... Jetzt... Hier... Super... So... Stopp... Hier vom Parlament? Ja... Das ist Rathaus... Ja... Da mach einfach fest... Der Parkplatz... Hallo... Das ist gleich... Oh... Das ist schon der Bürgersteig hier... Oh... Stopp... Hier ist der Parkplatz... Der ist aber auch weiter weg... Warte mal... Ist ja... Oh... So... Da müssen wir jetzt rein oder was? Ja... Also... Jein... Ich wollte dir nur zeigen... Ja... Ach so... Ja... Fahr mal... Warte mal... Hier vorne... Ich soll jetzt glaube ich... Der Klamottenladen... Wo der... Der... Der Finn mich eingekleidet hat... Ja... Genau... Der, der mich Bambi genackt hat... Und die Ambutheke... Bei jetzt ist nämlich... Danspedie in den Weinwurz... Bei wem? Bei... In den Weinwurz... Okay... Ja... Ja... Und hier rechts ist es schon... Das ganze Gebäude... Ach... Ach... Das komplette Begleude... Bis vorhin... Ach... Ach... Richtig... Fläschi... Ach... 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 Der ist aber wirklich gut... Hier ist das... Ähm... Ja... Und hier ist der Fischer zu Hause... Hier ist der Fischer zu Hause... Richtig... Ne... Ja... Guck mal... Guck mal hier... Ich zeig dir mal die... Ich kann doch nicht einfach da rein und sagen Warte, ich muss mich erst sortieren Dann das, dann das Dann das Und dann so Du darfst mit niemandem sprechen, wenn wir das jetzt machen Okay Einfach, ähm, als würdest du hierhin bestellt worden sein Okay Okay Grüße ihn Mal Zeit Mal Zeit Siehst du, so einfach geht's So, dann ist die Cafeteria Ach cool Und hier, komm wir zum Treppenhaus Mal Zeit Mal Zeit Wenn wir jetzt hier hochgehen Ist doch Stroh am Heier erstmal, mein Lieber Kommen wir zu den Büros Das gibt's doch nur Theater jetzt wieder Ja Da, da vorne sind, sind ganz viele Büros Dann, da hinten sind Pressezimmer Hier sind ganz viele Büros Wer, Bohnen, Büros? Nee, Büros So Das sind so die Chefetagen hier Oh Gott Ist der Fischer hier oben? Ja, ich glaub das ist Fischers, äh, Ding Hier So Ja Ja, und, und dann komm mal mit Musst dich ja auch zurechtfinden, wenn du irgendwie von der Poli Wenn du Wenn du Also du musst dich ja zurecht Hi Oh, ich bin noch laut Achso Was? Ich hab grad Stimmen gehört Ja, ich auch Mega komisch Ey Ja, aber, ähm Musst dich ja zurechtfinden, wenn die Polizei mal was von dir sagt Dass du ins Büro kommen solltest Ja, das ist richtig Wo wolltest du hin? So Willst du noch die Pressezimmer sehen, oder was? Nö, nö Oder? Nö, nö Oder? Nö Ja, du musst sagen Was? Oh, hier Geht's hier zum Umschrauber? Achso Ja Oh, okay Da nicht Ja, unten sind dann die ganzen Zellen Oh, sind da Kann man da Leute besuchen? Ähm, ja, aber da musst du dich anmelden Dann gehen wir ein bisschen jetzt nicht schön, sondern wir werden uns strafe machen Okay Guck mal wieder raus Hä? Hier, komm mal wieder raus Ach, guck Sehr schön hier Ja, ich bin da drauf Wollen wir, wollen wir mal eben Hallo Hola Sag mal Ich, ich, äh Hast du eigentlich mal versucht, Shippy anzurufen? Ich soll doch immer ans Vorderrad gehen Ja, aber du bist gleich auf der Straße gelaufen Danke Und Prinzess, hi Wenn ihr jetzt hier einmal drehst, ne? Oh, wow Was ist mit den Leuten nicht richtig? Wir haben ganz schön Video-Gift Wenn du hier jetzt einmal drehst, hier Und dann rechts fährst Ja Dann kommen wir zum Casino Das siehst du schon nach links Ja, hab ich schon gesehen Genau Wo ist das? Hier links fahren oder ein weiter? Ja, du kannst auch eins weiter, ist egal Da ist halt auch eine, äh Hier, ein Parkhaus, ne? Ja Und das ist auch hier Park und theoretisch Ja, gut, theoretisch Ja, äh Soweit ich weiß, ist momentan nur Online-Casino Aber wenn dann, äh, irgendwann, äh, ne, das öffnet, dann, äh, passt's Ah Dann kannst du da auch, äh, rein Momentan ist nur Online-Casino Wir müssen ja ein bisschen für den Umbau Geld, äh Ja, ja, gut, ist klar Aber da kannst du ja da zig Millionen machen Richtig So, und wenn du jetzt hier links gleich wärst, also jetzt rechts, äh, naja Mann, dass du, äh, also Da ist ein Cent King Äh, was, wo soll ich hin? Ja, jetzt, äh, hier, Ausfahrt wieder Ich, ich, ich mein, grad du hättst irgendwie ein Delay oder so Ja So, jetzt links Ja, ich, ich, da hab ich früher mal gerne gehört Jan Delay? Ja Ja Ja, ja Warte mal, ja, hier sind die netten Moped-Leute Richtig Da arbeitet jetzt hier der Sekretär Ja, ja Jan Delay? Richtig, genau Ja, und wir sind gerade am Tankzie, äh, äh, Dings Richtig, ja, ja, da waren wir vorhin auch Aber die Arbeit nur für sich in ihrer Einrichtung Der geht richtig steil, aber Nein, der geht richtig steil Hier kommst du schnell von A nach B Oh, oh, du fährst auf der Gegenfahrbahn Jetzt wär's wieder auf die Was ist denn teurer? 100 Meilen durch die Stadt oder Gegenfahrbahn? Oder so wie jetzt die, okay Dann, was ist das? Ja, hier kommt die zukünftige Feuerwehr hin Geradeaus hier Nicht schlecht Nein Es hat sich sehr viel getan Ich bin froh, dass ich wiedergekommen bin Wäre ich noch länger weggeblieben, aber da wäre der Stadt, äh, hätte ich ja hier gar keine Oh, gerade rechtzeitige Mehrheit Ja, 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 ja Wem führ dich jetzt? Wen? Kommt sie heute nicht mehr, Herr Lieben, raus hier Naja, so sieht die Gegend auch aus Das wird auch passieren mit dir Ja Ja, mich haben sie noch immer begehen lassen Gegen dem starken Mund gemacht? Naja So Ach, Gottes Willen Also hier Hier kann man sich Sachen aussuchen, oder was? Nee Hier bringt Ali dein abgeschlepptes Auto hin Ah Richtig Und kann man hier auch welche günstig erwerben, die nicht abgeholt worden sind? Ähm Wenn sie offen sind, ja Achso Ein goldener Porsche Du fei, du fei Oh Irgendeiner hat uns auch gemacht Junge, ist das nicht ein bisschen too much? Ein wenig Nicht? Guck mal, heute lernen wir alles hier kennen, Leute So Ja? Ja, ich überlieg gerade Ja, überlieg mal Ähm, kennst du schon das Krankenhaus? Nein Nicht? Okay Also, ich weiß es nicht Ich kannte hier mal eins Ja, wahrscheinlich ist es auch noch das alte, aber Schau uns mal an Weiß ja nicht, was in deinem Kopf so los ist, weiß ich Das wüsste ich auch gerne Aber das hat Das gibt es irgendwann auf Gut, da Wie schnell darf ich eigentlich hier auf den Nivea fahren? Unbegrenzt Ach, das ist ja super Dann Buschi, Glas, gib Gas Wie heißt die Mutter von Mach mal schneller Aufendteller Weiß ich was Irgendwie verwirrst du Was bringst du da gerade Durcheinander runter? Ja, ich glaube auch Sag mal Sag deine Frau eigentlich nichts Wenn du dich die ganze Zeit nicht meldest Du musst hier rechts Du hättest hier rechts gemusst Das Tim Tim sagt mir was anderes Oder? Oder habe ich nicht geguckt? Ja, weil du drehen musst So Hast du schon wieder verpasst? Nee, jetzt riecht sie Also meine erste Frau Die hast du jetzt verpasst oder was? Ach, das kenn ich doch Ja Ja Ist das alte, ne? Genau Aber gut Ja Ansonsten Ja Kannst du eigentlich nicht Hä? Eventuell hier Da Ähm Also meine erste Frau ist tatsächlich an Krebs gestorben Oh, das tut mir leid Danke Vor fünf Jahren jetzt Und ähm Ja, meine Verlobte Ist jetzt ne Ex-Schlampe hier Na was? Ich kann nicht schau'n Ne, 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 ne Ex jetzt von mir Weil ähm Ich war aufs Geschäftsreise Ja In Europa Ja Und dann kam ich wieder Ja Dann hattest du gesagt Ähm, ja, entweder 60.000 Oder dein Haus Hattest du gesagt Ich bin doch nicht bescheuert Ich geb dir 60.000 Und dann halt die Fresse Genau Ja, und dann hattest du mir Hausverbot im Krankenhaus gegeben Hausverbot im Krankenhaus? Ja Hausverbot im Krankenhaus? Das geht ja Das ist ja gar nicht legal Na doch Du darfst dann nicht schreien Ohne einen Grund Wenn du verletzt bist Ist alles in Ordnung Aber sobald du Genießen bist Dann passt Achso Achso Du darfst doch keinen besuchen Oder was? Ne Wie? Ne Darf nicht Splitzeit Zwist? Ja, das ist der Comedy Club von uns Ach geil Ist da was los jetzt? Wenn sie nicht abgeschlossen haben Können wir jetzt rein Ja, das lassen uns ja Comedy ist immer geil Ich bin ja auch gerne mal lustig Ja, ähm Cool Ja, dann kannst du die Schneiden Hinstellen und eine Witze erzählen Warte mal Ist das Mikro an? Kommt ne Frau beim Arzt Ja, der war lustig Ja Ja Warte mal Äh Live-App. Wird er, wenn solche Veranstaltungen sind, wird das da auch drin verkannt gegeben? Ah, okay. Da wird dir dann das eingezeigt. Ach, das ist ja super. Werbung und Events und sonst was. Ja, ach, warte mal. Wo hab ich denn noch? Das muss ja hier gewesen sein. Ich lerne das noch, Leute. Ich lerne das noch. So, dann ist da vorne noch die Dicke Lalle dabei. Was? Die Dicke Lalle dabei ist vor uns. Die Dicke Lalle dabei. So was hatten wir in Thailand auch. Ja, hier Dicke Lalle. Ach, Tiki. Ja, Titi Lalle. Ach so. Tiki. Tiki Lalle. Richtig. Ich hab mich schon gerade geordnet. Das Glory Hole. Was? Hier ist die Bean Machine. So, jetzt so liegen können. Kaffee, glaube ich, so wenn ich weiß. Ja. Better Life. Ich bin schockiert. Erstaunt. Irgendwie die Autos hier manchmal stehen. Ja, das sind dann so super Gang-Hoods. Ja. Ja. Ja, aber dann theoretisch weißt du jetzt erstmal so das Wichtigste. Ja, das muss ich jetzt aber auch erstmal verarbeiten, weil das war ja echt eine Menge. Und dann schlage ich dir was vor. Ja. Wenn du das jetzt verarbeiten möchtest. Ja. Entweder du sagst jetzt hier, wir saufen noch ein bisschen. Ja. Oder du sagst, du willst dich aufs Ohr legen. Ja. Das kommt jetzt auf dich drauf an. Ja. 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 Okay. Ja. Und was noch so? Ich bin gerade schockiert. Ja, so einen Absacker können wir ruhig noch trinken, so zur Feier des Abends. Ja, ich glaube, das wird eher kein Absacker, sondern ich würde trinken und holen. Dann würden wir uns einfach so irgendwo hinsetzen. Im Würfelpark oder so. Im Würfelpark. Ja. Sollen wir dazu der Giet-Tanke was holen oder wo? Ich hätte theoretisch bei mir, bei meinem Anwesen auch noch was. Ja, dann mach mal hier Tim-Tim. Ja, ich mach mal Tim-Tim. Oh nein, Wuhli, geh nicht. Schlaf schön. Na, auf jedes jetzt. Schlaf schön, Wuhli. Neh mich mal besser an hier. So für Marbe, denke ich mal. Gut, ich weiß nicht. Das ist halt der P. Es kann jetzt noch, wer weiß, was passieren. Oder wir lassen halt den Abend jetzt gemütlich. Gut, wir lassen ihn jetzt. Wir holen uns jetzt was zu trinken, gehen am Würfelpark und gucken, was da noch so passiert. Ähm, da kann jetzt einfach nur chillig der Abend enden oder es passiert, wer weiß was. Man weiß es ja nicht. Hi, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, es tut mir leid, aber VUDs hab ich, ich muss mal gucken. Ich lade die, ich zeichne aber alle Streams auf. Und ich werde die dann irgendwo hochladen. Vielleicht YouTube oder so. Mal gucken. Also, nee, nee, fahr mal, fahr mal hier zum, zum Autohändler, wo wir den Auto geholt haben. Da ist ja noch mein, mein Dings. Ja, warte mal, da müssen wir hier rechts bleiben. Aber da war ja nicht der Autohändler, oder? Beim Team Team. Genau, beim Team Team hab ich den eingeben. Achso, da ist der Autohändler. Und hier ist gar nichts mehr? Hier ist nichts mehr. Auch keine Zweigstelle oder was? Nee. Der ist zwar offen, aber, äh, ja, nee. Ist nicht. Wo fährst du denn jetzt hin? Ja, ich hab mich verfahren. Achso. Aber du hast doch gar nicht, äh, Vandafach. Naja. Na, der ist nicht gut. Sag mal, wo fährst du denn lang, Mensch? Du, was? Du in deinem Team Team drin hast. Nein. Wie, nein? Vande. Was? Hier. Na, zurück. Du, ich bin doch gleich da. Ja, ist egal. Was? Ich, ich sollte doch... So, ich hatte... Wiebezug, Z.P. Aber bei dir erlebt man ja alle zwei Minuten was Lustiges. Kommt drauf an. Aber Gunny, wie alt bist du denn überhaupt? 53. Oh, dann bin ich ja sogar nur älter als... Ja, ja. Ja, hier. Das ist mein, mein, mein schönstes Anwesen. Wo? Wo uns. Jetzt bleib mal locker hier. Wir wollen hier grad reinfahren. Achso. Okay. Hi. Grüß dich. Sag mal, du solltest nicht reinfahren. Ist das dein Geburtstag hier? Geburtstag? Ge... Ja. Ich. Ich, ich. Mein Geburtstag. Happy Birthday to me. Wie? Halt. Ich muss mir eben neu verkabeln. Ja. Meine Fris, ey. Wicke. Schlaganfall, ey. Upf. Erste Anzeigung. Schlaganfall. So. Das steht aber zu verkaufen. Das kommt ja weg. Wer? Das Haus. Nee, das Schild. Ja, aber du verkaufst oder verkaufst du oder was? Nee. Wie? Ich hab das Wort aufs Rechts für das Haus. Ach so. Hier, dann komm. Das ist meins. Echt? Sieht ihr aus wie Köln? Hahaha. Äh. Oh, was hast du denn hier noch? Kann ich auch mal gleich buxeln hier. Was hast du denn hier? Wie ein Art ist das hier? Das ist mein Reserve. Ah. Mei. Was? Hast du den? Zeig mal dein Haus. Kommt man hier irgendwo rein? Oder hast du die Schlüssel noch nicht? Ich hab die Schlüssel noch nicht. Zeig. Deswegen, ähm. Also, nein, ich hab die Schlüssel. Aber, ähm. Ich sag's mal, ähm. Die, 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 ähm. Die Vormieter. Ja. Haben sehr sperrig, äh. Eingerichtet. Ähm. Deswegen, ähm. Also, du musst es dich mal. Ja. Quasi so vorstellen, dass, äh, hinter der. Ja. Hinter der Tür, äh, zapfen du es da hieß. Okay. Quasi. Was ist der? Was ist der? Wer ist der ein David Jean? Das ist, äh, der, der Vormieter. David Jean? Ja. Okay. Ja. Aber du hast das schön hier. Was wolltest du denn jetzt noch holen? Was du trinken, ne? Ja, hier. Was? Hier. Hier. Ja. Oh, oh. So. Oh. Und jetzt holen wir noch, äh. Oh. Und jetzt holen wir dein Auto, dein Moped und dein Würfelpark, oder was? Richtig. Ja, dann guck. Äh, achso, und hier, nur zur Info, die Nachbarn haben zum Beispiel schon im, äh, Möbelhaus schon, äh, renoviert, neu. Die haben im Möbelhaus renoviert? Wieso haben die denn die, arbeiten die dort? Oder wieso haben die denn im Möbelhaus renoviert? Gib dir. Arsch. Was denn? Und die im Möbelhaus renoviert haben? Das ist doch schön. Die waren schon im Möbelhaus und haben sich dieses Haus renovieren lassen. Das meine ich. Genau. Ich dachte, die haben das Möbel auch, also da musst du dich aber umhören. Wo, wo gehen wir denn jetzt überhaupt hin? Ja, du gehst irgendwo hin. Achso. Oh, du stehst aber da vorne. Gut erkannt. Kommt ja in die Mucke, ja. Du musst du in deinem Ohr quasi abschalten. Hab ich. Achso. Eigentlich. Aber du musst das... Ich war bei dieser Online-Geschichte und hab Musik da komplett ausgemacht. Ja, du musst das auch, ähm... In, ähm... Jetzt kommts. Deiner Insta-Story musst du auch abschalten. Ne? Was heißt denn in meiner Insta-Story? Ja, in deiner... In deiner... In deiner, ähm... Story. Auf, ähm... Achso. Ja, aber da meine ich hätte ich's doch auch. Oder? Ja? Ja, du nehm... Das ist, äh... Von... Unterschiedlich. Okay. Ach, meine Fris. Schwimm's wieder nicht an. Achso. Ach, du machst mich fertig. So. Jetzt, äh... Zum Moped. Das war bei einem Auto aus. Ja. Und ich... Ja. Genauso wär ich auch gefahren. Du bei... Was, mit dem M-Menü? Wieso? Wieso mit dem M-Menü? Wieso nicht mit U? U, 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 U. Klappt das manchmal nicht oder was? Weiß ja lässig, über das M-Menü zu gehen, oder? Mal. Hier ist der, äh, YMCA, oder? Okay. Uah. Ist da was passiert? Ähm... Nein, so? Der hat sich gerade hier hundertmal um den Kreis gedreht. Ähm... Komm mal zurück. Hier sind die Lonely Gentlemen. Alles gut bei Ihnen. Alles okay. Alles super. Ja, ja, läuft. Danke. Okay. Alles potipalletti. Ja, die... Ja, bitte. Die Lidali. Okay. Ich habe man zu sehr, sehr viel Ansichtssache, ne? An... An und für sich, äh, auch nicht verkehrt. Richtig. Wie? Hä? Unter. Ich bin froh, dass ich heute hier getroffen habe. Sonst wäre das vielleicht heute ausgeartet. Warum denn ausgeartet? Was weiß denn das? Ja, ich weiß es nicht. Ich wurde ja als Bambi bezeichnet, ihn irgendwo ausgesetzt. Er hat gesagt, er hat Kopfschmerzen, ist zur Apotheker gerannt, und dann war er weg. Aber dann... Dann sei froh, dass du nicht, äh, Mutter von Bambi genannt w... ... wurde... ... ist... ... bist. Sonst wäre sie jetzt schon tot. Scheiße. Er wollte dich schützen. Stimmt. Nein. Was hat Licht angelassen? Was hat Licht angelassen? Nee, ich bin gefahren. Du bist gefahren. Ja gut, schreibe mich nicht an. Bis gleich, am Würfelpark. Ja, Würfelpark! Wo stehen Driftpunkte, sag mal? Nein, es gibt nur Ärger. Nein, äh, Leute, sind die Ampeln jetzt gesynkt oder nicht? Nee, ne? Die Ampeln sind nicht gesynkt. Oder sind die mittlerweile gesynkt, die Ampeln? Sind nicht, okay. Oh. Komm, ich packe den direkt hier mal ein, den Hubel. Was weg ist, ist weg. Ah, ist doch egal, was... Wenn er drin ist, ist er drin. Das war sie said. Dann steig auf. So. Ja, sollte, ne? So, ich muss doch gucken, ob das auch wirklich zu ist. So, äh, warte mal. Nee. Was muss ich? Eh muss ich drücken, ne? Scheiße. Scheiße. Mann, ich kann mit dem hier nicht... Ah. Ah. Ja, dann bist du ein bisschen zu mittig gefahren. Du darfst ja die Buttons nicht beticken, weißt du? Ja, hab ich hatte. So. Äh. War das nicht mit E? E oder nicht? Bin ich total bekloppt? Hey. Wann ist? Er will nicht. Ja, dann fahr mal auf die andere Seite. Ja. Vielleicht ist das auch die Ausparkseite. Weiß man ja nicht, was sie für ein Konzept hier haben. Ja. 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 Ach da. Ja, jetzt geht's. Aha. So. Alter, du was? Kannst du sehen? Nix. Okay. So. Komm mit. Komm mit mir ins Abenteuerland. Abenteuerland. Ist schon spät. Ja, ja. Klar. Komm lass in die Lounge. Wem? In die Lounge. Lounge. Ja. Natur. Smoothie. Okay. Okay. So, warte mal. Wie, 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 wie. Müsst du schon dir vorstellen. Nicht drauf hier. Hä? Also, du willst einen Schneidersitz. Okay. Ui, uh. Ui. 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 Ne, warte. Ich hab. Uu. So. So. Äh. So. So. Ich hab meine Muskeln. Ich hab, ich hab, äh, eine Muskelschwäche, glaub ich. Manchmal. Aber wir müssen zum Anschluss nochmal aufstehen hier, ne? Warum? Weil... Also ich... Also Nastrowje, mein Bruder. Nastrowje, warte maaa. Nastrowje. Nastrowje. Smaguje. Ähm, ähm, ja, auf uns, ähm. Sehr zum Wohle, sehr zum Wohle. Weißt du was? Komm, ich hab mal, ich hab ja Wurst in meiner Tasche. Hier. Da. Oh, danke. Rohe Bratwurst. Ja. Geil. Das ist lecker. Ich hab mal, nur was besseres. Ein Eis zum Nachtisch. Moment. Bitte. Ein Flutschfinger. Wahnsinn. Mit Fischgeschmack. König. König. Da, ich muss sagen, war cremig. Das war wirklich, ähm, cremig. Ich hab so viel gelernt hier heute. Ich komm mir vor, als wär ich im komplett neuen Land. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist alles so neu für mich. Wenn du den, wenn du den alten Bürgermeister kennengelernt hast, dann ist das wirklich so. Ja. Wie gesagt, das ist, das muss ja schon mindestens anderthalb Jahre her gewesen sein, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ja, richtig. Ah. Ich weiß gar nicht, ob es den Buffen noch gibt. Wen? Ja, den Brein. Welcher Brein? Mein Brein. Ihr mit so einer fiepsigen Stimme? Nee, der hat keine fiepsige Stimme, der Brein. Oder so eine kreuzige. Ich weiß gar nicht wie Brein mein Nachname ist. Mein Gedicht ist schon wieder weg. Scheiße, wie ich sagen mein Nachname ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, das war nicht die Anfänger. Das war letztes, voll letztes Jahr, als ich auf Unity, ich hab schon auf Unity live gespielt, als es noch ein 5M Server war. Ich hab ja auch mehr in GTA Server gespielt. Aangefangen damals. 59, ach, mit 95, trekt die T2 Cap in 13. Monat. Aangefangen auf GTA Live damals, dann KW, dann lange Pause, dann hab ich auf Homestate und dann auf Unity. Das ist die Nummer. Ja! Genau, Scheppis Nummer. Das ist die 555. Warte, 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 warte. So. So. Äh. Guten Abend. Arbeitet jemand von Ihnen hier, oder? Nee. Nee, wir sind auch nur zum Chillen hier. Okay. Na, schade. Hat wohl schon zu. Naja, um die Uhrzeit, wer wird es Ihnen verübeln? Ja, irgendwann müssen wir noch mal Feierabend machen, ne? Ja, das war richtig. Schade. Ich bin sofort bei dir, Achein. Bin sofort... Gute Frage. Was... Welche Frage? Ja, gleich. Dann gibt's morgen wieder ein Kaffee. Achso, oder wen? Alles klar. Ja, und so schöner ist die Vorfreude, ne? Ja, auf jeden Fall. Einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Ciao. Tschüss. Bin sofort bei dir, Achein. Also 555. Ja. 75. 75. 45. 47. 47. 47. 97. 97. 6. 6. Das war alles. Gut. Oh Gott. Wie ist der Shepard nochmal mit Vornamen? Und ich muss... Herbert, genau. So. Jetzt heißt der beim... Bei mir heißt Herbert jetzt 555. 75. 47. Ja. 97. Telefonnummer Herbert Shepard. Ja. Warte. Also, nur zur Impfung, ne? Du hast es auch ziemlich mittig. Du siehst... Du siehst... Du siehst deine Verbindung. Deine Internetverbindung auf deinem Handy. Ja. Ziemlich mittig bei dem Haar. Wo das Haar steht, ne? Ja. Da gehst du mal mit... Mit deinem Finger nach unten. Und ziemlich mittig diesem... Unter... Also unter Bearbeiten und Löschen. Und zwischen dem schwarzen Balken. Was? Also dem Rand deines Handys. Wo? Was? Also... Warte mal. Du geh mal auf den Kontakt Shepard. Ja. Also nur... 555. 75. 4. 7. 9. 7. 6. Also 555. 7. 5. Ja. 4. 7. Ja. 9. 7. 9. 6. Ja. Und was soll ich jetzt machen? Und dann siehst du noch die ganzen Standard-Klingel... Also du... Also du hast... Also... Du hast jetzt den Kontakt. Mhm. Ne? Und dann siehst du noch hier Shepard und dann Details und dann die Telefonnummer, dann Standard-Klingel... Ja. Und dann stehst du... Es steht ja da Bearbeiten und Löchen. Ja. Ja. Und unter dem Bearbeiten und Löchen Fenster, von zwischen dem schwarzen Balkon unten, an deinem Handy, hast du in ziemlich mittig noch einen Home-Knopf. Ja. Kannst du drücken. Ja. Dann ist es weg jetzt. Den sieht man aber nicht. Weil es weiß auf weiß ist. Ja. Hast du ihn gefunden? Ja. Geht nicht dran. Ne. Was? Ich hab den schon gefunden, ja. Ah, okay. Ähm, der Sprachkurs ist auf meinem YouTube-Kanal übrigens immer noch. So. Wenn du mich jetzt eigentlich anrufst... Ja. Ja? Kann ich, äh, äh... Ruf mich mal an. Kann... Ruf mich mal an. So, wenn ich jetzt, äh, drangehe, ja. So. Ich kann jetzt nicht das Handy wegstecken, richtig? Also ich kann jetzt zwar rumlaufen, aber ich kann es nicht wegstecken, ja. Weil dann... Wie, ich hör dich jetzt noch? Ja. Ja. Aber ich kann es nicht mehr ins Ohr nehmen, richtig? Ja, richtig. Okay, alles klar. Das wollte ich nur wissen. Ja. So. Prost. Was? Meine Verbindung ist weg. Was? Connection Lost Was ist das? Connection Lost Was? Irgendwie ist jetzt keine Verbindung weg von mir Das sind Getränke Ach so Ich hab jetzt gedacht Jetzt werde ich Verbindung unterbrochen Welche Verbindung denn? Doppeltes Omega Beta Theta Ach mit Doppeltes Dankeschön Danke, danke, danke für 13 Monate Was? Was? Sheriff So, warte Ich muss schlucken So Es gibt auch eine Animation fürs Telefonieren Echt? Hände hoch, hocken auf dem Rücken, schwierig auf dem Stuhl, winken, nach vorne Mittelfinger Ich hab gedacht, das funktioniert nochmal Ne Ich finde, welche sollen das sein? Hände hoch, auf den Rücken legen, hocken auf dem Rücken, schwierig Auf den Stuhl sitzen, winken und pfeifen, nach vorne anlehnen und Mittelfinger Wow Ich hab dich angerufen, Sternchen In dem Menü In dem, ich hab kein Aber gibt's ein Animationsmenü noch, oder was? Ah, weitere Animationen sind über die Mitte Ach, hier rüber, oder was? Ich muss das echt alles noch lernen Und da gibt's jetzt noch Sag mal Ja, ich bin hier Wir sitzen da vorne Oh Gott Dass du mein Geld für dich behält Und nicht irgendwie in den Stadt investierst Ja So dass du Die Idee, du Hotelkosten sparst, wenn du bei mir übernachtest Wie meinst du das jetzt? Also ich soll jetzt nicht Das wär sowieso noch die Frage gewesen Wie das hier aussieht mit Etablissement Ja, theoretisch kannst du in ein Hotelzimmer einziehen Ja Aber das kostet, glaub ich, am Tag Oder in der Woche Ich glaub, 75 Tausend Ja Oder 75 Ne, 75.000 Pro Woche Pro Woche Das wird's denn kein Löh Das ist viel, Junge Das ist richtig viel Richtig Also weiß ich nicht Also das wurde mir auch mal gesagt Ja Uff Ähm Und theoretisch könnten wir uns gemeinsam Das schön machen Auf Und auf Also auf Du Bei mir dann Ja Aber separates Zimmer, ja? Ja, ja Ja, gut Ich schlafe Schlafzimmer Und du auf der Couch Ja, das ist gut Aber wie gesagt Es ist Ne Ist sperrig Also Was machen die da hinten? Ist fast So Als konnte man meinen Hinter der Tür Haustür ist nichts mehr Ja Ja Nein Nein Nur zu Nein Aber das kann Ich spare gerade Dass das anders wird Ja du das ist ja vollkommen Problem Das ist ja überhaupt kein Problem Was machen wir da hin? Weiß ich auch nicht Die schlagen sich Gott Kennst du die? Keine Ahnung Wie das ist? Ja So Aber ich glaube Jetzt muss ich wirklich mal ein bisschen Das war ein anstrengender Tag Ja Das war ein anstrengender Tag Kann ich verstehen Also Ich spare halt momentan noch Dass das irgendwie man Aber da kannst du halt schon mal Zwei bis drei Millionen auf den Tisch legen Äh Damit Damit Äh Äh Bei dem Möbel Haus Äh Ne Beim Möbelhaus Das neue Möbel bekommt Okay Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer Ne Richtig Deswegen bin ich halt Hallo 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 Habt ihr es geschafft euren Lkw einzuparken? Hallo Ja Achso Achso Ja sicher haben wir den eingeparkt Wo denn Im Parkhaus Sechs jetzt Ich weiß das Sag mal Gunther Ich geb mich da nicht so aus Wie welcher Park Das war Äh Das war der Ähm Ähm Parkhaus drei Genau Parkhaus drei Ja hat super gepasst Ja das ist da hinten so ein bisschen eng Das würde ich nicht tun Ja das ist wirklich ein bisschen Ich hatte Ich dachte Gunther meint Passt weil ich so gut Lkw fahren kann Aber war wirklich ein bisschen War ein bisschen arg eng Darf ich euch mal was fragen Persönlich so Er steht ja so auf Umarmungen Was? Wie mögt ihr es Von einem Mann umarmt zu werden? Ich möchte nicht geschlagen werden Ich möchte nicht von ihnen geschlagen werden Er wird was von einem Arm und Pusse Also In der Umarmung von ihnen wollen Ja nicht Also ich generell Ja aber nicht von Leuten Die ich nicht Den Oder du Hast du das verstanden? Dann stell dich einmal vor Dann kennt ihr euch Ja bitte Aber ich will die nicht umarmen Ich will dich umarmen Du siehst du Gunther Der will dich umarmen Weißt du warum ich ihn umarmen möchte? Weil er keine Umarmung Nehmach So Ach so Ich muss das jetzt ändern So Ich mach das jetzt so oft Ich bin mehr gut am Atmen Ja Versuch mal zu atmen Seid ihr von der Grove? Ne Alter Alter Safe nicht von der Grove Sondern Nur weil ich ein grünes T-Shirt habe Soll ich von der Grove sein? Weiß ich nicht Frag dich doch mal Ne Danke Ja ne Mögliche nicht Was ist denn die Grove? Das ist ein Gangmitglied Oder Gruppierungsanhänger Achso Gefährliche Leute oder was? Wer? Ja was ihr da gerade sagt Also die Grove ist eigentlich So sind ganz nette Leute Achso Die Grove Ja Gunther Kennst du auch ne Grove? Ähm Was ist groß? Ne Grove Die Grove Groovy 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 Das für ne Hose alter Ja auch so eine Mhm Die ist geil ne Wo bekomm ich die her? Bei Kiko ja Wie toll Ja Äh 150 Nussbo Ja Wünsche doch noch einen geschmeidigen Abend hier Also äh Maschern als Brudis Äh haut rein ne Küss dein Auge Bruder Jau Gäng Gäng Marshmallow Nussbruder Hä Hä Wo hast denn das Moped jetzt auf einem Ach ja du hattest das gar nicht eingeparkt ne Was soll ich schon wieder fangen Kriegen sie es hin oder Spreng schon wieder nie an Einfach geradeaus jetzt So Warte Licht an Geht schon wieder nicht So Warte Halt dich fest Und Los Okay Oh Gott Schneller Oh Gott Hast du da zu einem Geschwindigkeitsrausch oder was? Ja so Genau Ich denke ich meine Die Karre wird trotzdem schneller Die Karre wird trotzdem nicht schneller Nee tatsächlich nicht Hier rechts Nee Dann weiter ne Dann auch nicht rechts oder links Und dann direkt wieder links Bist du umgezogen? Nee Nee Hier links Ich seh nicht richtig ne Wenn ich wieder gebeugt fahr Hier links Ja eh Hier links jetzt Hier Warte mal irgendwo Hier Stopp In the name of love Du kannst auch auf dem Rasen parken Nee da hast du vorhin gemeckert Ja dass du denn geparkt hast Aber ist ja mein Bike Ey geht halt nicht aus Achso Achso nicht schluss Achso Aber du hast doch Achso 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 Hast du dir den geholt Gebt oder was Ich wünsch dir viel Spaß damit Also ich bin sehr zufrieden Ich bin wirklich sehr zufrieden Aber bist du Udini? Also jetzt Ich hab jetzt ja noch nicht lange Ja ein bisschen Okay Jetzt hast du aber natürlich kein Auto Nee Wenn du Wenn du früher irgendwie Muss ich dir ein Taxi rufen Dann scheint Ja Ich geh noch ein bisschen auf Terrasse Okay Dann äh Ja war schön Und meine Munde hört sich dann drin Und ich danke dir Äh 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 Viermals Ja Gerne gerne Und ja Ich sag mal bis morgen Hasebär Bis morgen Tschüss Glaube Nudel Knudelt Schl Gn 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 Gn